Hallo, ich bin Li und heute gibt es zum ersten Geburtstag des Kanals einige der besten Hörbücher aus einem Jahr Li liest vor. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Der Zwergenwald Am Rande eines breiten Wiesentales, das in vielen Windungen von einem klaren Bach durchströmt wurde, lag ein ausgedehnter Wald, wo dieser Bach seinen Ursprung nahm, indem er dort aus vielen rieselnden Quellen zusammenströmte. Dort war es lustig und grün, die Vögel wohnten da gern und sangen gar eifrig den Frühling und Sommer hindurch, und wenn man dort wanderte, so freute man sich der vielen plätschernden Wässerchen, die aller Orten wie spielend einherliefen und freundlich aus Farnkraut und üppigen Pflanzen hervorblitzten. So herrschte denn im Sommer eine rechte grüne Kühlung in diesem Walde, und das mochte wohl den Zwergen besonders gut gefallen, von denen hier ein kleines Völkchen seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte. Sie hausten in den höher gelegenen Teilen des Forstes, wo man hinter bemoosten Granitblöcken oder zwischen den knorrigen Wurzeln mächtiger Eichbäume die Eingänge zu ihren Hüllen bemerken konnte. Ein Holzhauer hatte einmal erzählt, er sei spät in der Nacht durch den Wald gekommen und habe aus einem Spalt in einer uralten Eiche Lichtschimmern sehen. Neugierig sei er hinzugetreten und habe hineingeblickt. Da sei die ganze Eiche inwendig hohl gewesen, und darin um einen runden Tisch hätten eine Menge Zwerge mit spitzen grünen Hüten und grauen Röcklein gesessen. Sie hätten aus kleinen Kalkpfeifen geraucht und aus zinnernen Deckelkrügen Braunbier dazu getrunken. Eben hätte er sagen wollen, sie sollten ihm auch einen Trunk lassen, da hätte eine Stimme gerufen, »Er guckt«, und auf einen Schlag sei alles finster gewesen. Nachher sei es aber gar nicht richtig im Wald gewesen, und immer sei ihm etwas zwischen die Füße gelaufen, wie Katzen und junge Hunde, und habe gewinselt, wie kleine Kinderwein, und er habe große Not gehabt, nach Hause zu kommen. Die kleinen Zwerge waren den Menschen sonst günstig gesinnt, und wenn man sie in Frieden ließ, taten sie niemandem etwas zu leide. Ja, man erzählte sich mancherlei Geschichten von Wohltaten und Gefälligkeiten, die sie den Menschen erzeigt hatten. Auch beruhte nicht auf Wahrheit, was böswillige Menschen über sie ausgebreitet hatten, nämlich, dass sie Gänsefüße hätten und ängstlich bestrebt wären, dies zu verbergen. Im Winter nämlich, wenn ein leichter Schnee gefallen war, konnte man ihre Spuren finden, die denen von kleinen, feinen Kinderfüßen glichen, so dass es offenbar war, nur schnöde Verleumdung hätte solche Gerüchte herausbringen können. Wenn der Schnee jedoch höher lag, kamen sie nicht hervor, sondern saßen in der Tiefe in ihren warmen Höhen, zehrten von ihren gesammelten Vorräten und arbeiteten fleißig allerlei künstliche Dinge von Gold und Silber und köstlichen Steinen. Außerhalb des Waldes wurden sie niemals in ihrer natürlichen Gestalt gesehen, aber man erzählte sich, sie vermöchten allerlei Zauber und verstünden die Kunst, sich in Tiere zu verwandeln. Auch wollten manche sie in solcher Verkleidung auf der Wiese, den Feldern und in den Gärten gesehen haben. Sie sollten sich als Hamster den geringen Kornvorrat einheimsen, den sie brauchten, und als Eichhörnchen in die Nussbäume kommen. Man gönnte ihnen dies gern, denn in den Feldern und Gärten, von denen die Sage ging, dass die Zwerge ihren Anteil davon nähmen, pflegte es also zu gedeihen, dass sie immer noch mehr Frucht brachten als andere. Im Laufe der Zeit trat aber mit diesem lustigen, grün, quelldurchrieselten Walde eine große Veränderung ein, denn er verwandelte sich in seinen tiefgelegenen Teilen allmählich in einen Sumpf. Dies ging von einem Moorbruch aus, der in der Nähe gelegen und ringsum wegen seiner Gefährlichkeit übel berüchtigt war, und zog sich allmählich immer weiter. Auf unerklärliche Art veränderte und hob sich der Boden, so dass die Quellen, in ihrem Laufe abgedämmt, sich zu trägen, breiten Morastflächen ausdehnten. Giftgrünes Krautsch aus an den Rändern üppig empor, und ein trügerischer Pflanzenwuchs bedeckte die schlammigen Flächen, so dass schon mancher, der durch den Anschein getäuscht, so dass schon mancher, der durch den Anschein getäuscht solche Orte zu betreten wagte, nur mit Mühe dem Tode durch Versinken im Morast entgangen war. Viele Bäume erkrankten, starben ab und wurden vom nächsten Sturme in den Moder geschleudert, wo sie ihre nackten, weißgebleichten Äste emporragen ließen. An den trockneren Stellen vermehrten sich die giftigen Kreuzottern, und eine Unzahl von Stechmücken war durch die Sonne in den stehenden Sümpfen ausgebrütet, so dass man zu gewissen Zeiten vor ihren schwärmenden Mengen kaum zu atmen vermochte. Der Wald kam zuletzt so in Verruf, dass sich selbst die Kundigsten nicht mehr hineinwagen mochten, denn schon mancher war dort ohne jegliche Spur verschwunden, und man wollte dort in den Sümpfen schauerliche Geschöpfe gesehen haben, menschenähnlich gestaltet, aber mit einer Haut, die schwarz und glänzend wie die der Schnecken, mit kleinen, tückischen, roten Augen und mit Armen, die sie blutegelartig verlängern oder an sich ziehen konnten. Sie sollten Saugewarzen an den Fingern haben, wie ein Polyp, und sich entweder mit widerlichem Quäken im weichen Schlamm wälzen oder unter dem Kraut verborgen, nur dass die stilartig verlängerten Augen hervorschimmernden auf Menschen und Tiere lauern, um sie zu sich auf den Grund zu ziehen. Wie sich die kleinen Zwerge zu dieser unliebsamen Veränderung ihres lustigen Wohnortes verhielten, das hatte man nicht erfahren. Sie mochten wohl kaum zufrieden sein, denn außer dem kleinen Teil des Waldes, der höher gelegen war und ihre Höhlen und Wohnungen enthielt, war nichts von dem Schicksale der Versumpfung verschont geblieben. Dies war auch der einzige Ort, den man noch mit Sicherheit betreten konnte. Und hier sah auch ein Besenbinder eines Tages eines der kleinen Männchen auf einem Steine sitzen. Sein Hütlein, das nicht grün wie gewöhnlich, sondern purpurrot und mit einer feinen Goldkrone geziert war, lag neben ihm, und der Kleine hatte seinen Kopf in beide Hände begraben, als ob er schwer nachdenke. Als der Besenbinder ein Geräusch machte, blickte er auf, und während sonst die Zwerge feine, rosige Gesichter zu haben pflegten, sah dieser jetzt erdgrau und traurig aus, und als der Besenbinder fragte, was ihm fehle, da seufzte er und schüttelte mit dem Kopf, als wollte er sagen, »Du kannst mir doch nicht helfen.« Dann griff er nach seinem Hütlein, glitt an dem Steine herab und verschwand im Gebüsch. Ein anderer hatte einmal unter den Wurzeln einer uralten Eiche, wo sich der Eingang zu einer Zwergenhöhle befand, einen traurigen Gesang und viele klagende Stimme gehört. Und ein Bauer, der sich bei einem anhaltenden Platzregen unter denselben Baum geflüchtet hatte, wollte gesehen haben, wie sie in blanken Eimerchen eilfertig Wasser aus der Höhle getragen und dieses mit betrübten und sorgenvollen Gesichtern draußen ausgeschüttet hätten. In einem Dorfe, dessen Felder an diesem Wald angrenzten, lebte ein armer Musikant, der einen einzigen Sohn namens Johannes hatte. Dieser war ein Sonntagskind, und zwar eins von ganz besonderer Art, denn er war an einem 29. Februar, der auf einen Sonntag fiel, des Mittags zwölf Uhr bei dem Läuten der Kirchglocken geboren worden. Man sagte, dass dergleichen Sonntagskinder zu besonderen Dingen bestimmt sind und seltene Gaben besitzen. Dies verriet sich bei Johannes nicht gerade in besonderer Art. Allerdings hatte er ein hübsches Aussehen und schönes goldgelbes Haar, allein sonst zeigte er keine auffallende Begabung. Und ward von den anderen Knaben im Dorfe oftmals wegen seines träumerischen Wesens verspottet. Sein Vater war oft viele Tage lang vom Hause entfernt, der in den Dörfern zum Tanz aufspielte, und dann trieb sich Johannes einsam in der Umgegend umher und hing seinen Gedanken nach. Er konnte stundenlang am Bache liegen und dem unablässigen Glitzerspiel der Wellen zuschauen oder in die Wolken blicken und die wechselnden Gestalten verfolgen, zu denen sie sich auf dem blauen Grunde des Himmels ruhelos bildeten. Sein Lieblingsplatz war eine alte Kopfweide, die am Anfang des großen Wiesentales hart am Ufer des Baches stand. Im Laufe der Jahre hatte das unablässig fließende Wasser ihr Wurzelgeflecht freigespült und sie war schräg über den Bach hinausgesunken, so dass ihr dicker, spärlich mit Zweigen bewachsener Kopf mitten über dem Wasser schwebte. Was ihr jedoch an eigenem Grün abging, das war durch fremdes Wachstum reichlich ersetzt, denn aus dem hohlen Stamm hing mannigfaches Rankenwerk hernieder und auf ihrem geräumigen Haupte war eine ganze Kolonie fremder Pflanzen aufgeschossen. Diese Weide war gleichsam ein Obstgarten für Johannes, denn von diesem wunderbaren Baum hatte er schon Himbeeren, Johannesbeeren und Brombeeren gegessen und manche freundliche Blume zierte im Sommer den alten, grauen, vermorschten Stamm. Hier saß er eines Morgens zwischen den Zweigen und spähte nach dem nahen Walde hinüber, der schon immer ein Gegenstand unheimlicher Anziehung für ihn gewesen war. Heute bemerkte er dort ein merkwürdiges Treiben, das er sich nicht zu erklären vermochte. Unter den Büschen am Waldrand huschte und bewegte sich etwas, von dem er nicht ganz genau zu erkennen vermochte, ob es Zwerge oder Tiere waren. Als er so spähte und seine Augen umherschweifen ließ, bemerkte er, dass es auch auf der Wiese nicht richtig war, denn zwischen dem hohen Blumendurchwirkten Grase sah er hier und da etwas hervorschauen und dann schnell wieder verschwinden. Und an der Bewegung der Halme merkte er, dass sich ihm verschiedene lebende Geschöpfe nähern mussten. Zudem ging ein seltsames Schüttern und Beben durch die alte Weide und an ihren Wurzeln knirschte es, als ob jemand daran eifrig nage. Auf einmal senkte sich der Baum sanft auf den Wasserspiegel nieder und einige Hamster wurden sichtbar, die eifrig die letzten Wurzelfasern zerbissen und sich dann an die Stümpfe anklammerten. Zugleich ward die alte Weide mit dem Kopfe gegen den Strom gedreht und schwamm langsam bachaufwärts. Johannes sah nun, dass eine Anzahl Fischottern die Zweige mit den Zähnen erfasst hatten und den Baum schwimmend hinter sich herzogen. Der Bach war nicht breit und das Ufer war mit einem tüchtigen Sprunge zu erreichen. Allein als sich der Knabe, dem das Ding unheimlich wurde, erheben wollte, um die Flucht zu ergreifen, fühlte er sich festgehalten. Eine Menge von Wieseln, die sich in den Höhlungen verborgen hatten, waren hervorgekommen, hatten sich in seine Kleidung verbissen und hielten ihn fest. Jetzt sprang aus der Wiese heraus nacheinander eine Reihe von Eichhörnchen mit mächtigen Sätzen auf den Baum, und darunter war ein schönes Schneeweißes. Das setzte sich vor Johannes auf die Hinterbeine, hielt wie flehend seine Pfötchen zu ihm empor und seien so ausdrucksvoll an, dass der Knabe wohl verstand es, bitte ihn zu bleiben, wo er sei. Seine Furcht minderte sich bei dem Anblick dieses schönen Tieres, das so sanft und freundlich aussah, und erwartete nun mit Verwunderung, wie die Dinge ablaufen würden. Kaum war dieses seltsame Fahrzeug in dem verrufenen Walde angelangt, als es die Fischottern an das Land führten und sich sämtliche Tiere eilfertig an das Ufer begaben, wo sie sich in demselben Augenblick in Zwerge verwandelten. Sie trugen graue Röcklein und spitze grüne Hüte. Nur der, der als weißes Eichhörnchen erschienen war, hatte ein purpurrotes Hütchen, das mit einer feinen Goldkrone geziert war. Dieser sprach zu Johannes, »Wir haben auf diese Weise versucht, dich in den Wald zu bringen, weil wir außerhalb dessen nur als Tiere erscheinen dürfen und dann der Sprache nicht mächtig sind. Wir müssen dich aber um einen Dienst ersuchen, den nur ein Sonntagskind deiner Art vollbringen kann, denn du vermagst uns aus großer Not zu befreien. Allein, es muss freiwillig und ohne Hoffnung auf Lohn geschehen. Bist du deshalb gesonnen, uns zu helfen? So folge uns, wir flehen dich darum an.« Alle die kleinen Zwerge machten so rührende Gesichter und hoben die Hände bittend empor, dass Johannes nicht widerstehen konnte und ans Land stieg. Seine kleinen Führer trippelten und liefen vor ihm her. Und so gingen sie auf einem schmalen und niedrigen Erdrücken entlang, der von der Versumpfung verschont geblieben war, zu dem höher gelegenen Orte, auf dem, wie auf einer Insel, die Wohnungen der Zwerge gelegen waren. Ängstlich schaute der Knabe unterwegs seitwärts auf die trügerisch begrünten Schlammflächen, zwischen denen an einzelnen Stellen schwarzes Wasser hervorblinkte, denn ein seltsam unheimliches Gären und Rühren war darin bemerkbar und widerliches Gurgeln und Schmatzen tönte daraus hervor. Einmal, als einer der kleinen Zwerge stolperte, ein wenig den Abhang hinabtaumelte und dabei dem Morass zu nahe kam, fuhr blitzschnell ein langer, glänzend schwarzer Arm daraus hervor, ergriff das Männchen am Fuß und wollte es mit sich ziehen. Allein dieses hatte zu seinem Glück einen Strauch erfasst, langte mit der anderen Hand in ein Täschchen an seinem Gürtel und streute ein rotes Salz auf den Arm, worauf dieser eiligst losließ und wieder untertauchte. Während an demselben Ort ein Prusten und Schnauben und Gewinsel ertönte und Wasser und Morass hoch aufspritzten. Zugleich rührte und regte es sich nah und fern in der schlammigen Fläche. Widerliche, flache Köpfe, wie von ungeheuren Fröschen tauchten hier und da auf und stierten mit gierigen, roten Augen auf die Zwerge hin, während sie ein hässliches, bellendes Gequäk anstimmten und sich zuweilen schwarze, triefende Fäuste drohend aus dem Schlamm regten. Unterdessen hatte sich der Weg bereits verbreitert, und bald langte der kleine Zug auf dem ausgedehnten flachen Hügel an, wo sich die Wohnsitze der Zwerge befanden. Hier lagen zwischen uralten Eichen mächtige, bemooste Steinblöcke neben und übereinander, und als der kleine Rothut an einen mit seinem Stäbchen klopfte, drehte sich dieser wie eine Tür zur Seite und legte den dunklen Eingang in eine unterirdische Höhle frei. Als Johannes eine Reihe von Stufen hinabgestiegen war, gelangte er mit dem Zwerge in eine niedrige Säulenhalle, deren Wände und Decke im Lichte der brennenden Lampen gar wunderbar schimmerten und blitzten, denn sie waren mit natürlichen Kristallbildungen in allen Farben und bunten, geschliffenen Steinen sehr zierlich und künstlich ausgelegt. An der Wand, die der Tür gegenüber lag, stand ein kleiner Thronsessel mit Popersammet und Goldbrokat überzogen und davor, im Halbkreis, eine Reihe von geringeren Lehnstühlen. Johannes musste sich in der Mitte dieser Reihe auf eine Anzahl von Polstern setzen, dem Rothut, der den Thron bestieg und offenbar der König der Zwerge war, gerade gegenüber. Als nun alle saßen und eine zeitlang feierliche Stille geherrscht hatte, begann der König wie folgt. »Du hast soeben selbst gesehen, lieber Johannes, welchen Gefahren wir ausgesetzt sind und welche widerliche und hässliche Gesellschaft sich in unserem Walde angesiedelt hat. Statt des rieselnden Geplauders fröhlicher Quellen findet man jetzt nur das brodelnde Gären des ungezieferbrütenden Schlammes, statt des lustigen Gesanges lieblicher Vögel, das hässliche Quäken und Gurgeln gräulicher Unholde, statt der frischen, von Blumen und Kräutern würzig duftenden Luft dumpfenden Modergeruch und schädliche Fieberdünste. »Ich will dir erzählen, wie dies gekommen ist. In jenem seit alter Zeit verrufenen und gemiedenem Moorsumpf, den ihr das Teufelsmoor nennt, lebt schon lange ein Volk von Sumpfgnomen unter der Herrschaft ihres Königs Egelborst. Schon lange hatte dieser seine Begierde zur Ausdehnung seines widerlichen Reiches auf unseren grünen Quellwald gerichtet. Allein, solange wir uns im Besitze des goldenen Handringes befanden, vermochte er keine Macht, über diese Gegend zu gewinnen, da ihr Besitz an dieses Kleinod gebunden ist. Wir wussten, dass er bestrebt war, diesen Ring in seine Macht zu bringen, und waren auf unserer Hut. Wir hatten ihn in unserer Schatzkammer hinter sieben eisernen Türen, wie wir meinten, sicher genug, verborgen. Jedoch eines Tages fand sich ein fremder Stammesgenosse bei uns ein, der vorgab, von seinem Volke ausgeschickt zu sein, um Edelsteine einzutauschen, das dort an solchen mangelte. Er führte einen Sack voll kostbarer Perlen mit sich, dergleichen wir damals wenig in unserem Besitz hatten, während unser Schatz ein Edelstein sehr reich war. Zwar hatte dieser Fremde ein finsteres und tückisches Aussehen und eine seltsam schwärzliche Gesichtsfarbe, auch auffallend glatte und schlangenhafte Bewegungen, allein wir schrieben dies auf seines fremden Stammes Art und schenkten ihm dennoch Vertrauen. Zumal da seine Perlen ohne Tadel waren und er seine Worte gar gut und zierlich zu setzen verstand. Nachdem wir ihn also nach Gebühr bewirtet hatten, nahmen wir ihn mit in unsere Schatzkammer, wo er große Verwunderung über unsere Reichtümer bezeigte und nicht genug des Lobes finden konnte über die Zierlichkeit der goldenen und silbernen Geräte und die ausgesuchte Herrlichkeit der edlen Gesteine. Da wir keinen Argwohn hegten, so zeigten wir ihm alles, auch den kostbaren Handring, ohne ihm allerdings dessen Bedeutung mitzuteilen. Er schien ihm auch wenig Beachtung zu schenken, und dann begann der Handel, wodurch wir uns in den Besitz seiner Perlen setzten, während er eine Anzahl auserlesener Edelsteine dafür in Empfang nahm. Wir glaubten, einen guten Kauf gemacht zu haben und begaben uns darauf aus der Schatzkammer in unseren festlichen Speisesaal, um den Handel nach alter Sitte mit einem Trunk von unserem hundertjährigen Kometenbein zu beschließen. Doch als wir dort anlangten, vermissten wir plötzlich den Fremden. Niemand hatte gesehen, wo er hingekommen war, und alles Suchen und Rufen war vergebens. Eine düstere Ahnung bemächtigte sich meine. Ich kehrte mit den Meinen in die Schatzkammer zurück und fand meine Befürchtung nur zu sehr begründet, denn der goldene Handring, unser bestes Besitztum, war fort. Es war offenbar, dass der Fremde ein Abgesandter des Königs der Sumpfgnomen, wenn nicht dieser selbst gewesen war, der sich auf diese Art unter der Maske eines Zwerges unseres Schatzes bemächtigt hatte. Wir wussten ja, dass er im Besitze des Steines Mutabilis war, der ihn befähigte, jegliche beliebige Gestalt anzunehmen, wenn auch nicht in dem Maße, dass alles Gnomenhafte aus seinem Wesen verwischt wurde. So erklärte sich uns auch sein tückisches, schwärzliches Aussehen, die schlangenhafte Beweglichkeit und die kalte Feuchte seiner Glieder, die mich, als ich ihm die Hand reichte, bis ins Innerste durchschauert hatte. Die Schnellfüßigsten unserer Genossen waren ihm sofort in der Richtung des Moorsumpfes nachgesetzt, allein vergeblich, denn es gelang ihm nur, seiner ansichtig zu werden, als er bereits dort angelangt war und, jauchzend, den blitzenden Ring über dem Haupte schwingend, in das schwarze Schlammwasser sprang, während seine scheußlichen Untertan überall die Plattenköpfe hervorgesteckt hatten und ein höhnisches Gezeter und quäkendes Triumphgeheul anstimmten. Als der König der Zwerge seine Geschichte so weit erzählt hatte, schwieg er eine Weile, und es entstand eine Stille, während derer die anderen Zwerge mit bedrückten Minen vor sich hinsahen. Dann fuhr der König in seiner Erzählung fort. Von dieser Zeit an begann das Unheil in unserem Walde. Die Sumpfgnomen, durch kein Machtgebot mehr behindert, dämmten allmählich die Quellen ab und verstopften die Abflüsse, so dass sich die frischen, duftenden Gründe in gährende Moraste verwandelten, die jetzt dem widerlichen Volke erwünschte Wohnsitze darbieten. Und immer weiter dienen sie ihr Reich aus. Einige unserer tiefer gelegenen Wohnungen stehen bereits unter Wasser so, dass wir genötigt waren, sie zu verlassen, und nicht lange mehr wird es dauern, so wird auch der schmale Erdrücken, der uns noch mit der Außenwelt verbindet, überschwemmt. Und wir werden veranlasst sein, noch vorher unsere geliebten Wohnsitze zu räumen und auszuwandern in eine andere Gegend. Wir sind machtlos gegen unsere Gegner, wir haben nur das aus geheimen Kräutern bereitete rote Salz, das uns als Waffe gegen einen Angriff dient, denn es brennt und frisst wie Feuer auf ihren schleimigen Gliedern und tötet sie. Allein trotzdem haben sie schon manchen unserer Genossen, der die Vorsicht nicht bewahrte und dies Mittel nicht mehr anzuwenden vermochte, hinabgezogen und umgebracht. Dies ist die große Not, in der wir uns befinden, und dies ist der Grund, weshalb wir dich auf so besondere Weise veranlasst haben, unsere Klagen anzuhören, denn dir ist es gegeben, uns zu retten. Du vermagst es, uns den kostbaren Ring wiederzuschaffen, weil du ein Sonntagskind von ganz besonderer Art bist und Dämonenzauber über dich keine Macht hat. Wenn du den Mut hast, unsere Gegner in ihrem eigenen Reiche aufzusuchen, so wollen wir dir Mittel und Wege angeben, wie du es anfangen kannst, ihnen den Handring zu entreißen, der uns Frieden und Glück zurückbringt. Johannes dachte an die Erlebnisse auf dem Wege ins Zwergenreich und schauderte zusammen. Er erhegte ein tiefes Grauen vor den entsetzlichen Geschöpfen, die er dort im Schlamm gesehen hatte. Als der Zwergenkönig dies bemerkte, lief er von seinem Throne zu Johannes hin, und indem er niederkniete, hob er flehend die Hände zu ihm empor, während alle anderen Zwerge eiligst dasselbe taten. Zugleich bat der König so beweglich und schilderte das Unglück seines Volkes in so ergreifender Weise, dass Johannes nicht widerstehen konnte und endlich beschloss, die Tat zu wagen. Als die Zwerge dies vernahmen, leuchteten ihre Gesichter vor Freuden, und nun gingen sie mit ihm in ihren Festsaal, wo ein prächtiges Mal angerichtet war. Die köstlichsten Gerichte, die Johannes nicht einmal dem Namen nachkannte, wurden aufgetragen, und der Wein, der dazu in Goldpokalen gereicht wurde, schien aus Eitelduft und Glut zu bestehen. Zugleich sah man aus diesem Saal durch eine Wand von Kristallglas in die Küche hinein, wo geschwinde kleine Köche in weißen Mützen und Jacken eifrig mit blinkendem Küchengerei hantierten und noch immer neue schöne Dinge zubereiteten, was alles dem Johannes gar wohl gefiel. Er blieb die Nacht bei den Zwergen und schlief gar herrlich auf seinen seidenen Kissen. Am anderen Morgen teilte ihm der König den wohl ausgedachten Plan mit, den Ring von dem Gegner zu erlangen, und fuhr dann fort, »Eine Gefahr ist für dich nur vorhanden, lieber Johannes, wenn du dich durch die teuflischen Künste verblenden lässt. Der schlaue Gnomenkönig wird sofort ahnen, was deine Absicht ist, und alles aufbieten, dies zu verhindern. Damit du aber erkennen magst, was Wahrheit und was Gaukelspiel ist, so nimm dieses Augenglas und bewahre es wohl, denn wenn du hindurchblickst, so wirst du sogleich das Echte vom Falschen zu unterscheiden wissen.« Damit hängte er ihm ein rundes, in Gold gefasstes Glas um den Hals und sprach weiter. »Ich werde dir jetzt eine Probe geben von der Macht dieses Zauberglases. Betrachte dadurch das Tier, das dir gleich vor Augen treten wird.« Damit schrumpfte die Gestalt des Zwerges zusammen, und er verwandelte sich in ein weißes Eichhörnchen. Als aber Johannes dieses durch sein Glas betrachtete, sah er deutlich den Zwergenkönig mit dem roten Hütchen vor sich. Jedoch, wenn er es fortnahm, dann war wieder das weiße Eichhörnchen da. Nachdem der König sich in seine eigentliche Gestalt zurückverwandelt hatte, sagte er, »Du hast den Plan, den ich dir vorhin mitteilte, wohlgemerkt und behalten? Wenn du mutvoll und unbeirrt meinen Anweisungen Folge leistest, so kann er nicht misslingen. Das Glück eines harmlosen und friedlichen Volkes liegt in deiner Hand. Nun handle klug und furchtlos, wie du versprochen hast.« Am anderen Morgen machte sich Johannes in Begleitung eines Zwerges, der ihm als Führer dienen sollte, auf, um sein Abenteuer zu bestehen. Außerhalb des Waldes verwandelte sich sein Begleiter in ein Wiesel und schlüpfte vor ihm her, indem er ihm so den nächsten Weg zum Teufelsmoor anzeigte. Dies war ein unergründlicher Morast, in dem blankes, unheimlich schwarzes Wasser mit weichen Schlammflächen und einzelnen, kleinen Erhöhungen, auf denen Weidengestrüpp und etliche knorrig verkrüppelte Föhren wuchsen, abwechselte. Einzelne Flächen waren mit einer verfilzten, schwimmenden Decke von Graswuchs bedeckt, die wohl imstande war, eine leichte Person zu tragen, jedoch weithin zitterte und Wellen schlug, wenn man sie betrat. Wer jedoch dieses trügerische Deck durchbrach und in den weichen, unergründlichen Schlamm geriet, war unrettbar verloren. Die ganze Gegend war einsam und gemieden, und niemand wagte sich gerne an dies verrufene Moor heran. An seinem Rande stand eine ungeheure, hohle, von Alter und Blitzschlag halb zerstörte Weide, die zwischen abgestorbenen, weißgebleichten und zackigen Ästen nur noch ein spärliches Grün zeigte. Durch die Höhlung dieses Baumes ging der Weg in das unterirdische Reich des Königs der Sumpfgnom. Das Wiesel lief jetzt an Johannes in die Höhe und verschwand zu einer Spitzmaus zusammen, die sich unter der Weste des Knaben verbarg. Johannes unterdrückte das Grauen, das ihn befiel, als ihm die feuchte, dumpfe Luft aus der schwarzen Höhlung entgegenhauchte. Er befahl seine Seele Gott und stieg mutvoll die Stufen hinab. Bald gelangte er in einen finsteren, modrigen Gang, der nur durch das phosphorische Leuchten verfaulten Holzes ein mattes Licht erhielt. Endlich kam an ein Tor, vor dem zwei riesige Kröten wie Hunde an Ketten lagen und sich allsofort aufbliesen und ein bellendes Quaken von sich gaben. Daraufhin öffnete sich das Tor und einer der abscheulichen schwarzen Gnom stierte hervor, wurde im Gesicht aber ganz grün vor Schreck, als er Johannes erblickte. Das Tor ward schnell zugeschlagen und bald hörte er ein Summen und Gemurmel und seltsames Quäken dahinter, das aber allmählich verstummte. Dann wurden plötzlich beide Torflügel aufgetan und ein heller Schimmer leuchtete daraus hervor, während statt des schwarzen Scheusaals ein herrlich gekleideter Diener dastand, der mit einer abgrundtiefen Verbeugung Johannes aufforderte, einzutreten. Zugleich bemerkte dieser mit Verwunderung, dass es gar keine Kröten waren, die an den Ketten lagen, sondern kurzbeinige Hunde, die, obgleich ihre Augen ziemlich tückisch blickten, gar freundlich mit dem Stummelschwänzchen wedelten. Johannes gelangte durch einen flimmernden und blitzernden Vorraum in einen runden Kuppelsaal, über dessen seltsame Pracht er ganz erstaunt war. Die Wände waren gebildet aus unzähligen Seerosenstängeln, die sich nach oben zusammenwölbten und dort mit ihren Blättern die Decke bildeten. Aber alles dies schimmerte und glänzte wie grünes Gold, und dahinter flimmerte es von buntem Blattwerk und glitzernden Fischen, die in allen Farben köstlicher Edelsteine leuchteten. Diese Wände waren nur anzuschauen, als blicke man in ein von der Sonne durchschienenes, klares Wasser, das mit dem schönsten und seltensten Getier erfüllt war. Kaum hatte Johannes dies mit Verwunderung beobachtet, als der König der Sumpfgnomen, gar herrlich gekleidet und schön gestaltet, mit einem holzseligen Lächeln, das ihm jedoch gar übel zu seinem tückischen Blick stand, begleitet von einem glänzenden und schimmernden Gefolge eintrat und alle auf den bereitstehenden Stühlen und Thronsesseln Platz nahm. Mit besonderer Sorgfalt trugen zwei Diener auf einer prachtvollen Tragbare den kleinen Sohn des Königs, der kostbar in purpur und goldgekleidet war. Dieser Kleine zeigte ein ganz hübsches Gesicht, nur trug er einen bösen, schwarzen Schatten um seine Augen. Nachdem der Kronprinz des Gnomreiches neben seinem Vater auf einem kleinen Sesselchen Platz genommen hatte, erschallte ein Trompetenstoß, und der König sprach, »Ich weiß sehr wohl, dass du ein Abgesandter aus dem Zwergenwalde bist. Sprich, was ist dein Begehr?« »Ich komme«, sagte Johannes, »um den goldenen Handring zu holen, den du durch List in deinen Besitz gebracht hast.« Der König Egelborst lächelte sehr freundlich und sprach, »Du hast dich betören lassen, Knabe, durch das Geschwätz der listigen Zwerge. Was weiß ich von dem Ringe und wozu könnte er mir nützen, der ich kostbare Perlen und Edelsteine genug besitze? Du bist jung und unerfahren und lässt dich gebrauchen zu Dingen, wozu die geizigen Zwerge selbst zu feige sind. Haben sie dir wohl das Geringste zum Laune geboten? Sie sitzen auf ihren Schätzen und trachten gierig, sie zu vermehren. »Das ist alles. Ich will dir beweisen, dass König Egelborst minder niedrig denkt.« Dann winkte er, und es traten zwei Pagen herein, die goldene Schüsseln trugen, auf denen die herrlichsten Perlen und Edelgesteine gehäuft lagen. »Diese kostbaren Schätze will ich dir schenken«, sagte Egelborst. »Da du den Wert dieser Dinge vielleicht nicht kennst, so sage ich dir, dass du dadurch reicher wirst als irgendeiner im Lande und dir ein Herzogtum dafür kaufen kannst. Nimm diese Kleinigkeit und zieh in Frieden.« Unterdessen war aber die Spitzmaus unter der Weste emporgekrochen und zupfte heftig an dem Augenglase, das Johannes auf seiner Brust trug. Dieser, der ganz verwirrt war von dieser unerwarteten Wendung der Dinge, merkte es endlich, zog es hervor und hielt es an seine Augen. Welche entsetzliche Veränderung ging nun mit dem vor, das ihm eben noch schön, kostbar und reizend erschienen war. Statt der glänzenden, schimmernden Gesellschaft sah er eine abscheuliche Versammlung von ekelhaften, schwarzglänzenden Ungetümen vor sich, die ihn mit roten, tückischen Augen und wutverzerrten Gesichtern anstierten, statt goldene Halsbänder züngelnde Kreuzottern trugen und statt auf kostbaren Stühlen auf modrigen, von schwarzen Schnecken bekrochenen Baumstümpfen saßen. Die Edelsteine und Perlen hatten sich in schmutzige Kiesel und leere Schneckenhäuser verwandelt und des Königs Söhnlein in ein kleines, wedriges, warzenbedecktes Scheusaal. Die flimmernde Pracht der Wände dieses Kuppelsaales war dahin und stattdessen glaubte er in einen ekelhaften, von Blutegeln, Kröten, Molchen und anderen scheußlichen Tieren wimmelnden Sumpf zu schauen. Ehh! Zugleich erhob sich ein Heulen, Quäken und Schreien und mit wutverzerrten Gesichtern schossen die Gnomen auf ihn zu. Schwarze Arme streckten sich lang nach ihm aus, Schlangen zischten ihm wütend entgegen, allein, als wenn ein Zauber sie bände, zuckten sie immer wieder zurück und wagten nicht anzugreifen. Jetzt war der Augenblick zum Handeln gekommen. Johannes ersah die Gelegenheit, stürzte sich auf den kleinen Sohn des Königs und, indem er ihn am Halse ergriff, langte er gleichzeitig mit der anderen Hand in eine Tasche, die die Zwerge mit dem roten Salz gefüllt hatten. Und er rief, gibst du den Handring nicht heraus, König Egelborst, so ist dein Sohn, so sind alle, die ich erreichen kann, im Augenblick des Todes. Der König und die anderen Gnomen wurden grün vor Schreck und alle wichen vor dem Anblick des gefürchteten Salzes winselnd zurück. Der König rief, halt ein, du sollst haben, was du begehrst. Dann winkte er seinem Schatzmeister und flüsterte ihm etwas zu. Dieser ging und kam nach einer Weile mit einem großen, herrlich verzierten, goldenen Ringe zurück, den er Johannes überreichen wollte. Allein in diesem Augenblick biss die Spitzmaus ihn empfindlich in die Brust, welches Zeichen er wohl verstand. Es ist der rechte nicht, rief Johannes und machte eine Bewegung, als wollte er den strampelnden und winselnden kleinen Wüterich, den er am Halse hielt, mit dem Salze bestreuen. Ach, halt ein, schrie Egelborst, gelb-grau von Angst und Wut, denn er liebte dieses kleine Scheusal über alles. Dann heilte er selbst fort und kam nach einer Weile zurück mit einem glatten, ovalen Ring von massivem Golde, der gerade so groß war, dass man die Hand ohne den Daumen hindurchstecken konnte. Bei dem Anblick dieses Ringes stieß die Spitzmaus ein jauchzendes Quietschen aus und nun wusste Johannes, dass es der rechte war. So gelangte er glücklich in den Besitz dieses Kleinods und erreichte mit ihm ohne weitere Gefahr die Oberfläche der Erde. In den Wohnungen der Zwerge herrschte eitel Jubel und Wonne, als Johannes mit dem erworbenen Ring glücklich zurückkehrte. Sie tanzten umher, schossen Kobold im grünen Grase und wussten sich vor Vergnügen gar nicht zu lassen. Zugleich ward in dem versumpften Walde ein Heulen und Gewinsel und klagendes Gequäk. Überall rührte es sich und wälzte es sich davon und wühlte durch den Schlamm und verlor sich allmählich in der Ferne. Ohne Aussicht auf Lohn hast du uns geholfen, sagte der Rothut zu Johannes, wie es geschehen musste. Nun dürfen wir uns dankbar zeigen. Er belud ihn mit den köstlichsten Schätzen an Perlen und Edelgestein und so kehrte Johannes zu seinem Dorfe zurück und zu seinem Vater. Dieser, der ihn schon verloren geglaubt hatte, staunte nicht wenig, als er durch den glücklich zurückgekehrten plötzlich zu einem reichen Mann gemacht wurde. Er kaufte sich in der Folge ein herrliches Gut, das an den Zwergenwald angrenzte, und als er gestorben war, brachte Johannes, der unterdessen erwachsen war, auch diesen Wald, der nun wieder grün und frisch von kristallklaren Quellen durchrieselt war, in seinen Besitz. Das Teufelsmoor aber ließ er durch Anlage eines mächtigen Grabens trockenlegen, sodass die Wohnstätte der Gnomen vernichtet ward und fröhlicher Wald dort ebenfalls aufschoss. Von den Gnomen hat man später nie etwas gehört. Sie mögen wohl verdorben und gestorben sein. Der Klabautermann Dort, wo die blauen Wogen der Ostsee die schneeweißen Kreideklippen der Insel Rügen umspülen, lag vor langer Zeit, zwischen Felsen eingezwängt, ein einsames, winziges Fischerhaus. Gleich dem Neste der Seeschwalbe war es hoch über dem Meeresspiegel erbaut. Keine noch so hohe Flut vermochte das Bauwerk zu erreichen und darum konnten seine Bewohner ohne Sorge auf die entfesselten Wogen blicken, wenn der Sturm sie brandend gegen die Felsen schlenderte. Mochten sie sich noch so gierig recken und dehnen, so hoch reichte ihre Macht nicht. Lachend betrachtete Jan Klaassen, der Fischer, die vergeblichen Anstrengungen des Meeres sein Heim zu vernichten und die Wut, mit welcher die Wogen unverrichteter Sache schäumend und brausend wieder zurückstürzten. Ja, solch ein Unwetter vom sicheren Ort aus zu betrachten und der Gewalt der Fluten zu spotten, das war Jans größtes Vergnügen. Dann stand er vor seiner Hütte auf dem Felsenvorsprunge, drückte die Lederkappe fest auf den Kopf und stemmte die harten, braunen Hände in die Seiten. Sein sonst so gleichgültiges Gesicht schien Leben zu bekommen. In den festen Zügen mit den unzähligen Falten und Runzeln zuckte es wie Wetterleuchten und seine Augen funkelten vor heimlicher Lust. Ja, brüll nur, tobe nur, schrie er in das Donnern des Meeres hinein. Mich sollst du nicht verschlingen, mein Häuschen steht noch, mein Kahn ist fest und meine Hand hat Kraft genug, mein Fahrzeug zu zwingen. Rede doch nicht so, Mann, mahnte eine tiefe Frauenstimme. In der Tür der Hütte erschien eine hochgewachsene, kräftige Frau. Auch ihr Äußeres zeigte, dass ihre harte Arbeit und Kampf mit Wind und Wetter zur Gewohnheit geworden waren. Aus ihren Gesichtszügen sprach ruhiger Ernst. Große blaue Augen blickten treuherzig freundlich, die gerade scharf geschnittene Nase, der festgeschlossene Mund und das starke Kinn deuteten auf Willensstärke, in dessen sich über das gebräunte Antlitz ein Ausdruck von Gutmütigkeit verbreitete. Gekleidet war sie in die dunkle Tracht, welche bei den Frauen Rügens üblich war. Zeugte der Anzug auch von großer Armut, so doch auch wiederum von peinlicher Ordnung und Sauberkeit. Sie war einst ein hübsches Mädchen gewesen, die Helge, und viele junge Männer hatten sich um sie beworben, auch wohlhabendere als Jan Klaassen. Sie hätte nur zuzugreifen brauchen, und sie wäre das reichsten Bauernweib geworden und hätte heute in teuren Kleidern mit goldenen Knöpfen anhergehen können. Ihre Mutter hat ihr vergebens zugeredet, ihr Glück nicht von sich zu stoßen, und hatte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als sie erfuhr, dass Helge den wilden, unbändigen, jähzornigen Jan heiraten wollte. Dieser besaß nichts als einen Fischerkahn, und ein Häuschen wollte er sich erst von seinen Ersparnissen bauen, die er als Steuermann eines Kauffahrers erworben hatte. Und doch wurde es so. Allgemein bedauerte man, dass die brave Helge eine solche Wahl getroffen hatte, und die Mutter sagte ärgerlich, ach, meinetwegen denn, wenn du dir einmal einbildest, dass du den wilden Menschen zähmen willst, komme mir aber später nicht mit Klagen. Helge kam nicht mit Klagen, obgleich sie viel unter ihres Mannes Ungestüm und Ruhm Sinn zu leiden hatte. Aber sie hatte ihn eben lieb, und er sie auch. Das Häuschen, welches Jan sich weit ab von allen anderen erbaut hatte, war wohl klein, doch nett und wohnlich. Helge wusste der sehr bescheidenen Einrichtung eine solche Behaglichkeit zu geben, dass es jedem Wohltat, der in die kleine Stube trat. Aber nicht nur ihr kleines Hauswesen hielt sie in Ordnung, sie half ihrem Mann auch tüchtig bei der Arbeit. Sie fuhr hinaus mit zum Fischfang, trocknete und räucherte die Fische, strickte, pflegte und wusch die Netze, kurz, sie war eine richtige und echte Gefährtin ihres Mannes. Ja, und wenn er es auch nicht laut sagte, er empfand ihren Wert gut und ehrte und liebte sie in seiner eigenen barschen Weise. Er gab viel auf ihren Rat und ihre verständige Rede, wenn er ihr auch scheinbar niemals recht gab. Vielleicht hätte sich seine Rauheit noch gemildert, wenn die bunte Wiege, die ihn als Hochzeitsgabe verehrt worden war, nicht leer geblieben wäre. Doch Jahr um Jahr ging dahin und das Paar blieb allein. Kein helles Kinderlachen unterbrach die Stille der Hütte, kein Kindesauge strahlte Jan und Helge an. Und sie hätten sich beide unendlich gefreut, wenn ihnen solches Glück beschert worden wäre. So schön das Häuschen gelegen war, es gewährte einen prächtigen Ausblick auf das weite Meer, so gab es doch einen Punkt, über den Helge mit ihrem Mann nie einig wurde. Und das war die Nachbarschaft einer wunderbaren Quelle. Unweit der Hütte quoll klares, reines Wasser aus dem Felsen. Es war von einer merkwürdig blaugrünen Farbe, genau wie Seewasser, jedoch von süßem Geschmack. Als munteres Bächlein stürzte es sich über die Felsen hinab in das Meer, mit dem es sich sofort verbannt. Jan hatte sein Haus mit gutem Bedacht in die Nähe dieser Quelle gebaut, da Trinkwasser sonst nur aus großer Entfernung herbeizuschaffen war. Es gab zwar den Hertersee in der Nähe, aber daraus mochte niemand Wasser für den Haushalt schöpfen. Kurze Zeit, nachdem Helge als junge Frau in ihr neues Heim gezogen war, fiel es ihr auf, dass sich in der Quelle jedes Mal ein sonderbares Brausen und Rauschen bemerkbar machte, wenn sie ihre Eimer dort füllte. Einige Mal war es ihr vorgekommen, als ob ein wunderliches Gesicht sie aus dem klaren Wasserspiegel drohend angeblickt hätte, so dass sie erschrocken zurückfuhr. Eines Tages wollte sie eben wieder zur Quelle gehen, da begegnete ihr der Greise Knut, der Ziegenhirt, der wohl mehr als hundert Jahre alt sein mochte. Als er sah, dass die Frau in der Felsenquelle Wasser schöpfen wollte, fiel er ihr entsetzt in den Arm und rief, Was beginnst du, törichtes Weib? Willst du mit aller Gewalt Unheil über dich und deinen Mann bringen? Weißt du nicht, dass diese Quelle der Eingang zur Wohnung des Klabautermanns ist? Was sagst du? stammelte Helge erschrocken. Hier wohnt der boshafte Wassergeist, der seine Freude daran hat, wenn die Schiffe ins Verderben stürzen? Ja, ja! Der Alte nickte. Dein Mann weiß es recht gut, aber in seinem wilden Frevelmut hat er sich fern von allen Menschen trotzig hier angebaut. Helge überlief es eiskalt. Sie überlegte, dass sie ja ihren ganzen Bedarf an Wasser von jeher aus dieser Quelle geschöpft hatte und dass sie auch in Zukunft nichts anderes zu tun übrig blieb. Wie, wenn dies nun den Zorn dieses unheimlichen Wasserzwerges erregte, der von den Seeleuten so gefürchtet war? Hatte sie nicht oft erzählen hören, wie der Klabautermann lachend seine Laterne schwenkend auf dem Kiel des Schiffes hockte oder in den Rahn umherkletterte, wenn des Wetters ungestüm das Schiff, das dem Untergang geweiht war, in seinen Fugen erbeben ließ? Wenn der Blitz den Mast zerschmetterte, wenn die wilden Wogen das Steuer entrissen, wenn das unglückselige Wrack dem Untergang nahe war und die Besatzung dem Wellentod entgegensah, dann jauchzte der Klabautermann und bis zum letzten Augenblick verweilte er auf dem untergehenden Fahrzeug. Versank es endlich in den tosenden Fluten, so war der letzte Ton, der an die Ohren der Ertrinkenden schlug, das gellende Gelächter des Klabautermanns. Und aus seinem Bereich war Helge gezwungen, Wasser zu holen? Natürlich hatte sie diese Tatsache sofort ihrem Manne mitgeteilt und ihn inständig gebeten, sich doch bei all den anderen Menschen im Dorf ein neues Häuschen zu bauen. Gern wollte sie alle ihre Ersparnisse hingeben, um nur dieser gefährlichen, unheimlichen Nachbarschaft zu entgehen. Aber da war sie schön angekommen. Jan wollte über Helges Entsetzen schier platzen vor Lachen und rief, »Nörrisches Weib! Denkst du, ich weiß nicht, wer unser Nachbar ist?« »Das ist's ja eben, was mir Spaß macht, dass uns der wunderliche Kauztrinkwasser geben muss. Er mag wollen oder nicht.« »Ach, sei nicht so dumm, dich zu fürchten!« »Der Klabautermann ist kein so schlimmer Gesell, wie du glaubst. Ich habe Beispiele genug gehört, dass er Schiffer und Fischer sogar beschützt hat.« »Umso weniger hättest du seinen Unwillen herausfordern sollen,« entgegnete die Frau ernst. »Man muss die Bosheit nie herausfordern und die Gutmütigkeit nicht missbrauchen.« »Warum störst du den Wassergeist in der Stille seiner Wohnung? Ich glaube nicht, dass es ihm gefällt, wenn ich den Eimer in die Quelle hinablasse.« »Ach, Walbergeschwätz!« brummte der Fischer. »Wenn ihm meine Nachbarschaft nicht gefällt, mag er vorziehen.« Elge seufzte. Sie wusste leider schon längst, dass ihr Mann niemals auf vernünftige Vorstellungen hörte, sondern nur seinem Eigenwillen folgte. Seit dieser Zeit ging sie mit Zagen und Widerwillen nach der Quelle. Viel lieber wäre sie drei Stunden nach dem Hertersee gegangen. Allein dessen Wasser war am Ufer oft trüb und schlammig. Sie schöpfte von nun an mit der größten Vorsicht und vergaß niemals, vorher hinabzurufen, »Bitte erlaube mir, ein wenig Wasser hier zu schöpfen!« Als dann war es ihr, als ob aus dem Wasserspiegel ein runzliges Antlitz zustimmend nickte. Es war an einem sonnigen Sommernachmittag. Das Meer glitzerte und glänzte im Sonnenschein und murmelte leise wie ein Waldbächlein. Über ihm wölbte sich tief blau die Himmelsdecke. Am Horizont flossen Himmel und Meer so innig zusammen, als ob man dort aus einem ins andere schreiten könnte. Helge war zur Quelle gegangen, hatte aber ihre Eimer hingestellt und saß nun, die Hände über dem Knie verschränkt, nachdenklich auf einem Felsenvorsprung. Gedankenvoll blickte sie in die Ferne. Dort draußen, die weißen Punkte, waren wohl die Fischerboote, bei denen sich auch Jan befand. Sie fühlte sich heute wieder einmal recht einsam. Die schwüle Stille wirkte niederschlagend auf ihr Gemüt. Es war so leer, so öde um sie. Warum war ihr nur das Glück nicht beschieden, ein Kindlein zu besitzen? Unwillkürlich hatte sie ihren Gedanken Worte verliehen. Da, plötzlich ein Schrei, ein Platsch, und als sie sich erschrocken umsah, bemerkte sie, dass von dem steilen Abhang ein kleines Kind in die Quelle gefallen war. Diese war tief, rasch und entschlossen beugte sich Helge über den Brunnenrand. In demselben Augenblick tauchte das Kind wieder empor. Sie erfasste es und mit einem kräftigen Ruck hob sie es hoch. Es war ein Knabe von vielleicht drei Jahren. Weder der Fall noch das Bad schien ihm geschadet zu haben, denn er blickte seine Retterin mit hellen Augen an und lachte. Schön war er nicht, das musste man sagen. Auf einem kleinen, schmächtigen, aber starkknochigen Körper saß ein großer, dicker Kopf, bedeckt mit langsträhnigem, schwarzen Haar, das zottig in die breite, niedere Stirn hineinhing. Die gelbe Haut war straff über die hervorstehenden Backenknochen gezogen. Ein breiter Mund mit wulstigen Lippen ließ zwei Reihen mächtiger Zähne erkennen. Eine kleine, plumpe Nase gereichte dem Gesicht, durchaus nicht zur Zierde und nur die beweglichen, grauen Augen verschönerten dasselbe, einigermaßen. Im Grunde bot der Junge den Anblick eines recht hässlichen, kleinen Ungetüms. Er schien überdies auch keineswegs von reicher Herkunft zu sein, denn das einzige Kleidungsstück, das er trug, war ein grobwollner, brauner Kittel. Seine krummen Beinchen waren unbedeckt. Was fragt denn aber ein Frauenherz nach Schönheit, wenn sein Mitgefühl für ein hilfsbedürftiges Wesen erweckt wird? Frau Helge trocknete den armen Schell mit ihrer Schütze ab und fragte ihn besorgt, ob er sich wehgetan habe. Da riss der Kleine den Mund weit auf und schrie, nein, Purzelbaum macht Bums platsch. Dabei bezeichnete er den Vorgang so komisch mit Händen und Beinen, dass die Frau mitlachen musste. Endlich fragte sie den Knaben, der es sich auf ihrem Schoß bequem gemacht hatte, wie heißt du denn, mein Söhnchen? Wer sind deine Eltern und wo wohnst du? Der Knabe schien aber gar nicht zu verstehen, was die Frau wissen wollte, sondern rief nur, vergnügt mit den Beinen strampelnd, Bautsmann, Bautsmann. Du kannst doch nicht Bautsmann heißen, erwiderte verwundert Helge. Aber oh ja, oh ja, beteuerte der Kleine lachend und zappelnd. Helge überlegte, was sie wohl mit dem Kind anfangen sollte. Es hatte so etwas Fremdartiges an sich und schien durchaus keine Auskunft über seine Angehörigen oder seine Heimat geben zu können. Willst du mit mir kommen? fragte sie von Neuen und ein Eierhunger Essen antwortete der Kleine. Das ließ sich die Frau gesagt sein. Rasch füllte sie ihre Eimer, hob den einen auf die Schulter und hieß den Kleinen sich an der Hand festzuhalten, mit welcher sie den anderen Eimer trug. Wie der Junge mit den krummen Beinchen rennen konnte. Im Häuschen angekommen, holte Helge Ziegenmilch und Brot dazu um den Hunger ihres Findlings zu stillen. Dieser war auf die Bank geklettert und stemmte die Ärmchen auf den Tisch, als ob er von jeher hier daheim gewesen wäre. In unglaublich kurzer Zeit hat er die Speisen verzehrt. Doch war nicht so unbescheiden noch mehr zu fordern, obgleich sich Helge erbot, ihm noch Milch und Brot zu holen. Er machte sich bald bequem, streckte sich auf die Bank, legte den Kopf auf den Arm und schlief ein. Kopfschüttelnd betrachtete die Frau den kleinen Schäfer. Er war doch ein gar zu wunderliches Geschöpf. Was würde wohl ihr Mann zu dem kleinen Gast sagen? Es wurde Abend. Helge war mit dem Zubereiten des Abendbrotes fertig und trat hinaus, um nach Jan auszuschauen. Da nahten die Boote schon. Flink lief sie zum Ufer hinab, um beim Landen zur Hand zu sein. Ihr Mann winkte ihr schon von Weitem fröhlich zu und rief herüber, solchen fangen wie heute hab ich noch nie gemacht. Schau her, Weib, das Boot fasst die Fische kaum. Helge schlug die Hände vor erstaunt zusammen. Da galt es sich zu rühren, um das Glück richtig zu nützen, damit die schöne Beute nicht verderbe. Vorläufig wurden die Fische in Fässer getan und für die Nacht an einen kühlen Ort gestellt. Morgen in aller Frühe sollte es an das Einsalzen oder Trocknen gehen. Die Sonne war bereits untergegangen, als Jan und Helge in die Stube traten, um sich das wohlverdiente Abendbrot schmecken zu lassen. Erst jetzt fiel es der Frau ein, dass sie ganz vergessen hatte, ihrem Mann von dem kleinen Ankömmling etwas zu sagen. Im Halbdunkel kollerte den Eintretenden ein sonderbares Etwas entgegen. Es war der kleine Junge, welcher ausgeschlafen hatte und nun zum Zeitvertreib Purzelbäume in der Stube schlug. Verwundert prallte Jan zurück, doch Helge erzählte kurz und bündig, während sie die Tranlampe anzündete, wie sie zu dem Kinde gekommen sei. Prüfend betrachtete der Fischer den wilden Knaben. Dann packte er ihn mit raschem Griffe beim Genick, stellte ihn auf die Beine und sagte, Na, mal still, Knaps, musst doch sehen, was du eigentlich für ein Kerlchen bist. Der guckte ihn von unten herauf mit einer so komisch ernsthaften Miene an, dass Jan in lautes Lachen ausbrach und rief, Geldweib, gerade so hätte unser Söhnchen nicht ausschauen sollen. Ich werde morgen nach der Arbeit Umfrage halten, wohin der kleine Schelm gehört. Sollte sich jedoch niemand zu ihm finden, nun, so mag er eben bei uns bleiben. Ein listiger Blick schoss aus den Augen des Knaben nach Jan und Helge. Diese jedoch bemerkten es nicht und Helge hob ihn auf die Bank, damit er an der abendlichen Mahlzeit teilnehme. Jans Nachforschungen nach des kleinen Eltern und Heimat blieben erfolglos, obgleich er sie beharrlich wochenlang fortsetzte. Bautsmännchen zeigte auch gar kein Verlangen wieder fortzukommen, sondern fühlte sich in Klaasens Hause ganz heimisch. Helge war dies recht, sie hatte den Wildfang lieb gewonnen. Er sieht doch gar nicht so hässlich aus, wie es mir anfangs vorkam, sagte sie zu ihrem Mann. Doch dieser schlug ihr lachend auf die Schulter und fügte hinzu, weil du dich bereits an den Kleinen gewöhnt hast. Wochen und Monate gingen dahin. Der Knabe, den man Klaus genannt hatte, weil Bautsmann doch gar zu sonderbar klang, brachte Leben in das eintönige Dasein Jans und Helges. Er tummelte sich auch sorglos außerhalb des Häuschens, kletterte mit den beiden Ziegen um die Wette oder bat den Fischer so lange, bis er ihn mit auf den Fischfang nahm. Dann hockte er auf der Spitze des Kieles und wenn das Boot auf bewegten Wellen auf und niedertanzte, schrie er lustig an hockte 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 fänglich war Jan ängstlich gewesen, das Kerlchen könne am Ende ins Meer fallen, aber diese Sorge schwand bald, denn Klaus klebte wie eine Klette an dem Kahn. Und als er eines Morgens doch ins Wasser purzelte, sah Jan zu seinem höchsten Erstaunen, dass er schwimmen konnte wie eine Wassermaus. Das schien ihm doch nicht mit rechten Dingen zuzugehen und bedenklich sah er den Jungen von der Seite an, als er wieder im Boot stand und wie ein nasser Pudel das Wasser abschüttelte. Bald aber beruhigte er sich. Er dachte, der Klaus ist jedenfalls älter, als wir gemeint haben. Er ist nur so klein und bei seinem hässlichen Gesicht lässt sich das Alter schwer bestimmen. Es ist schade, dass er darüber keine Auskunft geben kann. Einige Tage später begleitete Klaus seine Pflegemutter, die eine Bütte voll Fisch nach dem Markt trug. Unterwegs begegnete ihn der alte Knut, der Ziegenart. Kaum hatte er den Knaben an Helges Seite erblickt, so fuhr er zusammen, als ob ihn eine Natter gestochen hätte. Starr sah ihn an und hob warnt die Hand in die Höhe. Woher? Habt ihr den Jungen geklossen? rief er aus. Schafft ihn schleunigst wieder hin, wo ihr ihn gefunden habt. Denkt an meinen Rat! Klaus war hinter die Frau getreten und schnitt dem Hürden eine fürchterliche Fratze, wobei er drohend die kleine Faust ballte. Doch dieser ließ sich nicht irre machen, sondern sagte mit erhobener Stimme, »Ihr scheint aus Holland zu stammen, man hört es an der Sprache, ja, ja, dort gibt es Leute, die haben Wohnungen wie Dachse und Füchse, nur, dass sie mit Wasser gefüllt sind und ihre Ausgänge an den Ufern aller Meere haben, damit sie bei der Hand sind, wenn Sturm und Wetter die Schiffe in Not bringen. Hätte jetzt Frau Helge Obdacht auf ihren Schützling gehabt, so würde sie mit Entsetzen die Veränderung bemerkt haben, die mit ihm vorging. Die Füße schienen vor Wut den Erdboden zerstampfen zu wollen, die Gesichtszüge waren verzerrt, aus dem Munde fletschten die Zähne wie bei einem Raubtier und die Augen schienen Flammen zu sprühen. Von alledem nahm die gute Frau jedoch nichts wahr. schenft antwortete sie, wir haben das hilflose Kind aufgenommen, weil niemand es haben mochte und bis jetzt haben wir keine Ursache, den armen Schelm wieder fortzujagen. Uns ist endlich ein Kind geschenkt worden, das wir lieb haben können. Nicht wahr, Klaus, du hast uns auch lieb. Bei den freundlichen Worten Helges hatten sich die Mienen des Knaben wieder aufgehellt und jetzt antwortete er freundlich, nicht ohne einen Seitenblick auf Knut, der mit vorgestrecktem Kopf aufheuchte, ja, hab euch lieb, Bautsmann will bei euch bleiben. Bei dem Namen Bautsmann zog Knut erneut zusammen, fuchtelte nochmals warnd mit seinem Stock in der Luft herum, sagte aber nichts mehr, sondern hängte davon. So war der Spätherbst gekommen. Das Wetter wurde von Tag zu Tag stürmischer und für die Fischer gefährlicher. Mit Sorge sah Helge oftmals ihren Mann hinausfahren auf die stürmische See. Seine alter Trotz und Übermut, die eine Zeit lang geruht hatten, brachen plötzlich mit Gewalt wieder hervor und er achtete weder auf Bitten noch auf Warnungen. Seine Lust an der Gefahr überwog alle vernünftigen Vorstellungen. Auch den kleinen Klaus befiel eine merkwürdige Unruhe. Er kam oft den ganzen Tag nicht heim und Helge lebte in fortwährender Angst, dass jemand Unglück widerfahren sei. Seit die schlimme Witterung eingetreten war, durfte er Jan nicht mehr bei dem Fischfang begleiten. Seine Bitten wurden rau zurückgewiesen. Das fehlte mir noch, auf einen unnützigen Bengel aufpassen zu müssen, wenn man alle Hände voll zu tun hat, um mit Wind und Wasser fertig zu werden. Warte, bis du groß bist, dann kannst du mir helfen. Eines Tages rüstete sich Jan wieder zum Fischfang. Der Sturm heulte um die Hütte, als ob alle bösen Geister losgelassen wären. Dichte Nebel verhüllten das Meer. Die Sonne glich einem Schwefelgelben Ball, der sich mühsam im Formament fortwälzte. Als Jan das Boot klar machte, war Helge ihm gefolgt. Sie war zum Mitfahren fest entschlossen, damit ihr Mann wenigstens jemanden in der Nähe habe, der ihm beistehen könne. Aber Barsch und Ungestüm hatte dieser ihre Hilfe zurückgewiesen. Ich bin Manns genug, schrie er ihr zu, und ich brauche keinen Weiberbeistand. Du willst mich wohl gar retten, wenn es an Hals und Kragen Du bleibst daheim, Punkt um. Als Jans Boot in den wallenden Nebelmassen verschwunden war, kehrte Helge tief betrübt ins Häuschen zurück. Eben schlüpfte Klaus mit einem listigen Lächeln zur Hintertür hinaus, als die Frau in die Stube trat und sich nach dem Knaben umsah. Es war ihr gar nicht lieb, dass auch er sich bei dem bösen Wetter herumtrieb. Wollte er es ihrem Mannen nachtun? Der Tag schlich dahin. Gegen Abend hältte sich der Himmel etwas auf und heute war Vollmond. In Helges geängstigtem Herzen stieg die Hoffnung auf, dass ihr Mann beim Mondenschein zurückkehren werde, wenn nur das Meer sich etwas beruhigte. Auch Klaus war den ganzen Tag nicht heimgekommen. Wo trieb sich der Boot nur umher? Die Frau trat vor die Tür, um nach ihm auszuschauen. Siehe, da nahte der alte Knut. Er winkte und machte schon von weitem allerhand Zeichen, dass Frau Helge mit ihm kommen solle. Anschreckend durchfuhr sie, war ein Unglück geschehen. Knut ging eilenden Schrittes den steilen Weg hinab, der in das Tal führte, wo der Herter See lag. Immer winkend rief er Helge halblaut zu, geschwind, geschwind, dass wir unten sind, wenn der Mond aufgeht. Da werdet ihr sehen, was ihr mir nicht glauben wolltet. Der Frau klopfte das Herz. Was sollte sie nur erfahren? Jetzt waren sie angekommen. Knut fasste sie bei der Hand und zog sie hinter einen Fels Vorsprung, von dem man aus ungesehen das Tal beobachten konnte. Alles lag still. In wunderlichen Formen und Gestalten wallten die Nebelschleier durcheinander. Ein fahles Licht ließ alles noch unheimlicher erscheinen. Aus dem sumpfigen Boden am Rande des Sees tauchten zahllose Oerrlichter auf. Leuchtende Dünste durchzogen die Luft. Es war ein Leben und Treiben das unheimlich aussah. Plötzlich erschien der Mond über den Hügeln und sofort veränderte sich das Bild. Den Abhang herab schritt Hertha eine große weißgekleidete Frau. Weithin wallte ihr goldblondes Haar gleich einem mächtigen Schleier. Ihre großen blauen Augen strahlten in mildem Glanz, doch über ihrer ganzen Erscheinung lag der Ausdruck tiefer Trauer. Als sie am See angekommen war, umringten sie zahllose weibliche Wesen, die aus den Nebeln entstanden waren. Sie brachten einen goldenen Wagen herbei, den sie vorher im See gewaschen hatten. Aber siehe, er war morsch und die Speichen seiner Räder waren zerbrochen. Im wogenden Reigen zogen sie den Wagen hinweg und nun umtanzten Kobolde und Erdgeister die betrübte Frau, die teilnahmslos am Seeufer saß und nach dem stillen Monde blickte. Da veränderte sich das Bild. Mitten auf dem See kam ein sonderbares Wesen in einem Muschelwagen angefahren. Beinahe hätte Helge laut aufgeschrien und Klaus ausgerufen, wenn ihr nicht zu rechter Zeit Knut die Hand auf den Mund gelegt hätte. Das Männchen sah aber durchaus nicht kindlich aus, sondern trug einen langen, dunklen Bart, auf dem Kopf eine Lederkappe und war nach Art der holländischen Schiffer gekleidet. In der Hand hielt es eine weithin leuchtende Laterne, welche es lustig im Kreise schwang. Vor der weißgekleideten Frau machte es Halt, verneigte sich und schien ihr leise etwas mitzuteilen, wobei es mehrmals nach der Richtung deutete, in der Klaßens Hütte lag. Ein Schimmer von Heiterkeit überflog Herters Gesicht, als ihr den kleinen Abschied nehmt, freundlich grüßte. Dieser lenkte alsbald seine Muschel nach der Mitte des Sees, wo er versank. In diesem Augenblick kamen düstere Wolken und verhüllten den Mond. Im Nu verschwanden auch die übrigen Gestalten auf dem Hertersee sowie Herter selbst. In der Luft ertönte ein dumpfes entsetzliches Brausen und mit doppelter Gewalt brach das Unwetter wieder los. Helge war regungslos. Ihr wirbelte der Kopf von dem Gesehenen und ließ sie keinen Gedanken fassen. Da packte Knut sie am Arm und rief, wisst ihr nun, wenn ihr bei euch aufgenommen habt, habt ihr den Klabauter Mann erkannt? Helge konnte nicht antworten. Sie nickte nur stumm und ließ sich willenlos von dem Hörten wegziehen. Es war schwer, das Häuschen zu erreichen, denn die Naturgewalten schienen sich verschworen zu haben, den entsetzlichsten Reigen aufzuführen. Das Meer brüllte und schleuderte Wogenberge brandend gegen die Felsen, als ob es das Eiland vernichten wollte. Ihr Mann drang Helge die Hände, denn aus diesem Aufruhr der Natur kehrte wohl ihr Mann nimmer zurück. Volltrotz und sehr befriedigt, sein Weib zurückgewiesen zu haben, segelte Jan hinaus auf die See. Obgleich Wind und Nebel für den Fischer keine Verbündeten sind, sinkte er doch die Netze ins Meer. Er hat aber heute entschieden Unglück. Zuerst geriet das Netz an eine Klippe, und es war noch gut, dass es völlig zerriss, denn beinahe wäre durch die Gewalt des Rucks das Boot gekentert. Während Jan damit beschäftigt war, das Netz aus dem Wasser zu ziehen, legte sich der Wind in die Segel und von Neuem kam das Schiff in Gefahr umzuschlagen. Jan arbeitete aus Leibeskräften, um das Segel zu retten, denn der Sturm erhob sich immer mehr. Nur mit der äußersten Anstrengung gelang es ihm endlich. Dichter und Kälte umgaben die Nebelmassen den einsamen Fischer, kaum konnte er die blendend weißen Schaumkämme der heranstürzenden Wogen erkennen. Doch der wetterharte Mann verzagte nicht. Mit eiserner Faust hielt er das Steuer und lugte scharf aus, dass er vor dem Winde blieb. Allerdings sagte er sich, dass er auf diese Weise keine Aussicht hätte, wieder in die Nähe der Heimatinsel zu gelangen, sondern vielmehr auf das weite Meer hinaustrieb. Mittag war vorbei, als sich der Wind einigermaßen legte und hier und da ein Riss in der Nebelwand entstand. Eiligst hisste Jan das Segel auf und durch Kreuz- und Querfahrt hoffte er, die Rückkehr noch vor dem Dunkelwerden bewerkstelligen zu können. Es sollte ihm nicht gelingen. Der Sturm schien nur Atem geholt zu haben, denn als der Abend nahte, erhob er sich mit erneuter Gewalt. Gleichzeitig brach eine dichte Finsternis herein, und der unglückliche Fischer sah sich rettungslos dem empörten Meere preisgegeben. Vergebens kämpfte er mit Aufbetung seiner letzten Kräfte in Todesangst um sein Leben. Längst waren ihm das Spotten und das Trotzen vergangen. Noch einmal durchbrach der Vollmond die Wolken und den Nebel, und dann wurde es wieder tiefe Nacht. Stumm und starr, nur noch krampfhaft das Steuer umklammernd, hockte Jan in seinem Boot. Da, plötzlich, was war das? Welch sonderbarer Lichtschein! Was kauerte denn da vorn auf dem Kiel? Dem Fischer lief es eiskalt über den Rücken, als er erkannte, dass es ein zwerghaftes Männchen mit einem langen Bart war, welcher eine Laterne im Kreise schwank und gellend dazu lachte. Der Klabauter Mann, murmelte der blassende Jan. Ja, der Klabauter Mann, kreischte der Kleine. Erkennst du mich nicht? Klaus Bauts Mann, rief entsetzte Fischer. So ist's, entgegnete der, ich bin Helges und dein Pflegesohn. Euch zu prüfen, kam ich in euer Haus. Jetzt siehst du nun, eigenwilliger, hochmütiger Mensch, wohin dich dein wilder Trotz geführt hat. Jan vermochte nicht zu antworten. Seine Zähne schlugen klappernd gegeneinander und die helle Verzweiflung malte sich auf seinen Zügen. Seine schlotternden Beine trugen ihn nicht mehr. Kraftlos sank er in sich zusammen und seinen Händen entglitt das Steuer. Ei, wie das befreite Schifflein nun auf den turmhohen Wogen tanzte, ein lustiges Spiel, wenn es nur nicht so verderblich gewesen wäre. Das Fischers Übermut war gebrochen. Er gab sich in sein Schicksal und erwartete den Tod, den er selbst heraufbeschworen hatte. Klaus bat er mit leiser, demütiger Stimme, ich habe mein Los verdient. Wenn es aber noch eine Gnade für mich gibt, so bitte ich dich, grüße mein armes Weib, tröste sie und verlasse sie nicht. Der Kleine hob seine Laterne empor und leuchtete dem Mann ins Gesicht. Nachdem er ihn durchdringend angesehen hatte, rief er, will sehen, was sich für dich tun lässt. Und für sich setzte er hinzu, diese Lehre wird er nicht vergessen. In demselben Augenblick raste eine Riesenwelle heran und verschwunden war das kleine Fahrzeug mit seinen Insassen. Am anderen Morgen ging die Sonne fröhlich und heiter auf, gerade als ob niemals ein Unwetter sie verdunkelt hätte. Das Meer murrte noch ein wenig, die Wellen schlugen noch unruhig gegen den Strand. Aber die unendliche Wasserfläche machte einen friedlichen Eindruck. In Klassens Hütte war es still. Helge saß vor dem großen Bett, dessen bunt geblümte Vorhänge zurückgeschlagen waren, und blickte besorgt auf ihren Mann, der mit verbundenem Kopf in den Kissen lag und im Fieber irre redete. Sie beachtete die eigene Erschöpfung nicht, hatte sie doch die ganze Nacht in Sturm und Graus am Ufer gestanden und in Angst auf ihren Mann gewartet. Beim Morgengrauen hatte sie auf einmal ein kreischendes Hoi-oh-ho vernommen. Gleich darauf spülte eine Welle mit dumpfem Krach ein Boot ans Ufer, in dem sich, mit einem festgeschnürt Jan befand. Voll Schreck und doch voll Jubel hatte Helge ihren Mann losgeknüpft und freilich gab er nur schwache Lebenszeichen von sich und blutete aus seiner Kopfwunde, aber die brave Helge hob ihn auf und trug ihn in die Hütte. So befand sich nun der Fischer in treuer Pflege und nach wenigen Tagen hatte das gute Weib die Freude ihren Mann genesen zu sehen. War dies aber noch ihr wilder Jan? Er war wie ausgewechselt, ernst und sanft, ruhig in seinem ganzen Benehmen, konnte sie ihn kaum wiedererkennen. Er bemerkte das freudige Erstaun seiner Frau und benützte die erste Gelegenheit, als sie abends bei der Lampe behaglich beisammen saßen, ihr die Erlebnisse seiner letzten Schreckensfahrt zu erzählen. Am Schluss reichte er ihr die Hand und sagte, von nun an will ich ein anderer werden. Nie wieder werde ich mich mutwillig in Gefahr begeben. Wir wollen uns im Dorf bei all den anderen Menschen anbauen, dann werden wir auch den Klabautermann in Zukunft nicht mehr belästigen. Wie froh war Helge über diesen Entschluss. Sie erzählte, was sie mit Knut gesehen hatte, und Jan hörte ihr vollstaunend zu. Im nächsten Frühjahr wurde im Dorf ein neues Häuschen erbaut. Es gehörte Jan Klassen. Schon im Spätsommer konnte das glückliche Paar einziehen. Hier sollte ihnen auch eine Freude zuteil werden, die ihnen bisher versagt geblieben war, denn im Herbst lag ein prächtiger Junge in der bunten Wiege. Von nun an wurde ihr Glück durch nichts gestört. Den Klabautermann sahen sie nie wieder. Sein Andenken aber hielten sie in Ehren und litten nicht, dass man ihnen einen boshaften Wassergeist schallt. Das alte Haus Mitten in einem behaglichen Sommeraufenthalt auf dem Lande traf mich plötzlich die Nachricht, dass meine Tante Dorothea gestorben sei und wieder alles erwarten, nicht anderweitig über ihr sehr bedeutendes Vermögen verfügt habe. Das Haus, das meiner Tante gehörte, liegt in Berlin am Karlsbade. Wer diese Gegend kennt, dem wird längst zwischen den reizvollen und wohlgepflegten Gärten, den prächtigen Villen und palastartigen Häusern dieser Straße ein Gebäude aufgefallen sein, das morsch und verfallen in einem gänzlich verwilderten Garten darliegt, wie ein vergessenes Überbleibsel aus alter Zeit. Hier hatte die alte Tante ein einsames Sonderlingsleben geführt, dessen Kernpunkt ein unbesiegliches Misstrauen gegen alle Menschen und insbesondere gegen alle Verwandten bildete, weshalb ich kaum in meinem Leben Gelegenheit hatte, sie zu sehen und noch weniger sie kennenzulernen. Ich langte am Nachmittag in Berlin an und nachdem ich mein Gepäck in Frederichs kleines, freundliches Hotel in der Potsdamer Straße gebracht hatte, machte ich mich sofort auf, das Haus am Karlsbad aufzusuchen. Die mürrische alte Haushälterin empfing mich und führte mich in das Zimmer, wo die Verstorbenen in ihrem letzten Ruhebette lag. Die Vorhänge waren niedergelassen und auf einem schwarz behangenen Postament zwischen brennenden Lichtern stand der offene Sarg. Die alte schlurfte wieder hinaus und ließ mich allein. Ich sah die harten, scharfen Züge, in denen doch noch die Spuren früherer Schönheit bemerklich waren, nun zum letzten Mal. Es war mir, als wäre ein Zug des Friedens und der Milde darin, den ich im Leben nie bemerkt hatte. Über dem Sarg, auf die Totenkleider und auf das schwarze Postament waren Blumen gestreut, und zwar von einer milden Hand, die Verständnis für dergleichen hatte. Ich wusste mit Gewissheit, dass die Haushälterin das nicht getan haben konnte. Die Bestattung fand nach letztwilliger Bestimmung am Abend statt und verzögerte sich so lange, dass schon die Dämmerung eintrat, als der schwarz behangene Wagen mit dem Sage fortfuhr. Es war ein ödes Begräbnis. Sie hatte keinen Faden ins Leben gesponnen und sich keine Herzen verknüpft. Keine Teilnahme folgte ihr nach. Einsam rumpelte das schwarze Gefährt durch die Straßen und nebenher wandelten sechs von den schwarzen Lohndienern des Todes, deren Beruf diese Beschäftigung mit sich bringt. Sie gingen zu beiden Seiten des Wagens und in ihren rötlichen Gesichtern trugen sie einen Ausdruck bezahlter Trauer, gemischt mit einem wehmütigen Zug ewig unstillbarer Sehnsucht nach geistigen Getränken. Hinterher folgte ich in einer schwarzen Trauerkutsche. Es war ein dunkler, wolkenverhangener Sommerabend. Unterwegs fing es an, leise zu regnen, und als wir um Kirchhofer anlangten, war die Dunkelheit ganz hereingebrochen. Der Totengräber kam mit einer Laterne, den die Kronen der Bäume gar seltsame Lichter warf und sich in dem vor Nässe glänzenden eisernen Kirchhofstor spiegelte, und knarrend taten sich die Torflügel auf. Der Totengräber ging mit der Laterne voran. Die sechs Träger folgten mit dem Sage. Ein langer Weg durch Gräber, Grabkreuze und Monumente, die vom Lichte der Laterne in nassem Glanze hervorleuchteten und wieder verschwanden. Endlich aus seiner weißen Kapelle gähnte uns eine dunkle Toröffnung entgegen. Der Totengräber stellte seiner Laterne auf den Sarg des verstorbenen Gatten und ging fort. Die Träger setzten ihre Bürde ab und verschwanden ebenfalls, während ich die Kränze, die ich mitgebracht hatte, niederlegte und noch einen Augenblick verweilte. Es war ganz still ringsum, denn der Kirchhof lag ziemlich weit von der Stadt. Nur das unablässige Rieseln des Regens war vernehmlich. Vor meinem Geiste sah ich es fließen und gleiten wie einen stillen dunklen Strom unablässig und wir alle treiben mit ihm weiter und weiter hinaus bis in das große unbekannte Meer von dessen Ufern keine Wiederkehr ist. Ich schickte den Wagen fort und wanderte zu Fuß langsam durch den rieselnden Regen in mein Hotel zurück. Geschäftliche Angelegenheiten, die Ordnung des Nachlasses betreffend, füllten die nächste Zeit aus. Dabei war es Sommer, glühender, regenloser, stauberfüllter Sommer, und wer solche Jahreszeit in Berlin kennengelernt hat, der weiß, dass diese Stadt dann als ein klimatischer Kurort für Leute, deren zu großer Lebenslust leiden, von unschätzbarem Werte ist. Zuweilen rettete ich mich des Abends ins Freie, und einmal sah ich das große Häuserwesen vom Kreuzberger aus vor mir liegen, eingehüllt in einen graublauen Dunst, aus dem nur die Türme wie luftschnappend hervorsahen. Das Rollen und Rauschen der Großstadt, das mir durch die Nachmittagsstille herüberdrang, erschien mir wie das leise Brodeln und Schmoren eines Gerichtes, das man in seinem eigenen Dunst gar werden lässt. Der unablässig herniederbrennende Sonnenschein heizte Steinhäuser und Steinpflaster mit solcher Glut, dass keine Nacht mehr Abkühlung brachte. Und als ich eines Morgens nach einer vor Hitze schlaflosen Nacht schon um drei Uhr ins Freie strebte, schlug mir noch immer die Wärme eines Backofens entgegen. Ich besah mir alle Tage zur Abkühlung auf der Karte die nördlichen Länder und schwelgte in der Vorstellung einer grünländischen Reise. Die Hochachtung, die ich sonst kühnen Polarfahrern entgegengetragen hatte, begann bedeutend zu sinken gegen den grenzenlosen Respekt, den mir die einzuflößen begann, die äquatoriale Hitze nicht scheuend das Innerste von Afrika zu durchforschen trachteten. In meinem Hotelzimmer hing die Darstellung einer Wassernymphe, die mit dem üblichen Kruge und dem gebräuchlichen Kleidermangel in der gewohnten Grotte am Wasser saß. Ich betrachtete sie Tag für Tag mit brennendem Neide darüber, dass ihre gesellschaftliche Sonderstellung sowie ihr wässerige Beruf es ihr gestatteten, so wenig anzuhaben. Die unzähligen Mengen von kühlenden Getränken, die ich in mich hineingoss und die in meinem Inneren spurlos verzischten, spotteten jeglicher Beschreibung. Dabei zogen sich meine Geschäfte so in die Länge, dass ich für es erste ein Ende noch nicht abzusehen vermochte. Und ich begrüßte deshalb mit Freuden den Vorschlag der alten Haushälterin aus dem Hotel in das Haus am Karlsbade zu ziehen. Denn in dem alten weitläufigen Gebäude und im großen schattigen Garten hoffte ich ein kühleres Dasein zu finden. Bisher war es für mich nicht möglich gewesen dort zu hausen, weil alle Zimmer, die meine Tante nicht direkt bewohnt hatte, sich in einem durchaus unbrauchbaren Zustande befanden und die anderen noch nicht zweckentsprechend hergerichtet waren. An dem Nachmittage meines Umzuges war die Hitze auf den äußersten Grad gestiegen und hatte sich bereits der Innenräume des Hauses und des Schattens der Bäume bemächtigt. Ich verbrachte den Tag damit, mein neues Besitztum einer eingehenden Besichtigung zu unterwerfen. In den Räumen, die meine Tante bewohnt hatte, war alles in gutem Stande und ein frischer Strauß Blumen aus dem verwilderten Garten zierte den Tee-Tisch im Wohnzimmer. Wieder fiel mir die reizende und sinnvolle Anordnung der Blumen auf. Die übrigen Räume waren in dem Zustand des Verfalles geblieben, den meine Tante augenscheinlich begünstigt oder jedenfalls nicht gehindert hatte. Ich durchwanderte die verstaubten und mit Spinnweben bedeckten Räume. Bis auf das Knirschen der fleißigen Holzwürmer in den alten, verschnörkelten, krummbeinigen Möbeln, war alles totenstill dort. Und alle die zahlreichen Uhren, für die meine Tante eine besondere Liebhaberei gezeigt hatte, waren abgelaufen. Mit starrem Zeiger jeder auf eine andere Stunde deutend. Ich öffnete die Fenster, um Luft und Licht einzulassen. Allein es kam nur eine drückende Glut und die Ströme des Sonnenlichtes erflimmten von unzähligen Stäubchen. Überall lagerte jene dumpfe, schwüle, unbewohnter Räume. Überall war Moder und Staub. Alte, künstliche Blumensträuße, die in chinesischen Vasen auf den Schränken standen, zerfielen bei der Berührung zu Pulver. Und aus den Teppichen und Vorhängen erhoben sich Scharen aufgescheuchter Motten, die dort bereits in unzähligen Generationen ungestört gehaust hatten. Ich schaute hinaus in den schweigenden, verwilderten Garten, der im Druck der Sonnenglutsch machten da lag. Die Steige waren mit Gras bewachsen, unter früheren Blumenbeeten stand Hohes und Kraut. Wilder Wein und Efeu waren, von keiner Menschen hatten mehr gezügelt, ihre eigenen Wege gegangen und hatten sonderbare Girlanden und Bodengänge gesponnen. Die Obstbäume waren ohne Pflege ins Holz geschossen und Hecken und Sträucher, die früher unter der Schere des Gärtners gewesen waren, hatten wilde Triebe und Äste in die Höhe gesendet und triumphierten in trotziger Ungebundenheit über die einstige Sklaverei. Die brütende, unheimliche Stille des bröckelnden Verfalls war mir unbehaglich. Ich begann, alle Uhren im ganzen Hause aufzuziehen, nur um eine Art Leben um mich zu haben. Als ich hinaufging, um den Boden zu besichtigen, fand ich die Türe zur Bodentreppe verschlossen. Da mir auch zugleich einleuchtete, dass unter dem Ziegeldach die Glut unerträglich sein müsste, beschloss ich, einstweilen das Extrem zu tun und mich in den Keller zu begeben. Hier ward mir eine fröhliche Überraschung zuteil. Aus den früheren Tagen meiner Tante lagen hier noch sehr ansehnliche Weinvorräte. Und da dieser edle Stoff nicht zu den Schätzen gehört, die Motten und Rost fressen, sondern im Gegenteil alter und behagliche Ruhe seine Güte bis zu einer gewissen Grenze vermehren, so hatte hier unten die Methode, die oben Zerstörung schuf, herrliche Vollendung gezeigt. Ich nahm zwei Flaschen mit edlem Rheinwein hinaus, schickte die alte nach Eis und nahm mir vor, den Akt meiner Besitzergreifung am Abend einsam zu feiern. Es fing aus, ehe es dunkel wurde, in den Garten hinab zu gehen. Dabei wurde mir in einer dämmerigen Ecke des Vorplatzes der seltsame Anblick eines gelben Gartenstrohhutes mit blauem Bande zuteil, der an einem Kleiderriegel hing. Es wäre frevel gewesen, diese Kopfbedeckung, die einen, wenn auch nur leisen Anflug der neuesten Mode zeigte, der alten Haushälterin zuschreiben zu wollen. In dem verwilderten Garten brütete die Schwüle, und der unbarmherzig klare und wolkenlose Himmel verhieß einen ungeminderten Fortbestand dieser erfreulichen Witterung. Am Ende des dürstenden und lechzenden Raumes schien es mir plötzlich wie eine grüne Oase entgegen. Ein kleiner Fleck in der Nähe eines Pumpbrunns zeigte Pflege und die Spuren meiner lebenden Hand. Um eine wuchernde Geißblattlaube herum waren einige wohlgepflegte von Blumen leuchtende Beete. Die Steige waren von Unkraut befreit und sauber gehakt. Dieses kleine Schmuckplätzchen machte einen seltsamen Kontrast gegen die sonstige Verwilderung. Mir fielen sofort die Blumen auf meinem Schreibtische und der geheimnisvolle gelbe Gartenstrohhut wieder Sande des gehakten Steiges. Was war das? Zierliche Spuren eines Mädchenschuhs, die in die Laube hineinführten, leider aber auch wieder heraus, wie ich zugleich bemerkte. Man saß an der Spur, wie elastisch und sicher der Schritt war, der sie hervorgebracht hatte. Hier standen die Füßchen stärker abgedrückt, neben dem Levkojenbeet. Offenbar hatte man sich zu den Blumen hinabgebeugt. Dort wieder bei den Verbenen und dort zwischen den Nelken war er tief in das weiche Gartenland geprägt. Das hatte offenbar den Monatsrosen gegolten, die die Mitte des Beetes zierten. Es gibt nichts, was die Fantasie mehr anregt, als die Spuren eines zierlichen Mädchenfußes. Mich begann das Rätsel, das sich aus all diesen kleinen Anzeichen zusammensetzte, mit großer Teilnahme zu erfüllen. Ich horchte unwillkürlich in den Garten hinaus. Mir war, als müsse ich ein feines, silbernes Lachen oder das Rauschen eines Kleides in den Gebüschen vernehmen, allein nur das unablässige Geschwätz der Sperlinge, die in den Pappeln zur Ruhe gingen und das Schrillen der Turmschwalben aus der hohen Luft drangen an mein Ohr. Unterdessen war es dunkel geworden und ich kehrte in das Haus zurück. Ich fand mein Zimmer bereits erleuchtet und einen gedeckten Tisch meiner wartend. Wieder berührte mich anmutig die freundliche Art der Anordnung, mir war, als schwebe noch ein Hauch dieses geheimnisvollen und anmutigen Wesens in dem Zimmer. Ich stellte die Flaschen in Eis und harte des Weiteren. Mir war, als müsse sich nun das Rätsel lösen. Endlich war draußen ein Schritt vernehmlich, leider nur der wohlbekannte Schlürfende der Alten. Sie trug das Abendessen auf. Dabei keuchte sie so ausnehmend, dass sie ihr den freundschaftlichen Rat gab, sich doch eine jüngere Stütze beizulegen, da sie in ihrem Alter der Ruhe bedürftig sei. Das ist nur mein Asthma, sagte sie, es geht vorüber. Frau Geheimrätin habe ich zwanzig Jahre bedient und keine Hilfe nötig gehabt. Die Frau Geheimrätin litten auch an Asthma. Dabei sah sie mich lauernd seitwärts an. Mein guter Rat schien ihr Verdacht zu erregen. Sie pflegen so hübsche Blumen hinten im Garten, Brigitte, sagte ich mit veränderter Taktik. Sie warf mir wieder einen lauernden Blick zu. Ein paar Blumen fürs Haus und für die Vasen, das muss schon sein, brummte sie. Damit schlurfte sie wieder hinaus. Ich entkorkte eine Flasche und bemerkte dann, dass die Alte vergessen hatte, ein Glas hinzusetzen. Es stand ein Schrank im Zimmer mit hundert Dingen von Porzellan und der gleichen und es glückte mir darin einen alten grünen Römer mit matt geschliffenem Weinlaubkranz und hohem Fuß zu entdecken. Dabei musste ich lächeln über die Unmasse von Tassen und Gläsern, die ich besaß. Dies bewegliche Eigentum stand allerdings in einem hervorragenden Kontrast zu dem Bierseidel mit Zinndeckel und der gemalten Tasse ohne Henkel, die früher meine einzigen Besitztümer dieser Art ausmachten. Als ich nach dem Essen behaglich auf dem Sofa lag und eine Zigarre rauchte, spannen sich diese Gedanken weiter aus. Mir fehlte jetzt eigentlich weiter nichts als seine Frau. Alle sonstigen Dinge waren vorhanden und wenn Motten und Holzwürmer im Laufe der Zeit etwas weniger im Gebiete des Stoffwechsels gearbeitet hätten, brauchte sie nicht einmal eine Aussteuer. Aber in der großen Eisenkiste lagen ja unzählige Papiere, die besten Pflaster auf alle diese Wunden. Ich sah das Haus neu entstehen und freundlich und glänzend im wohlgepflegten Garten liegen. Ich sah eine anmutige Gestalt sich darin umtun. Ich sah sie mit einem gelben Strohhut in den Garten gehen, wo in den frisch gehackten Steigen kleine zierliche Spuren hinter ihr zurückblieben. Ich sah sie zwischen den leuchtenden Blumen stehen, den Kopf voll Anmut mir zugewendet. Ich spürte den Levkoyen Duft. Ja, ich spürte ihn wirklich. Er kam aus dem Blumenstrauße, der in dem zierlichen venezianischen Glase auf dem Tische vor mir stand. Unterdessen war es spät geworden. Ich sah nach der Uhr, es war bereits elf Uhr vorüber. In der unbelebten Straße war es längst still. Zuweilen fuhr mit fernem, leisen Donner ein Zug der Potsdamer Eisenbahn über die Kanalbrücke oder einsame Schritte tönten hallend auf dem Steinpflaster vorüber. Ich beschloss, zu Bette zu gehen. Ein seltsames und ehrwürdiges Gebäude sollte mich diese Nacht aufnehmen. Ich hatte noch nie in einer solchen Pagode geschlafen, es bedrückte mich förmlich. Ein pyramidales Gerüst mit einer großen goldenen Kugel an der Spitze. Vier Löwenklauen hielten dort eine Flut von Gardinen, die sich bis auf den Boden ergossen und mit einem bunten Arabaskenwerk geziert waren, das von einer jeglichen Naturwahrheit selbstschöpferisch verachtenden Fantasie des Künstlers Zeugnis ablegte. Ich schlug die Gardine zurück und er schaute über mir auf einem Gebirge von Kissen das Hochplateau, das mir zum Nachtlager dienen sollte. Nun ward mir auch die Bedeutung einer kleinen Trittleiter klar, die in der Nähe des Bettes stand und deren Stufen mit Teppichstreifen beschlagen waren. Ohne hervorragende turnerische Befähigung wäre es sonst nicht möglich gewesen, den Gipfel dieser Schlafeinrichtung zu erreichen. Ich befahl meine Seele den himmlischen Mächten und stieg zur Probe hinauf. Eine Flut von weichen Kissen schlug über mir zusammen, als ich mich niederlegte. Sofort sah ich ein, dass ich bei der obwaltenden Hitze in diesem Kissen mir kein Auge zutun würde. Kurz entschlossen nahm ich die Decke und ein Kissen mit, kehrte in das Wohnzimmer zurück und legte mich dort halb ausgekleidet auf das Sofa. Was nun der genossene Wein oder was die dumpfe Schwüle, die im Zimmer herrschte, meine so glückliche Fähigkeit im Einschlafen hatte mich an diesem Abend verlassen. In der Stille der Nacht wurden alle die Töne hörbar, die das Geräusch des Tages sonst übertönt. Und es bemächtigte sich meiner bald jene nervöse Spannung, die auf jeden laut achtet, der sich hervortut. Wer da weiß, über welche Fülle von knackenden und polternden, rieselnden und raschenden Tönen ein altes, vernachlässigtes Haus gebietet, der wird es begreiflich finden, dass ich bald vollauf zu tun hatte. Ein Knacken und Dehnen ging zuweilen durch die alten Möbel, als reckten sie die von langem Stehen versteiften Glieder. Und wenn ich in dem ungewissen Dämmerdunkel des Zimmers auf die Schränke und Lehnstühle starrte, so schienen sie sich zu regen und die alten vermorschten Kugel- und Löwenbeine zu heben. Dann wieder kam ein Geraschel die Tapeten herab und ein leises Geriesel Dann tappte es im Schlafzimmer auf dem Fußboden. Dann war wieder ein Gepolter in den Räumen über mir oder ein Geräusch wie von leise schlürfenden Schritten. Ich versuchte zu schlafen allein. Kaum hatte sich ein leichter Nebel um meine Sinne gebreitet, so riss mich ein neues, seltsames Geräusch wieder zum Lauschen empor. Manchmal war es mir, als hörte ich draußen leise Schritte mir fiel meine große eiserne Kiste ein mit den unzähligen Papieren, die vielen Wertgegenstände, die in den Zimmern zerstreut waren, und zugleich die einsame Lage des Hauses. Einmal stand ich auf und sah in den Garten hinaus, der im dunstigen Mondlichte da lag. Es war nichts zu sehen, als der einsame Mondschein und die tief schwarzen Schatten der Bäume. Wenn ich das unablässige Ticken der unzähligen Uhren da, ich bereute jetzt, dass ich sie alle aufgezogen hatte. Von der Diele tönte der kräftige Pendelschlag der Wanduhr, und im Zimmer tickte es unentwirrbar durcheinander, wie ein Geschwätz von vielen Stimmen. Es schien mir, als habe ich schon eine ewige Zeit schlaflos gelegen, und ich ließ meine Uhr repetieren. Sie schlug zwölf. Kaum waren die feinen Klänge verhallt, so fing eine alte, ehrwürdige Uhr mit Alabaster Säulen, die auf dem Sekretär stand, an zu knorren und zu murren, als halte sie dies in einer Eingriff ihre Rechte. Der Perpendikel Schlag wurde ganz lautlos, als hielte sie den Atem an. Dann schnurrte etwas in ihr, und sie fing an, heiser und bedächtig ebenfalls zwölf zu schlagen. Aber eine andere, kleine, cholerische Uhr fuhr dazwischen mit hellem, klingenden Schlage und ward noch eher fertig als das alte, würdevolle Gestell. Nun rief es dumpf wie aus weiter Ferne Kuckuck, Kuckuck, zwölfmal. Dann fing im Schlafzimmer zwei gleichzeitig an und liefen um die Wette, und als der Kampf noch nicht entschieden war, holte die alte Dielenuhr brummend aus und übertönte sie. Nach einer kleinen Pause kam noch eine hinterher, mit scharfem schnellen Schlage, als habe sie versäumt, es einzuholen, und dann blieb es still. So oft ich auch früher die Geister- und Gespensterfurcht mancher Menschen belächelt hatte, in diesem Augenblick fing ich an einzusehen, dass es Momente gibt, in denen der Mensch für das Übernatürliche besonders empfänglich ist. Mit einem gewissen Schauder empfanden meine aufgeregten Sinne den Beginn der Geisterstunde. Ich ruhte zur Nachtzeit in den Räumen, die meine Tante täglich bewohnt hatte, und plötzlich nahm alle Geräusche und Töne, die ich hörte, eine andere Deutung an. Im Schlafzimmer war es manchmal wie das leise Atmen eines Schlafenden. Zuweilen fuhr ich im plötzlichen Schreck zusammen, denn es streichte mich ein Hauch wie von einer wandelnden Gestalt. Mir kam wieder in die Erinnerung, was ich in diesen Tagen schon öfter empfunden hatte, nämlich die außerordentliche Gleichartigkeit meiner Lage mit der Alexanders in der vortrefflichen Erzählung des alten E.T.W. Hoffmann, ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde. Wahrlich, es fehlte nichts, als dass die alte Tante des Nachts umginge und an ihrem Medizinschrank mit Gläsern klapperte, um die Ähnlichkeit vollständig zu machen. Endlich machte doch die Übermüdung ihre Rechte geltend, und ich verfiel in einen Halbschlaf aus Traum und Wachen gemischt, der vielleicht eben zum wirklichen Schlaf werden wollte, als das leise Knarren einer Tür und ein Lichtschein, der an die Wand fiel, mich jäh wieder weckte. Mein Herz, wie von einer eisigen Kralle gepackt, zog sich krampfhaft zusammen, als ich sah, wie die Tür nach der Diele leise und vorsichtig sich öffnete und der hereinfallende Lichtschein sich verstärkte. Dann kam eine helle, weibliche Gestalt in einem Nachtgewande zum Vorschein, die eine Blendlaterne in der Hand trug. Sie lehnte vorsichtig die Tür wieder an und ging mit lautlosen Schritten quer durch das Zimmer zu einem kleinen Wandschrank, der unverschlossen war. Sie stellte die Laterne auf ein Pult, öffnete den Schrank und dann hörte ich ein leises Klingen und Klappern wie von Glas. Plötzlich rutschte der Stuhl, auf den ich meine Hand gestützt hatte, aus und gab ein lautes Geräusch. Ich sah die Gestalt, ein junges, schönes Mädchenantlitz von der Laterne scharf beleuchtet mir zuwenden, dann ein Schrei, ein dumpfer Fall, ein Gepolter der stürzenden Laterne, ein unterdrückter Seufzer hinterher und alles war dunkel und still. Ich sprang eilend vom Sofa und machte Licht. Das junge Mädchen lag lautlos da und regte sich nicht. Ich beugte mich über sie und glaubte, ein leises Atem zu verspüren, es war also nur eine Ohnmacht. Anfangs war ich ganz ratlos und wusste nur, dass etwas geschehen musste, aber die Verwirrung ließ mich zu nichts kommen. Endlich verfehle ich auf das Einfachste, nahm die junge Gestalt auf meine Arme und trug sie auf einen Lehnstuhl. Dann holte ich Wasser und spritzte sie ins Gesicht. In den Zwischenpausen riss ich so stark an der Klingel, dass der ganze Glockenzug mit Gepolter herabfiel. Die alte Haushälterin kam scheltend und hustend über die Diele. Mit verzerrtem Angesicht sah sie, was vor sich ging. Was ist das? keifte sie. Was haben sie hier getan? Sehen sie denn nicht, dass das Fräulein ohnmächtig ist, rief ich, hier heißt es helfen und nicht schwatzen. Die Alte ging zu dem Wandschrank und fingerte zwischen den Gläsern. Dann brachte sie ein kleines Fläschchen herbei und rieb mit dem Inhalt die Stirn der Ohnmächtigen. Wie kommt das Mädchen hierher? fragte ich. Zur Nachtzeit. Es ist meine Nichte, sagte die Haushälterin. Heute Nacht kam ein altes Asthma und die Frau Geheimrätin hatte ein Mittel dagegen in diesem Schrank. Und als ich so in der Angst lag, er bot sich das junge Ding hinzugehen und das Mittel zu holen. Wenn ich es doch nicht gelitten hätte, was haben sie mit ihr gemacht, was haben sie ihr getan? Sie muss geglaubt haben, meinen Geist zu sehen, sagte ich. Sie schrie auf und fiel hin in einem Moment. Ah ja, sagte die Alte, fortwährend reibend mit einem unheimlichen Ernste. Die Frau Geheimrätin gehen um, sie haben keine Ruhe in der alten Kapelle. Ich höre sie oft des Nachts leise einhergehen, wie früher, wenn sie nicht schlafen konnte. Ich habe sie auch schon oft gesehen, sie nickten mir zu mit dem blassen Gesicht dort aus der Ecke vorgestern Abend, aber ich fürchte mich nicht. Ich habe die Frau Geheimrätin so Wach auf, komm zu dir, es ist ja niemand mehr da. Die Wangen des Mädchens röteten sich langsam, die Atemzüge verstärkten sich, und da ich fürchtete, dass mein Anblick ihr in dieser Lage peinlich sein würde, ging ich in das Schlafzimmer. Bald hörte ich die sanfte Stimme der Wachenden, aber ohne zu verstehen, was sie sagte, und dann zogen sich beide wieder in ihre Räume zurück. Das Geheimnis des Hauses war auf eine seltsame Weise gelöst, und zwar nicht zugunsten meiner Nachtruhe. Erst am frühen Morgen fiel ich aus einem unruhigen, oft unterbrochenen Traumschlaf in festen Schlummer. Als die Alte mir am Morgen den Kaffee brachte, hatte sie etwas lauerndes. Ich sah, dass sie mir etwas zu sagen hatte. Ich fragte sie nach dem Befinden ihrer Nichte. Sie ist schon fort, hatte Morgen abgereist, versetzte sie schnell, es war schon vorher so bestimmt, und da ihr der Schreck nichts geschadet hat, so ließ sich sie reisen. Dabei spielte ein befriedigtes Lächeln um ihren alten, welken Mund, und sie schielte mich von der Seite an, als wolle sie die Wirkung dieser Nachricht auf mich beobachten. Ich tat ihr nicht den Gefallen, mich verwundert zu zeigen. So, sagte ich gleichgültig, und vertiefte mich scheinbar eifrig in meine Zeitung. Diese Nachricht berührte mich peinlich, denn, ich muss gestehen, ich brachte das Bild dieses Mädchens nicht aus meiner Fantasie. Immer wieder fühlte ich die volle, anmutige Gestalt in meinen Armen ruhen, immer wieder sah ich sie vor mir liegen, blass, schön und hilflos, die eine schwere Flechte des dunklen Haares auf dem weißen Gewande ruht. Alle die kleinen Anzeichen, die ihre Erscheinung eingeleitet hatten, und alle Fantasien, die ich daran geknüpft hatte, vereinigten sich mit der Wirklichkeit zu einem Bilde, das einen wunderbaren Zauber für mich hatte und nicht aus meinen Gedanken wich. Ich ging aus und streifte den ganzen Morgen im Tiergarten umher. Allein das Bild und die Gedanken verließen mich nicht. Nachher stand ich zu Hause lange vor dem Lehnstuhl, ich rückte ihn mir zurecht, wie er in der Nacht gestanden hatte. Dann ging ich in den Garten und suchte die verblassten Spuren in den Steigen wieder auf. Ich kehrte ins Haus zurück und vergrub mein Angesicht in den duftenden Strauß, der auf meinem Tische stand. Darauf versank ich wieder in eine nachdenkliche Betrachtung des Lehnstuhls, als wolle ich seine verschollenen Formen und die verblasste Farbe seines Überzuges für die Ewigkeit in mein Gedächtnis prägen. Ich glaube, kein Archäologe hat den Kaiserstuhl zu Goslar oder sonst eine historische Sitzgelegenheit jemals mit solchem Interesse betrachtet, als ich diesen alten, wackeligen Lehnstuhl. Einmal war ich im Begriff, mich darauf zu setzen, aber ich tat es nicht. Ich klingelte, denn ich empfand ein brennendes Bedürfnis, mit Brigitte über ihre Nichte zu sprechen. Meine Seele sehnte sich nach Details. Die Alte mit ihrem lauernden Gesicht und ihrem schleichenden Wesen benahm mir sofort alle Lust und meine Absicht erschien mir wie eine Profanation. Ich geriet in Verlegenheit, da ich nun gar nicht wusste, was ich ihr sagen sollte. In meiner Verzweiflung beauftragte ich sie, mir bei der nächsten Gelegenheit Zigarren zu bestellen, obgleich ich wusste, dass noch gegen 900 Stück vorrätig waren. Gegen diesen Zustand musste etwas geschehen. Ich erinnerte mich, dass der Boden bis jetzt meiner Generalinspektion entgangen war und beschloss hinaufzugehen, indem ich bei meiner Vorliebe in altem Gerümpel zu stöbern hiervon eine Ableitung meiner Gedanken erhoffte. Als ich hinaufging, sah ich die Alte sich im Garten zu schaffen machen. Wem aus seiner Kindheit noch ein Stück Bodenpoesie in Erinnerung geblieben ist, der wird verstehen, welchen seltsamen zauberalte Rumpelkammern, Invalidenanstalten für pensioniertes Hausgerät und ausgediente Mäntel auszuüben verstehen. Auf diesem Boden, unter der Glut eines von Flammen der Sonne bestrahlten Ziegeldaches, war das Ideal eines solchen Gerümpelheiligtums zu finden. Ich bedauerte fast schmerzlich hier nicht meine Kindheit verlebt zu haben. Weitläufig, winkelig, verbaut und verstellt von tausend sonderbaren Gegenständen, mit dunklen, dämmerigen Ecken und kleinen, plötzlichen Glasscheiben im Dach, die einen scharfen Lichtstrahl herausschoben, diese Einrichtung war märchenhaft. Meine Augen fielen auf zwei alte verstaubte Kisten mit schnörkelhaftem Eisenbeschlag, die meine Aufmerksamkeit erregten, und ich beschloss, sie näher zu untersuchen. Sie waren nicht verschlossen, und der Inhalt bestand aus Büchern und Papieren. Alte, vergilbte Manuskripte von der Hand meiner Tante alte, verschollene Gedichte, die sie abgeschrieben hatte, Gedichte mit kleinen, niedlichen, romantischen Gefühlen, die einst unsere Mütter begeisterten. Ich blätterte darin herum. Wie unersprießlich und verschimmelt erscheint die Poesie der Tagesmode nach 50 Jahren. Dann kamen unzählige Taschenbücher, die Vorläufer unserer illustrierten Journale und mit Altären, Kränzen und Genien auf dem Titelblatt. Als ich so zwischen den Iris, Iduna, Euphrosyne und wie die Titel dieser Taschenbücher nun alle hießen herumstöberte, hörte ich plötzlich den Schritt der Alten auf der Bodentreppe. Ich saß hinter einem Ofenschirm außer Dienst und zwischen einigen quissierten Lehnstühlen auf einem Kasten und konnte ungesehen durch ein großes Mottenloch hinauslugen. Sie kam die Treppe herauf und ging quer über den Boden zu der Tür eines Mansardenzimmers, die mir bis jetzt noch nicht aufgefallen war, da alte Schränke, die daneben standen, ihren Schatten auf sie warten. Sie verschwand hinter dieser Tür und plötzlich zuckte ich zusammen, denn ich hörte eine Stimme, deren Klang mir von der letzten Nacht her nur zu wohl im Gedächtnis haftete. Das junge Mädchen war noch hier und die Alte hatte es verleugnet. Was war für ein Grund vorhanden, dies Mädchen in so geheimnisvoller Weise zu hüten und zu verbergen wie einen Goldschatz? Der Zug geht morgen um sieben Uhr, hörte ich Brigitte jetzt sagen, den Wagen hab ich schon bestellt. Die Tür war nicht ganz geschlossen und ich konnte, wo ich saß, jedes Wort verstehen. Warum soll ich denn nun aber so plötzlich fort, sagte das Mädchen, und warum muss ich heute hier oben eingesperrt sitzen und darf nicht hinunter? Ich bin jetzt wieder ganz wohl und es ist öde hier, ich mag nicht immer den alten Giebel vom Nebengebäude ansehen. Kind, du verstehst das nicht und dann hab ich ihm gesagt, du seist schon fort. Wenn er nun dich doch sieht, was soll er dann von mir denken? Aber ich verstehe es gar nicht, ich verstehe es durchaus nicht, weshalb er mich nie sehen sollte. Er hat doch so ein gutes Gesicht und so freundliche Augen. Wirklich, das sagte sie, was sollte er mir wohl anhaben? Ich glaube, der kann keinem Kind etwas dass er so schlecht ist. Du bist ein junges unerfahrenes Ding, schallt die Alte, und du kennst die Männer nicht. Selbst den Guten soll ein junges Mädchen nicht trauen, wenn es arm ist und er reich, und wenn es umgekehrt ist, erst recht nicht. Die Armen angeln nach Gold und die reichen nach Schönheit und Unschuld. Ich habe es gestern wohl gesehen, wie er mit den Augen dich nicht los ließ, als du auf dem Lehnstuhl lagst. Heute Morgen tat er so gleichgültig, als er nach dir fragte. Hat er nach mir gefragt? Natürlich hat er und tat so gleichgültig. Allein mir macht er nichts vor. Ich habe ihm gesagt, du wärst abgereist. Ich wäre so gern noch hier geblieben. Es wird dir ja alles schon so schwer in deinem Alter und meine kleine liebe Ecke im Garten. Lass mich doch bleiben. Ich will mich auch nie sehen lassen, wenn er im Hause ist. Nun geht es doch nicht mehr, da ich ihm heute das gesagt habe. Und wenn es auch ginge, ich leide es doch nicht. Warum hat die Frau Geheimrätin so ein verlassenes Leben geführt und ist einsam gestorben? Die Männer sind daran schuld. Wenn du die gesehen hättest, im Hause aus und einging, als sie eine blutjunge Witwe war, du würdest nicht mehr zweifeln. Und dann kam einer, der war anders als die übrigen und die Frau Geheimrätin meinte das auch. Ich dachte, der könnte der Rechte sein, er hatte so etwas Gerades und Ehrliches und passte auch von Größe. Es hätte ein schmuckes Paar gegeben. Der war aber gerade der Schlimmste, er verstand nur sein Handwerk besser als die anderen. Als es herauskam, hat die Frau Geheimrätin sich zu Herzen genommen und so ist es gekommen, dass sie von den Menschen nichts mehr wissen wollte. Es kann ja mal einer gut sein, wie dein Vater zum Beispiel, aber sicherer ist, man traut gar keinem. Ich kann es nun einmal nicht verstehen und kann nicht denken, dass du recht hast, sagte Margarete. Es mag wohl solche Menschen geben, aber dass er so ist, das kann ich nicht glauben. Wie traurig wäre es auf der Welt, wenn es nicht anders wäre, als du sagst. Mein Leben lang habe ich nicht geglaubt, dass es so viel Schlechtigkeit geben könnte, und du weißt von ihm nicht ein Beispiel zu sagen. Ich habe lange genug in der Welt gelebt, um die Menschen zu kennen, und ich habe meine Augen offen gehabt. Er ist auch nicht anders als sie alle. Vor einigen Tagen stand er am Fenster, als sie hier gerade im Hause war, und sah auf die Straße. Da kam so ein leichtfüßiges Ding gegangen mit einer Musik mappe und mit langen rotblonden Haaren, die so den Nacken herunter hängen, wie es jetzt die unordentliche Mode ist. So eine, die nach allen Männern sieht und die Augen vor und hinter sich hat. Die sah ihn am Fenster stehen und lachte ihn an, denn ein schmucker Mensch ist er, das muss man ihm lassen. Danke, alter Drache. Und er Ich sah alles recht gut, denn ich stand hinter dem großen Fliederbusch im Garten. Und den Tag darauf sah ich ihn mit dem hochbeinigen Ding gehen und sie waren so laut miteinander, dass die Leute auf der Straße sich wunderten und ihnen nachschauten. Hiernach entstand eine kleine Pause, in der ich Zeit hatte, nach passenden Ausdrücken der Verwünschung für die alte Brigitte mich umzusehen, die eine unschuldige Begebenheit mit meiner kleinen rotblonden Cousine Hedwig, mit der ich auf dem harmlosen Neckfuße der Welt lebte, also zu meinen Ungunsten ausnutzte. Wann geht doch der Zug? fragte endlich Margarete mit gedrückter Stimme. Morgen früh um sieben Uhr, sagte die Alte, ich habe an deinen Vater telegrafiert, dass er dich von Waldenburg abholen lässt, denn allein darfst du mir nicht gehen. Dann öffnete sich die Tür wieder, die alte Schlotte über den Boden und ging keuchend die Treppe wieder hinab. Meine erste Regung war hineinzugehen zu dem jungen Mädchen und mich zu verteidigen gegen die Vorwürfe, die man mir gemacht hatte. Aber die Scham über die Lauscherrolle, welche ich soeben gespielt hatte und die Furcht, Margarete zum zweiten Mal tödlich zu erschrecken, hielt Ich stieg eilig und leise hinab in mein Wohnzimmer, indem ich unterwegs eine Tür im zweiten Stock mit Geräusch öffnete und schloss, um der Alten die Meinung beizubringen, ich habe mich dort aufgehalten. Dann holte ich das Kursbuch hervor und suchte Waldenburg auf. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass diese porzellan- und kohlenreiche Stadt Schlesiens mir damals ganz unbekannt war, dank einem wunderbaren Geografieunterricht, der mir sämtliche größere Nebenflüsse des Amazonenstroms und alle die buntschäckigen Staaten Amerikas nebst ihren bedeutenderen Städten unauslöschlich ins Gedächtnis geprägt hatte. Es war eine Station der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn. Der Personenzug ging um Morgens und ein Expresszug, der diesen in Sommerfeld einholte, um 9 Uhr. Von Sommerfeld an Schnellzug, Ankunft in Waldenburg, abends 6 Uhr 50 Minuten. Ich packte einige notwendige Gegenstände in einen kleinen Handkoffer und brachte diesen abends nach Dunkelwerden heimlich in einer Droschke nach dem Bahnhof. Daraufhin kehrte ich in meine Wohnung zurück. Am anderen Morgen erwachte ich 6 Uhr. Ich stand auf und vertrieb mir die Zeit so gut als möglich. Es war bereits lebendig im Hause. Ich hörte Türen schlagen und die Alte auf der Vortreppe husten. Um 6 Uhr kam meine Droschke mit einem verschlafenen Kutscher und einem morösen Pferd angerollt und hielt vor dem Hause. Auf der Treppe war ein leichter Schritt vernehmlich. Eine wohlbekannte, anmutige Stimme schlug an mein Ohr, und dann trat die leichte Gestalt in einem grauen Sommermantel vor die Tür. Während der Kutscher verdrossen vom Bock kletterte und einen großen Reisekorb aus dem Hause holte, stand sie in dem verwilderten Vorgarten und ließ die Blicke wie Abschied nehmt über das Haus und die alten Morschen mit efei besponnenen Mauern gleiten. Dann stieg sie ein, die Alte klappte den Schlag zu, der Kutscher schwenkte aufmunternd seine Peitsche und das alte würdige Pferd setzte sich in jenen Heucheltrab, durch den die Berliner Droschengäulin geschickter Weise einen mäßigen Schritt zu maskieren wissen. Die Alte schaute dem Fuhrwerk befriedigt unter sanftem Reiben ihrer knöchernen Hände nach und kehrte in das Haus zurück. Um sieben Uhr brachte sie mir wie gewöhnlich den Kaffee. Ich lag auf dem Sofa, rauchte eine Zigarre und las eine Zeitung, scheinbar ohne mich weiter um sie zu bekümmern. Die alte Brigitte hatte heute etwas Wohlwollendes in ihrem Wesen, etwas übertrieben Freundliches, das ihrem Gesicht einen Ausdruck gab, als wenn die Sonne auf altes Gemäuer scheint. Sie erkundigte sich nach meiner nächtlichen Ruhe, sie zeigte ein so unnatürliches Interesse für mein Wohlbefinden und legte in ihre Worte eine so unglaubwürdige Sanftmut, dass ich wohl bemerken konnte, wie befriedigt ihre Seele von dem Ereignis des heutigen Morgens war. Ich schmunzelte innerlich und schwieg. Als sie fort war, schrieb ich eine Karte an sie des Inhalts, dass mich Verhältnisse zu einer plötzlichen Reise nach Mecklenburg bewogen hätten und ich wohl in den nächsten Tagen nicht zurückkehren würde. Dann gegen 8 Uhr zündete ich mir eine Zigarre an und ging harmlos ein Liedchen pfeifend wie zu meinem gewohnten Morgenspaziergang aus dem Hause. Ich steckte die Karte in den nächsten Briefkasten an der Ecke der Potsdamer Straße, nahm eine Droschke und fuhr nach dem niederschlesisch-märkischen Bahnhof. Eine Stunde später saß ich in dem Expresszuge auf dem Weg nach Schlesien. Man mag Berlin verlassen, von welcher Seite man will. Immer wird man die Entsagungskraft und die landschaftliche Bedürfnislosigkeit des Volkes bewundern müssen, das Verstand in einer solchen Gegend seine Hauptstadt zur Größe und machtvollen Blüte zu bringen. Aus Ursache dieses Mangels an anziehenden Außendingen warte ich umso weniger abgelenkt von den Gedanken, die mein Inneres erfüllten. Ich war allein in meinem Coupé und konnte ihn ungestört nachhängen. Was nun werden sollte, hatte ich mir noch wenig überlegt. Das Abenteuerliche der Sache, der Reiz, der in der Befolgung eines plötzlichen Entschlusses liegt, hatten mich bis jetzt gefangen gehalten. In der Untätigkeit der Eisenbahnfahrt erwachten andere Gedanken. Was bewog mich diesem Mädchen, das ich nur zweimal flüchtig gesehen, dass ich weiter gar nicht kannte, nachzureisen in die weite Welt. Warum war ihre ganze Gestalt für mich in einen so anmutigen Schein gehüllt, dass es beseligend war, nur an sie zu denken? Es war etwas wie eine sanfte Musik in der Erinnerung an sie, und diese zauberischen Töne wichen nicht von mir. Nichts von Leidenschaft, von feuriger Glut fühlte ich, es war mehr eine sanfte, eindringliche Wärme des Herzens, und wenn dies Liebe war, so war sie gekommen wie der Mond in der stillen Sommernacht. Mir fiel ein Lied ein, das ich früher oft hatte singen hören, und unaufhaltsam gingen mir die Strophen durch den Kopf. Nimmer weiß ich, wie es gekommen, war es doch, als müsste es sein, dass mein Herz du hingenommen, gar so heimlich schlich es ein. So wie Blumenstiller blühen, wie im Lenz ergrünt die Au, wie nach heißen Tages glühen, holt und labend sinkt der Tau. Nicht bestürmt mich wild verlangen, glutenvoller Sehnsuchts macht, wie der Mond kam es gegangen, in der stillen Sommernacht. Immer fort zu dem Takte der Räder bis zur Selbstquall wiederholte ich diese Verse. Ich habe dies Gedicht nie für ein besonderes Kunstwerk gehalten, allein heute war mein Geist in der Verfassung eine Fülle von poetischem Honig daraus zu saugen. Trotz alledem musste ich mich fragen, was nun werden sollte. Ich konnte die Antwort nicht finden. Jedenfalls wollte ich Margarete nicht aus den Augen verlieren. Wusste ich nur ihren Wohnort, dann konnte ich alles der historischen Entwicklung überlassen. Unter solchen Gedanken und Überlegungen verging die Zeit. Der Zug rannte unaufhörlich durch den glühenden Sommertag, eine Wolke von Rauch und heißem Staub hinter sich lassend. Zuweilen eine Station mit kurzem Aufenthalt und einigen gelangweilten Müßiggängern, die auf dem Perron der Ankunft des Zuges entgegen Briten. Endlich, nachdem mir die Zeit schon etwas lang geworden war, kamen wir in Sommerfeld an. Ich vermied es, auszusteigen und bekam deshalb meine schöne Verfolgte nicht zu Gesicht. Die weite Reise nach Waldenburg verlief ohne besonderen Zwischenfall. Mir pochte das Herz und eine eigene Beklommenheit bemächtigte sich meiner, als ich in den Bahnhof von Waldenburg einfuhr. Ich übergab meine Sachen einem Bediensteten des Schwarzen Rosses, der auf dem Perron dem Gästefang blag und mischte mich dann spähend unter den Strom der Aussteigenden und Empfangenden. Es war ein ausfallendes Gedränge auf dem Bahnhof, es musste ein Sängerfest in Waldenburg stattfinden, denn bunt beschleifte Männer stiegen in Mengen aus und wurden herzlich empfangen. Ich verwickelte mich in eine solche Empfangsgruppe, wurde irrtümlicherweise unter dem Ausruf »Mein alter guter Schulze«, einem juwialen Sangesbruder, dessen Unterscheidungsvermögen in einer gehobenen Feststimmung bereits untergegangen war, umarmt, und ehe diese Verwechslung sich aufklärte und ich von dem Verdacht, der alte gute Schulze zu sein gereinigt war, hatte sich ein großer Teil des Publikums schon verlaufen. Da ich Margarete auf dem Perron nicht fand, eilte ich nach dem Ort, wo die Wagen hielten, und kam gerade früh genug, um sie auf einem leichten kleinen Einspänner die Straße hinabfahren zu sehen. Neben ihr saß ein alter Mann und führte die Zügel. Ein Wagen war jetzt nicht zu haben, wegen der festlichen Überfüllung. Ein Müßiggänger, den ich fragte, ob er nicht den Einspänner oder seinen Besitzer kenne, belehrte mich mit großstädtischer Überlegenheit, dass man in einer solchen bedeutenden Stadt wie Waldenburg nicht jeden Menschen kennen könne. Zu Fuß in Nachrennen konnte ich dem Wagen auch nicht, und so blieb mir nichts übrig, als mich in das festlich geschmückte Waldenburg und in das überfüllte Schwarze Rost zu begeben. Die nächsten Tage vergingen mit vergeblichen Ausflügen in die Umgegend, insbesondere nach der Richtung, wohin der Wagen damals wahrscheinlich gefahren war. Es dauerte nicht lange und mein Beginn erregte Aufsehen und erzeugte allerlei Vermutungen. Die einen hielten mich für einen Engländer, der sich zur Ausübung einer jener Schrullen, die als ein Privilegium seines Volkes angesehen werden, hier aufhielte, und ein anderer, der in mir einen Beamten der Geheimpolizei vermutete, erzählte mir unter vielem Lachen und hinsichtlichem Triumphe über seine bessere Einsicht die Geschichte einer tollen Wette, die der Grund meines Aufenthaltes in Waldenburg und meines auffallenden Betragens sein sollte. Als er dann mit einer geschickten Wendung auf die vorzügliche Einrichtung der preußischen Geheimpolizei kam und ich mich dazu schweigend verhielt, weil der Mann anfing, mich zu langweilen, lächelte er bedeutungsvoll und verständsinnig und brachte als ein Mann von Welt das Gespräch auf ein anderes Thema. Ich hatte allmählich alle Dörfer in der näheren Umgegend von Waldenburg unter Hilfe einer jener vorzüglichen Karten abgestreift, die dem preußischen Generalstabe ihren Ursprung verdanken. Und nirgends hatte ich eine Spur gefunden. Des Suchens herzlich müde dachte ich zuweilen schon daran, nach Berlin zurückzukehren und einfach meine Alte zu fragen. Da sie ihre Nichte in Sicherheit von mir dachte, hätte sie gewiss keinen Hehl aus ihrem Wohnort gemacht. Aber ich scheute diesen Weg, setzte mir noch acht Tage fest und suchte weiter. Eines Tages war ich in Friedland, einem kleinen Städtchen zwei Meilen von Waldenburg. Ich war mit der Post hingefahren und dachte, meinen Rückweg zu Fuße über den kleinen Kurort Gerbersdorf zu nehmen, den ich bis jetzt noch nicht besucht hatte. Nach diesem Dorfe führt er näherer Weg durch die Felder von Friedland und über einen kleinen waldbedeckten Hügel, von dem man das in einem schmalen, windgeschützten Seitentale liegende Gerbersdorf friedlich vor sich liegen sieht. Ich beschloss, dort die Nacht zu bleiben. Nachdem ich mir in dem überfüllten Gasthof mit Mühe ein Quartier gesichert hatte, machte ich mich nach meiner Gewohnheit auf, die nähere Umgebung zu durchstreifen. Treffe ich in einem kleinen Gebirgsdorf einen Bach, so habe ich die Methode bewährt gefunden, seinem Laufe entgegen zu gehen. Fast immer führt dieser Weg zu anmutigen oder anziehenden Punkten. Eines der letzten Häuser im Dorf fiel mir auf, als ich vorüber ging. Es gibt Dinge, die in Einfachheit und Schönheit darliegen, wie ein Gedicht. Allein ein wohltuender Hauch berührt das Herz. Es ist die Vollendung in der Beschränktheit, die uns so angenehm erscheint. Und außerdem war mir immer, als habe ich dieses kleine Schindelhaus schon einmal gesehen, als sei ich schon einmal in den sauberen Steigen zwischen den duftenden Blumen gewandelt. Selbst der alte Mann, der behaglich auf einem kleinen Bänkchen vor der Tür saß und sein Pfeifchen rauchte, erschien mir Ich kam in die Felder und schritt den sanft ansteigenden gewundenen Weg entlang. Der Lauf des Baches war mir wie ein spielendes Hündchen zur Seite. Zuerst ging er rieselnd und plätschernd zu meiner rechten über steinigen Grund neben dem Wege her, dann schwang er sich in einem großen Bogen zur Seite und nur an der gewundenen Erlenreihe im fernen Wiesengrund konnte ich seinen Lauf verfolgen. Nun kam er wieder in neckischen Windungen näher und näher, zuweilen ein funkelnden Sonnenblitz zu mir herüberwerfend, dann in herzhaftem Lauf quer durch den Weg, wo er sich zur Linken eine Zeit lang sitzam im Grunde weiterrieselte. Dann verlor er sich seitwärts an den Fluss der allmählich sich verengenden Talwand, durch dunkleres Grün, sein heimlichen Lauf bezeichnend. Das Tal aus, denn ein waldiger Berg schiebt sich mit schmaler Waldzunge zwischen die Talwände und drängt es in zwei scharf ansteigende Rinnen zusammen. Grün und geheimnisvoll wölbte sich der Wald über den Eingang des Weges. Mein Freund der Bach hatte sich in der Tiefe verloren und blitzte kaum hervor und rieselte verstohlen unter feuchtbemosten Steintrümmern und dichtem Fahnkraut. Doch je höher ich stieg den steinigen Pfad hinauf, je mehr näherte sich mir der plätschernde Gesell und endlich liefen Weg und Bach friedlich in der Talrinne nebeneinander her. Auf den Feldern hatte zuweilen ein Mensch in der Ferne gearbeitet. Hier war ich mit meinem rieselnden Gefährten allein. Eine angenehme Kühle herrschte in dem waldigen Grund. Das Singen der Nadeln kam aus der Höhe und mischte sich mit dem Geräusch des Wassers zu anmutiger Waldmusik. Wo die schmale Talrinne eine kleine Biegung um einen vorgeschobenen Felsen machte und vor mir ein sonniges Plätzchen war, ruhte ich eine Weile. Der Bach des einförmigen Laufes müde sprudelte hier über den Weg und blitzte zwischen den zerklüfteten Steinen in vielen rieselnden Fäden hervor. Ich stand an den Felsen gelehnt und lauschte in die Einsamkeit hinaus. Nachmittagsstille war ringsum. Die Farnkräuter hielten wie Hände ihre gefingerten Blätter dem Lichte entgegen, auf den rötlichen Fichtenstämmen standen goldklare Harztropfen und der kräftige Sonnenduft der Tannen füllte die Luft. Ein Schillerfalter kam mit hastigem Fluge und glättete seine atlasglänzenden Flügel auf einem warmen Stein, wie im stolzen Behagen über ihre schimmernde Pracht. Mein alter Schmetterlingsjagdeifer erwachte plötzlich. Die Schillerfalter waren in unserer Gegend selten und gehörten zu den größten Schätzen einer Schmetterlingssammlung. Als Knabe hatte ich nie einen erwischt. Ich nahm meinen Sommerhut und schlich mich leise näher. Aber der Schillerfalter gehört zu den scheuesten und schnellsten Schmetterlingen. Kaum hatte ich mich ihm genähert, so hob er sich auf und schwang sich mit hastigem taumelnden Fluge vor mir her. Doch dort saß er wieder auf einem sonnigen Stein mitten im Bach, der hier in breiterer Fläche langsam einherzog. Ich tappte über hervorragende Steine, allein wieder vergebens. Ein zweiter Schillerfalter war plötzlich da, und die beiden umwirbelten einander eine Weile in der Luft und ließen sich weiterhin auf einem alten Baumstamm nieder. Mir war, als hörte ich jetzt leichte Schritte über den Pfad herabkommen, allein in meinem Jagdeifer achtete ich nicht darauf. Schon hatte ich meinen Hut in der Schwebe über den beiden Tierchen und wollte sie eben bedecken, da stolpten sie zu beiden Seiten auseinander. Und während ich ihrem aufsteigenden Fluge mit den Augen folgte und ihnen nacheilte, rannte ich fast gegen ein junges Mädchen, das eben um eine Fels Ecke begend den Pfad herunter kam. Ich prallte freudig erschrocken zurück, denn in demselben Augenblick sah ich, dass es Margarete war. Sie stand erstaunt und verwirrt vor mir, eine dunkle Röte stieg in ihr reines Antlitz und ihre Augen suchten den Weg, den ich ihr versperrte. Margarete, sagte ich, endlich habe ich sie gefunden, seit vierzehn Tagen suche ich sie. Sie trat zurück und wurde nun plötzlich bleich, ihre Augen spähten ängstlich an mir vorüber. Ich habe sie nun gefunden, fuhr ich fort, und lasse sie nicht eher, als bis ich weiß, ob ich vergebens gesucht und gefunden habe oder nicht. Tag für Tag habe ich diese Gegenden durchstreift mit dem Gedanken an den Augenblick, der nun vor mir liegt. Nun entfliehen sie mir nicht, ich habe nur wenig zu sagen. Was wollen sie von mir, sagte sie zitternd, ach, lassen warum sind sie mir heimlich gefolgt, meine Tante schrieb mir, sie seien nach Mecklenburg gereist. Ich habe nur eine kurze Frage an sie, Margarete. Sie wissen, ich habe in Berlin ein großes, altes, einsames Haus und ich bin ganz allein darin. Mäuse, Motten und Rostverzehrnis, der Garten ist eine Wildnis und Anmut und Ordnung sind längst entschwunden. Margarete, ich möchte, dass es anders würde, dass Leben und Freude wieder einzögen, dass Ordnung und Frohsinn darin walten. Doch ich allein kann das nicht vollbringen und könnte ich manches auch, so würde die Einsamkeit doch bleiben. Ich habe sie nun gesucht, liebe Margarete, um sie zu fragen, ob sie mir dabei helfen wollen, ob sie es versuchen wollen, mit mir vereint, dies zu erreichen. Ein Leuchten wie im Frühling, wenn Sonnenschein und Wolkenschatten wechselnd über das Feld ziehen, zeigte sich in ihrem Antlitz. Wie soll denn das geschehen? fragte sie zaghaft. Werde mein, Margarete, werde mein, rief ich und ergriff ihre Hand und zog sie sanft an mich. Mit dir vereint soll es gelingen und dein Leben soll es werden schön wie die junge Morgenröte und heiter wie ein Frühlingstag. Ich hatte sie allmählich an meine Brust gezogen und sie lag dort und ein heftiges Weinen erschütterte den jungen Leib. Plötzlich schlang sie beide Arm um meinen Hals und sah mir unter Tränen lächelnd ins Gesicht. Nicht wahr? rief sie, du bist gut und edel und deine Augen können nicht lügen. Sage es mir und ich will es glauben und ich will dein sein, dein, dein. Ich beugte mich zu ihr nieder. Meine Lippen fanden die ihren und gaben die Antwort. Noch liegt das Haus am Karlsbade öde und verfallen in seinem verwilderten Garten. Aber nun kommt die Zeit, wo es erstehen soll zu neuem Glanze und neuer Schönheit. Und so Gott will, soll ein neues Geschlecht aus ihm hervorgehen, das alten Hause und ausbreiten wird von ihm neuen Segen und neues Leben. Die Urgroßmutter Es gilt bekanntlich für ein Abzeichen und Standesvorrecht altadliger Geschlechter ein Hausgeist zu besitzen, der in einem Gewölbe des Stammschlosses verborgen liegt und bei feierlichen Gelegenheiten um Mitternacht seine grausige Runde macht, um wichtige Änderungen anzukündigen. In bürgerlichen Geschlechtern ist man auf die Ehre eines Familiengespenstes nicht sonderlich erpicht und bildet sich auch nichts darauf ein. Denn während adelige Geister nur das Hochwild der Verbrechen Mord, Totschlag, Hochverrat und dergleichen erjagt haben, so sind die bürgerlichen Gespenster dagegen betrügerische Kaufleute, ungerechte Richter, wenn nicht gar gemeine Diebe. Drum gilt es bis in die alleruntersten Schichten der Gesellschaft für etwas Entsetzliches, wenn eins aus der Familie geistweis gehen muss. Eine andere Art von stillen vergessenen Hausgeistern aber liegt fast in jedem Hause, in irgendeinem staubigen Winkel der Rumpelkammer. Geister, die nur erlöst werden, wenn es eine große Katastrophe, einen Sterbefall, einen Auszug in der Familie gibt und die man gar häufig unbesehen verbrennt. Diese stillen Hausgeister sind die verjährten Familienbriefe, die in alten Kisten und Schachteln den bescheidenen Archiven bürgerlicher Häuser aus Pietät aufbewahrt werden, bis man sie am Ende aus Verzweiflung über den wachsenden Grust ins Feuer wirft. Hinter solch ein Familienarchiv bin ich dann auch einmal geraten und habe die armen Briefe vom Feuertode errettet. Und schade würde es gewesen sein, wenn sie untergegangen wären. Freilich habe ich keine wichtigen Geheimnisse und dunklen Taten darin entdeckt, aber viel langvergessene Vergissmeinnichte, getrocknete Rosen, die ein Teil ihres Dufts Jahrzehnte durchbewahrt haben. Liebesbriefe mit Zöpfchen aus der Zeit, als der Großvater die Großmutter nahm. Schön gedruckte Hochzeits- und Leichen Kamina, worin gerührende Stellen zu finden, zum Beispiel »Oh, wie schön war sie an jenem Tage«, wie errötete ihr Angesicht, als sie auf des Freiers frage, sie sind allzu gütig spricht. Da fand ich denn auch den Lebenslauf der Urgroßmutter von ihr selbst beschrieben. Er ist gar schlicht und in kurzen Worten abgefasst. Denn der Selbstkultus, den man heutzutage mit Tagebüchern selbst beschauen und Reflexionen über seine eigene werteperson feiert, war zu jener Zeit noch ziemlich unbekannt. Aber aus diesen einfachen Andeutungen, ergänzt durch die Überlieferung der Familie, wird ein so frischer, kräftiger Hauch, ein Hauch von dem Geist des Glaubens und der Stärke, des Gehorsams und der Zucht, wie er unserer Väter Eigentum war, dass ich denke, er könnte auch in unserer vielzeitigen Zeit da und dort noch eine Stirn erfrischend berühren. Sie war, um diesmal recht gründlich mit der Genealogie zu beginnen, eine Urenkeltochter der Frau Anna Rumpelin, von welcher der Familienschmuck kommt. Ihre Vorfahren waren Oberamtleute, Hofgerichtsadvokaten, Pfarrer und abermals Pfarrer. Die Mama war eine Pfarrertochter, der Papa eines Pfarrers Sohn und selbst ein Pfarrer und weil der so brav gewesen ist, so hat die Mama nach seinem Tode noch einmal ein Pfarrer geheiratet. In diesem Pfarrkonglomerat war es denn auch kein Wunder, dass einer ihrer Brüder als schüchterner Student um seine Familie befragt, verlegen antwortete, bitte um Verzeihung, meine Mutter erster Ehe war eine geborene Pfarrers Witwe. So war es denn natürlich, dass auch sie einen Pfarrer nehmen musste. Aus ihren Jugendtagen sind keine Briefe mehr vorhanden und ihre Herzensgeheimnisse, wenn sie welche gehabt, ruhen mit ihr im Grabe. So aber, wie sie in ihrem Leben und aus ihren Briefen sich darstellt, war sie von den klaren lebenskräftigen Gemütern, die in Traum und Wachen der höheren Führung nicht vorgreifen und darum auch keine schweren Herzenskämpfe zu bestehen haben. Ein junger Geistlicher der Gegend, Herr Magister Trutz, hatte sein Auge auf sie geworfen, als sie noch ein sehr junges blühendes Mädchen war. Sie aber die ihrigen just nicht auf ihn. Ihre selige Schwester hat oft mit Lachen erzählt, wie sie einmal zusammen Flädlein gebacken. Der Urgroßmutter war eins verbrannt, sie hob es lachend in die Höhe und meinte, da sie, das ist so schwarz wie der Magister Trutz. An selbigem Tage aber kam der Magister Trutz in einem nagelneuen schwarzen Rock und hielt um die Jungfer Regina feierlichst an. Gehorsam der Eltern Willen ist sie seine Gattin geworden und hat alsbald ihre Aufgabe mit der Freudigkeit eines frommen Gemüts, mit der Kraft und Frische ihrer klaren Seele begriffen und gelöst. Der Pfarrer Trutz war ein frommer, friedsamer und tiefgelehrter Mann, aber gar stille und in sich gekehrt. Er beschäftigte sich mit mechanischen Künsten und chiliastischen Berechnungen und konnte sich darin so vertiefen, dass er gar oft der praktischen Amtspflichten darüber vergaß. Da verstand es nun die junge Frau zu sorgen, dass seine träumerischen Abwesenheiten niemand störend auffielen. Sie wusste mit ihrem hellen praktischen Blick, ihm einen Teil der Seelsorge abzunehmen, ohne dass es so aussah. Sie wusste sein Interesse fürs wirkliche Leben anzuregen und hielt den häuslichen Herd warm und hell für ihn, wenn er nach langen, einsamen Stunden wieder dahin zurückkehrte. So hat er sie hoch und wert gehalten als den Freude- und Friedebringenden Engel seines Lebens, und sie hat aus der Tiefe seines Wesens den Ernst und die Kraft des Glaubens geschöpft, auf die sich erst mit Sicherheit ein frisches und fröhliches Leben und Wirken erbauen lässt. Einmal hat ihre Fassung eine schwere Probe durchgemacht. Sie war mit ihrem Mann auf eine neue Stelle gezogen und ging am ersten Sonntag nach seiner Antrittsrede wie es einer christlichen Pfarrfrau geziemt in die Kirche, ehrbar und feierlich in schwarz gekleidet. Den Pfarrer musste man auch auf Berufswegen seinen eigenen Gang gehen lassen. Oft saß er mit Tagesanbruch schon in der Sakristei und bereitete hier im Stillen seine Predigt vor. Oft kam er erst, wenn der Gesang schon begonnen hatte, in die Kirche. Die neue Gemeinde hatte von diesen Seltsamkeiten noch nichts gehört, nur der Schullehrer, ein alter Bekannter, wusste davon. Es wurde ein langes Lied vor dem Gottesdienst gesungen. Von dem vierten Vers an schaute die Frau Pfarrerin nach der Sakristei-Tür aber der Pfarrer kam nicht. Man sang das Lied zu Ende, der Schullehrer fügte hinten noch gar einen schönen Schnakel hinzu, aber der Pfarrer kam nicht. Die Gemeinde wurde unruhig. Die Buben hinten im Chor, die Mann ex officio zur Kirche getrieben und die bis jetzt mechanisch das Lied hergebrüllt hofften nun mit innerem Jubel auf irgendein Ereignis. Alle Augen hefteten sich auf den Stand, hinter dessen Gittern die Pfarrfrau saß, ruhig, würdig, das offene Gesangbuch in der Hand. Auf welchen Nadeln, ja das fühlte nur sie. Der Pfarrer kam nicht. Sie winkte dem Schullehrer mit den Augen, der ging in die Sakristei um nachzusehen und da stand der Pfarrer auf dem Tisch mit gefalteten Händen, augenscheinlich in heftiger Bewegung. Aber um Gottes Willen, Herr Pfarrer, wo bleiben Sie, die Gemeinde wartet? Ohne ein Wort zu sagen, stieg der Pfarrer von seinem Tisch herab, dem Schulmeister voran in die Kirche, und auf die Kanzel. Seine Predigt, die er mit zitternder Stimme begann, wurde bald so kräftig und salbungsvoll, dass die Gemeinde sein Zögern vergaß, bis sie auf dem Nachhauseweg die Köpfe wieder darüber zusammensteckte. Die Frau Pfarrerin ging wie immer mit gemessenem Anstande nach Hause, sorgte ihrem Mann für frisches Weißzeug, das er jedes Mal nach der Predigt brauchte und erst beim Mittagessen begann sie mit Teilnehmender Frage, ist dir unwohl geworden? Das nicht, Frau, aber schließ die Tür, so will ich dir sagen, was mir begegnet ist. Ich stand in der Sakristei und sang der Gemeinde das Lied nach, als ich aus einer Ecke ein klägliches Weinen wie von einem kleinen Kind Kinde hörte. Ich öffnete die Tür nach der Straße, um zu sehen, ob draußen vielleicht ein Kind allein geblieben sei. Die Straße aber war leer und ganz still. Sobald ich die Tür geschlossen, hörte ich dasselbe Geschrei wieder aus derselben Ecke. Ich sah scharf hin. Da stieg aus dieser Ecke eine lange, große Schlange und wandte sich langsam auf mich zu. Ich stieg auf den Stuhl, sie schlang sich darum. Da stieg ich auf den Tisch und begann zu beten. Sie zog sich langsam zurück und so hat mich der Schulmeister gefunden. Nun war die Urgroßmutter zwar eine starke Seele, aber durchaus kein starker Geist und weit entfernt die Möglichkeit übernatürliche Erscheinungen zu leugnen. Da sie jedoch die seltsamen Stimmungen ihres Mannes kannte, dachte sie, es könne eine seiner Einbildungen sein und suchte ihn zu beruhigen. Am nächsten Sonntag trat er schon während des ersten Wiederverses hastig auf die Kanzel und erklärte nachher seiner Frau, dass er dieselbe Erscheinung wieder gehabt und die Sakristei nimmer betreten könne. Die Urgroßmutter rief am folgenden Tage einen vertrauten Maurer, mit dem sie vor Tagesanbruch in die Sakristei ging. Sie ließ ihnen in der unheimlichen Ecke das Wandgetäfer abreißen und nachgraben. Da fand sich im tiefen Grunde ein uralter, halbvermodeter Reiterstiefel, in dem ein Kindergerippe stak. Die Urgroßmutter ließ den Stiefel verbrennen und das Gerippe begraben, ohne ihrem Manner eine Silbe davon zu sagen. Mit großer Mühe bewog sie ihn doch, am nächsten Sonntag wieder in die Sakristei zu gehen. Diesmal aber kam er ruhig zur rechten Zeit auf die Kanzel und hat von Stunde an nichts mehr bemerkt. Welches Geheimnis aber sich an den schauerlichen Fund knüpfte, hat die Urgroßmutter nie ergründen können. Fünfzehn Jahre in Freude und Leid hat sie mit diesem Manne verlebt. Sein Licht in Trüben, seine Stütze in schwachen Stunden und allmählich hat ihr heller Sinn die dunklen Schatten zerstreut, die sich so oft um seine Seele gelagert. Da starb er und hinterließ sie in tiefem Witwen leid. Sie hatte ihn geliebt, nicht nur wie ein rechtschaffenes Weib ihren Hahn und Gemahl liebt, nein, auch wie eine Mutter ihr Kind, um das sie Sorge tragen muss, Tag und Nacht. Ihre Sache war es nun aber nicht, sich mit ihrer Trauer in ein Witwenstübchen zu begraben und dort bei Spindel und Nadel stille und unbewegt ihre Tage zu verleben. Noch viel weniger wäre es nach ihrem Sinn gewesen, mit dem ansehnlichen Vermögen, das ihr Gemahl ihr hinterlassen, in einer großen Stadt die reiche Witwe zu spielen und das Leben zu genießen. Arbeit war das Element ihres Lebens. Nun ist nicht zu fern von dem Orte, wo ihr Mann begraben liegt, ein altes Schlösschen, Hohnentring. Es knüpfen sich keine ritterlichen Sagen an das einfache Gemäuer, das ohne vornehmer Ansprüche von seiner Höhe niederschaut auf die schönen Kornfelder und Wiesen, die dazugehören. Das Schlösschen, das kurz nach ihres Mannes Todes verkauft wurde, hat sich die Urgroßmutter zum Sitz erkoren. Das Haus war öde und gewöhnlich, die Güter verwahrlost, die Stelle verdumpft. Aber vor dem allen fürchtete sie sich nicht. Das war recht das Element für ihren betriebsamen Geist. Es war im Spätherbst, als sie abends mit ihrem zehnjährigen Töchterlein in dem kleinen Dorf ankam, das am Fuß des Schlossbergs liegt. Sie wollte keine Nacht unter fremdem Dach schlafen, daher traf sie gleich die nötigsten Anstalten im Schlösschen für ihr Nachtlager. Das kleine Mädchen ließ sie so lange im Wirtshaus im Dorf. Als sie spät vor Schlafengehen das Kind heraufholte, sagte ihr dies, aber Mutter, die Bauern im Wirtshaus haben recht aufgeschaut, wie ich ihnen erzählt, dass du einen ganzen Sack voll Geld mit hast. Einfältiges Ding, rief die Mutter ärgerlich, indem sie ihr für die unzeitige Prahlerei ein paar Ohrfeigen verabfolgte. Konntest du nichts Dümmeres sagen? Es ist ja gar kein Geld. Das Töchterlein schwieg erschrocken und begriff nicht recht, warum sie dieser unerwartete Einschlag getroffen, während sie doch nur ihre Mama in Ansehen hatte bringen wollen. Der Urgroßmutter war es bedenklich. Sie schlief die erste Nacht mit einer jungen Magd ganz allein im Schlösschen, da sie sich die übrige Dienerschaft aus dem Orte selbst herziehen wollte und war so ganz schutzlos. Viel Lärm zum Voraus wollte sie nicht machen und als die Magd und das Kind schon im Schlaf lagen, suchte sie im stillen nach einer Waffe. Sie fand nichts Taugliches für ihren Zweck als das Küchenbeil. Das nahm sie dann an ihr Bett, welches sie im großen Saal des Schlösschens, der nach vorn ging, hatte aufmachen lassen und legte sich angekleidet schlafen, nachdem sie sich und ihr Kind in Gottes Hut befohlen. Nach Mitternacht erwachte sie an einem leisen Geräusch. Sie setzte sich auf und lauschte. Am Fenster wurde von außen ein Stück aus dem Laden geschnitten. Durch die Öffnung kam eine Hand, der es gelang, das schlecht verwahrte Fenster von außen sachte aufzudrücken. Inzwischen hatte sich die Urgroßmutter leise erhoben, ging ans Fenster und führte mit ihrem Beil einen kräftigen Streich auf die besagte Hand. Mit einem heftigen Schrei war diese schnell zurückgezogen. Sie hörte einiges Geräusch, wie von einer fallenden Leiter, und dann war's still. Nach einer Weile öffnete sie das Fenster, um ihn abzusehen, ob kein Verwundeter darunter liege, aber sie hörte und sah nichts mehr. So machte sie den Licht, setzte sich aufs Bett und las in ihrer Bibel, bis der Morgen anbrach. Sie sprach kein Wort von dem nächtlichen Abenteuer, schickte aber beizeiten die Magd zu dem Wirt im Dorf, dass sie einen Taglöhner sendet zum Abpacken ihres Hausrates. Die Magd brachte ein. Der Thomas aber meldete sie, zu dem sie der Wirt zuerst geschickt, der liege krank im Bett, er habe sich beim Holzhacken gestern Abend spät in die Hand gehauen. Ah, die Urgroßmutter wusste nun, woran sie mit dem Thomas war. Sie schwieg über die Sache, der Thomas wahrscheinlich auch. Von Stund an aber blieb sie unangefochten auf ihrer kleinen Burg. Da begann sie nun zu schalten und zu walten, recht nach ihres Herzens Lust. Ihre Äcker waren bald die schönsten, ihr Vieh das stattlichste, ihre Dienstboten die Bestbezogenen in der ganzen Gegend. Im Sommer hatte sie die Hände voll zu tun, bis sie die Runde machte auf Felde und Wiesen und ein scharfes Auge hielt auf Knechte und Mägde. Im Winter wurde ihr die Zeit auch nicht lang, da holte sie nach, Erziehung versäumt hatte, schrieb ihre eigenen Betrachtungen über Zeit und Leben in sehr ungekünstelter Sprache zwar und mit vielen Schreibfehlern, aber aus der Tiefe eines klaren frommen Gemüts, das seines Weges sicher war. Über alle Ereignisse ihrer inhaltreichen Zeit führte sie genaue Tagebücher und es ist ergötzlich zu sehen, wie in ihren Hauskalendern Weltbegebenheiten und häusliche Ereignisse friedlich Seite an Seite stehen. 1. Oktober hat der estreichisch General Laudan die Stadt Schweidnitz überfallen, die Schweizer Kuh gekalbert, es wiegte 60 Pfund. 28. November hat der Herzog den General Rieger auf den Aschberg geschickt, wer da steht, der seht zu, dass er nicht falle. Vier Schäffel Denkel an den Müller Schwarzen verkauft. Am 25. Januar die Kaiserin Elisabeth von Russland gestorben. Die große Sauge Metzget hat drei und ein halben Zentner gewogen. Ihr Töchterlein bildete sie mit Liebe und Fleiß heran und lehrte sie tüchtig die Hände rühren und den Kopf brauchen. Der Weg vom Schlösslein in das Dorf und in die Nachbarschaft war zu Zeiten oft unzugänglich und doch gab es für die große Ökonomie gar vieles zu besorgen. Daher war die Urgroßmutter zu häufigen Ausflügen genötigt, so wenig sie Zeit und Lust zu Vergnügungsreisen hatte. Da schulte sie sich dann ein zahmes Ackerpferdlein ein, auf dem sie ihre Güter bei schlimmem Wetter besuchte und ihre Geschäftsreisen machte. Und sie hat als sehr alte Frau noch mit einigem Vergnügen erzählt, wie sie in ihrem Federhütchen einmal durchs Feld geritten sei und ein Bauer sie gefragt habe, wo will denn die schöne Jungfer hin? Und meine Sophie war doch schon zwölf Jahre alt, fügte sie bei. So lebte sie auf ihrem Schlösschen in großem Frieden, wenn auch nicht in Ruhe. Aber zu lange sollte die Herrlichkeit nicht dauern. Es konnte nicht fehlen, dass die schöne stattliche Frau, deren häusliche Tugenden weit umher bekannt wurden, die Augen gar manchen Witwers und Ledigen auf sich zog. Aber sie entschloss sich gar schwer zu einer zweiten Heirat, sei es aus Treue für den ersten Gatten, sei es, dass sie sich der goldenen Freiheit in ihrem bewegten Wirkungskreis freute. Endlich aber gelang es doch dem Herrn Pfarrer Wettler, einem ehebaren Witwer, die schöne Witwe von ihrem Schloss herab, in sein freundliches Dorf Rebenbach zu führen, wie das Langen und Breiten in einem anmutigen Hochzeitskamen erzählt ist, das also beginnt. Geirrteste Frau Braut, hier kommt ein Hochzeitsstrauß, vom Weilenberger Markt aus wohl bekanntem Haus. Ganz kürzlich war ich erst nach Weilenberg gekommen, da habe ich also bald die Neuigkeit vernommen, Frau Pfarrer Trutzin ist Herrn Pfarrer Wettlers Braut und Dienstag werden sie zu Rebenbach getraut. Ja, und so weiter. Der Pfarrer Wettler war nun ein Mann ganz anderer Art als der erste Gemahl. Groß und stattlich, wie er jetzt noch in der schön gepuderten Lockenperücke aus seinem Bilde herabschaut, ein Mann, der als Hofmeister die Welt gesehen, von frischem, lebenskräftigen Sinn, voll Salbung und Selbstgefühl. Da galt es denn zunächst nicht, zu trösten und aufzuheitern, die Bürde des Mannes zu tragen, um ihnen Würde zu erhalten, es galt sich aufzurichten, in aller Kraft und Lebensfülle des Geistes und Körpers, um als Gefährtin, die ihm entsprechend sei, dem Mann zur Seite zu stehen. Zu Sophie, ihrem ersten Töchterlein, dass der einst so zur Unzeit der Mutter Reichtum gepriesen, von welcher der Stiefvater selbst rühmend erwähnt, dass sie wegen bewiesener Liebe und Gehorsams als seine eigene Tochter allzeit geliebt, führte ihr der Gatte noch eine hübsche Tochter und drei kräftig heranwachsende Söhne aus seiner ersten Ehe zu. Die neue Mutter ward mit Freude und Liebe aufgenommen. Der älteste Sohn, schon Alumnus, der Poet des Hauses, verfertigte im allerhochfliegensten Stile ein Gedicht, in dem er sie willkommen hieß. Und ein Triumphzug wie der, in dem man die neue Frau Pfarrerin zu Rebenbach einholte, war da selbst seit Menschengedenken nicht gesehen worden. In dem Pfarrhause, über dem, solange die erste Gattin eine edle, aber leidende Seele gelebt hatte, beständig eine leichte Wolke gehangen, gestaltete sich nun in Fleiß und Frömmigkeit ein frisches, frohes und kräftiges Leben. Zwei Töchterlein entsprossen der neuen Verbindung, das Dörtchen, des Hauses Zier und Krone und die muntere Wilhelmine. Unter den Geschwistern war neidlose Liebe und Eintracht, ein Segen, der sich noch bis auf die Urenkel erstreckt. Jede Freude und Ehre, die das eine erlebte, war ein Jubel für alle. Die Mutter führte die Zügel des Hauses mit kräftiger Hand und schadete ihren Kindern weder durch die weichliche Schonung der guten Stiefmütter, noch durch die lieblose Härte der Schlimmen. Eine Hausfrau wie die Frau Pfarrerin in Rebenbach war weit und breit nicht zu finden. Die Pfarrfrauen der Gegend machten förmliche Wallfahrten um neue Vorteile im Gartenwesen und der Viehzucht von ihr zu erlernen. Sogar auf den neuen Wein, so höchst einfach und fast unglaublich mäßig sie selbst war, verstand sie sich von Grund aus so, dass sie fast für alle Bekannten im Herbst die Einkäufe zu besorgen hatte. Man schickte ihr junge Töchter von Verwandten und Freunde aus dem halben Vaterlande, um unter ihrer Zucht und Leitung sich zu guten Hausfrauen auszubilden. Oder heimatlose verwaiste Mädchen, die aus dieser Schule gewiss waren, nachher gute Stellen zu finden. Auf Zucht und Sitte hatte die Frau Urgroßmama streng gehalten und keinen Sinn für die Freiheiten der damaligen Poesie gezeigt. Einmal war ein munteres, leichtfertiges Bäschen aus der Residenz zum Besuch da, nicht um sich bilden zu lassen, sondern, wie sie dachte, um zu bilden und um den landpomeranzigen Basen in ihrem neuen Aufsatz mit Pumpelrosen und ihrer neumodischen Kontusche zu imponieren. Das Bäschen war auch musikalisch und trug ein nagelneues Lied vor, das eben erst in der Residenz in die Mode gekommen war. Es fing an so etwas wie »Komm, Herr Heinrich, komm herein«, »Komm, wir sind alleine« und so weiter. »Ja, ja«, die Urgroßmutter hörte den ersten Vers. »Wie, Philippine, zeig mir das Lied her«. Wohlgefällig brachte es das Bäschen, verwundert, dass die alte Tante doch noch Geschmack an sowas finde. Die Tante nimmt es ruhig in die Hand und sagt »So, jetzt bring einen irdenen Teller und ein Licht herein.« Das Bäschen guckt sie verblüfft an. Man weiß aber kein Beispiel, dass jemand versucht hätte zu widersprechen, wenn die Urahne etwas ernstlich befahl. »So, und nun legst du sogleich den Wischter auf den Teller und verbrennst ihn vor meinen Augen. Meinst du, so dummes Zeug dürfe vor die Ohren meiner Mädchen kommen? Schäm du dich dein Lebtag, dass du's gesungen hast!« Das Bäschen hat ohne Widerspruch das Auto da fehlvollzogen und später keine Versuche mehr gemacht, das Pfarrhaus zu modernisieren. Überhaupt hatte die Urahne, deren Herz selbst ruhig geblieben oder wenigstens gar bald ruhig geworden war, wenig Nachsicht für junge Herzensträume. Und die Stieftochter, die sonst mit voller kindlicher Ehrfurcht Anja hing, hat davon mit einiger Bitterkeit ein Beispiel erzählt. Unter den durchziehenden Truppen, die im Pfarrhausequartier genommen, ist einmal ein Herr von Strahlnau gewesen. Sogar ein schöner junger Mann und so fein gebildet, so ernst und so gefühlvoll wie gar kein anderer. Er hat mit niemandem Haus so viel gesprochen wie mit mir und als er uns eines Abends ankündigte, dass er am anderen Morgen abmarschieren müsse mit seinem Regiment, da war's mir wie ein Donnerschlag. Ich wusste wohl, dass ich ihn nie mehr sehe in diesem Leben. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und bin vor Tag aufgestanden, dass ich den Abschied nicht verfehlen soll. Der Strahlnau war noch nicht auf, aber die Eltern und die Schwestern und allen tat der Abschied leid und jedes wusste, was an ihm zu loben. Aber ich konnte fast gar nichts sagen. Da schaute mich die Mutter sehr scharf an und sagte, Christiane, ich glaube, du bist ganz begeistert. Geh lieber auf den Acker, die Erdbeeren müssen gefälgt sein. Da nahm ich meinen Spaten und ging. Wie mir es aber ums Herz war, das kann ich keinem Menschen sagen. Draußen auf dem Acker hörte ich, von weitem die Trompetermusik, mit der sie abgezogen. Da hab ich mich auf einen Stein gesetzt und geweint und geweint. Ich hätte mein ganzes Herz ausweinen mögen. Den Strahlnau hab ich nimmer gesehen. Die Mutter selig hat's wohl gut gemeint, aber das kann ich jedoch in meinem Leben nicht verzeihen, dass sie mich nicht einmal Abschied nehmen ließ. Und doch war ein Element von Poesie in dem Wesen der Urgroßmutter, was sich zumeist in ihrer Neigung zur Einsamkeit zeigte, der sie freilich selten folgen konnte. Ihr liebes Hohnentring gab sie nur in Pacht und behielt es sich als Eigentum vor, bis sie es später der ältesten Tochter bei ihrer Verheiratung übergab. Dort freute sie sich hier und da der Ruhe und Stille aus dem vielbewegten Treiben daheim. Dort schrieb sie ihre historischen Notizen, ihre Bibelstudien, ihre Auszüge nieder und sammelte ihren Sinn aus all den Stürmen, die die Welt erschütterten, zu tiefem, innigen Versenken in den Quell aller Ruhe. Und mit besonders klarem Auge und frischer Seele kehrte sie wieder in ihr unruhiges Haus zurück. Sie bekam genug einzutragen in ihren Kalender, die gute Urahne, und die Zeit wäre ihr fast über den Kopf gewachsen. Die französische Revolution, Napoleon, Deutschlands Schmach und des Unterdrückers kurze Herrlichkeit warfen ihren roten Fackelschein in ihren Abendhimmel. Kriegszüge überschwemmten das Land, Franzosen gleich ungebeten als Freunde wie als Feinde. Einmal war schon dem Dörflein, das die hohe Brandschatzungssumme nicht erschwingen konnte, Plünderung gedroht. Der Urgroßvater, der dank seiner Hofmeisterlaufbahn der französischen Sprache mächtig war, er rettete es durch einen Brief, worin er den Offizier, pour la gloire de la nation française, beschwört, das Dörflein wegen seiner, eines Greisen und seiner alternden Gattin zu schonen. Das Dorf wurde glimpflich behandelt, und das Pfarrhaus bekam eine Sicherheitswache. Das Konzept dieses Briefs wird als Andenken an die Errettung noch in der Familie bewahrt. Es wurde ihr selbst die Ehre und Freude zuteil, den Helden seiner Zeit, den Erzherzog Karl, auf dem Zuge nach Frankreich unter ihrem Dache zu beherbergen. Der Prinz soll herzlich gelacht haben, als sie ihn, um ja gewiss des schuldigen Respekts nicht zu verfehlen, mit Eurer Majestät anredete. Eine höfliche Frau ist die Urgroßmutter überhaupt gewesen, voller Rücksichten gegen Anwesende und Abwesende, höchlich besorgt, jeder Mann seinen gebührenden Rang und Titel zu lassen und niemand Anstoß oder Ärgernis zu geben. So führte sie unter äußeren Stürmen und innerem Frieden 31 Jahre lang ihre zweite Ehe. Die Töchter alle waren, wie sie rühmt, glücklich und ehrenvoll versorgt, die Söhne in Amt und Würden. Das Vermögen hatte sich trotz der Kriegslasten und Teuerung bedeutend vermehrt, und so konnte ihr Mann, als ihn ein schneller Tod abrief, beruhigt über seine irdischen Angelegenheiten, die Augen schließen. Die Urgroßmutter zog nun zu ihrer ältesten Tochter und lebte hier im Herzen des Landes. Der verehrte Mittelpunkt, um den sich Kinder und Enkel sammelten, der Kinder höchste Autorität in allen zeitlichen und geistigen Angelegenheiten. Ein schwerer Fall in den Keller brachte sie um ihre bis dahin so kräftige Gesundheit. Gebückt und fast unfähig zu gehen, saß die sonst so aufrechte und kräftige Gestalt nun im Lehnstuhl. Aber ihr Geist blieb ungebrochen in seiner Frische und Kraft, die den Grund ihres durch und durch klaren und wahren Wesens bildete, gab allem, was sie in ihrer einfachen, natürlichen Weise sagte, eine tiefere Bedeutung. In ihr selbst regte sich immer lebendiger das Heim wie nach der Heimat, die da alles neu macht. Wie es oft bei alten Leuten zu gehen pflegt, wandte sie sich jetzt mit besonderer Sehnsucht zu den Lieblingsstellen ihrer Vergangenheit zurück. Das war vor allem ihr Liebeshohnendringen. Und nun hier Bild gegeben, so gut ich vermocht, wird es keine Entweichung sein, wenn ich ihre eigenen Worte wiederhole, in denen sie in ihrer schlichten Weise ihr Verlangen nach diesem stillen Aufenthalt ausspricht. Wie erfreulich wäre es für mich gewesen, wenn ich mein Liebeshohnendring noch einmal hätte sehen können. Leider ist es zu spät, ich bin zu kraftlos. Es war mein liebster Aufenthalt in meinem Leben. Es war der Ort, wo ich allein, ungestört die Güte und Allmacht Gottes am besten bewundern konnte. Wie vergnügt war ich in der Ernte, wann ich mit der Sonnenaufgang bei meinen Schnittern war und sah den Segen Gottes. Wie vergnügt machte mich der Spruch, in dem es heißt, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Aber wie traurig war es anzusehen, als die schönen Felder so arg von dem vielen Gewild verwüstet worden sind. Der Fürst, der ein Vater seiner Untertanen sein sollte, nimmt ihnen das Brot von dem Munde hinweg. Wir hätten zu selbiger Zeit nicht so teure Zeit bekommen, wenn der Fürst sich als seinen Vater gezeigt hätte. Nehmen doch alle Fürsten ein Exempel daran. Balsam war es in meinen Wunden, wenn ich an den Sonntagen, wo ich nicht in die Kirche konnte, an meinem Saalfenster das Gesang, das man in der Kirche im Dorf singte, nachsingen konnte. Wie freute es mich, wenn ich bei hellem Mondschein auf den Feldern und Dörfern so eine Stille sah. Da fühlte ich den Wert des Gesanges. Nun ruhen alle Wälder. Bei Tag so viel Rennen, Laufen und Schaffen, bei Nacht lauter Stille. In meinem Bett hörte ich den Wächter im Dorf den Tag anschreien mit den Worten, Wach auf, oh Mensch, vom Sündenschlaf! Ermuntere dich, verlornes Schaf! Diese Worte rührten mich sehr. Tausend, tausend Dank dem heiligen, dreieinigen Gott, der mir in so viel Trübsal beigestanden, aus so vieler Gefahr errettet und mir mehr Gutes getan, als ich aussprechen kann. Dort, in jener Welt, will ich's nachholen. Herr, ich bin viel zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Das waren die letzten Worte ihrer Feder. Es blieb das letzte Bekenntnis ihrer Lippen. Bis zum Ende floss ihr Herz und ihr Mund über von Dank und Freude. Man findet manchmal, dass ein großes Familienfest eine besondere Freudenfeier der Wendepunkt eines Glückes oder das Ziel eines Lebens wird. Es macht dies manche ängstlich und scheu vor solchen Festen, aber mit Unrecht. Wenn die Sonne untergehen muss, warum soll sie nicht noch einmal zuvor recht hell scheinen, ehe sie scheidet? So ein heller Sonnenschein vor dem Untergang war der 80. Geburtstag der Urgroßmutter. Kinder, Enkel und Urenkel kamen mit Liedern und Gaben. Die Liebste unter allen war ihr ein schönes Bild von ihrem Lieben Entring. Darauf ließ sie so recht die alten Augen ausruhen und indem sie den Kreis der Ehrigen all ihre liebsten Geschichten aus der Vergangenheit erzählte, lebte sie ihr ganzes Leben in seinen Lichtpunkten noch einmal durch. Das blieb ihre letzte Geburtstagsfeier auf Erden. Nicht lange stand es an, so folgte ihr der ganze damals so fröhliche Zug nach ihrer letzten Ruhestadt. Und ein seligeres Geburtsfest hat ihrer wohl droben gewartet. Das schwarze Häuschen auf dem Moor Mein Vater war ein Steinhauer. Sein Häuschen stand einsam in einem Moor, eine und eine halbe Meile weit von der nächsten Wohnung entfernt. Da wir sehr arm waren, hatte diese Wohnung trotz ihrer einsamen Lage doch eine große Anziehungskraft für uns, weil wir keinen Mietzins dafür zu bezahlen hatten. Hierzu kam noch, dass die Steine, durch deren Behauen mein Vater seinen Unterhalt gewann, alle um ihn herum so bequem vor seiner Türe lagen, dass er seine Lage, so einsam sie war, fast für beneidenswert hielt. Ich kann nicht sagen, dass ich darin mit ihm übereinstimmte, obschon ich mich niemals beklagte. Ich liebte meinen Vater, und der Gedanke, ihm nützlich zu sein, machte mir die Einsamkeit erträglich. Mrs. Kniften, unsere Gutsherrin, wünschte mich, als sie heiratete, in ihren Dienst zu nehmen. Aber ich lehnte es, ungern genug, um meines Vaters Willen ab. Wenn ich fortgegangen wäre, so hätte er niemand bei sich gehabt, und meine Mutter hatte mir auf ihrem Todesbette das Versprechen abgenommen, dass ich ihn mitten auf dem traurigen Moor nicht allein lassen sollte. Unser Haus war trotz seiner Kleinheit aus Steinen des Moors festgebaut und wohlverwahrt. Die Wände waren außen und innen mit Holz verkleidet, das Mrs. Kniftens Vater meinem Vater zum Geschenk gemacht hatte. Dieser doppelte Schutz war in unserer ausgesetzten Lage zur Abhaltung der kalten Winde, welche das ganze Jahr über, mit Ausnahme der Sommermonate, über das Moor hinstrichen, ein unerlässliches Bedürfnis. Die äußere Verschalung, welche die rauen Steinmauern bedeckte, schützte mein Vater gegen die Nässe durch einen Teeranstrich. Dies gab unserem kleinen Hause ein schwarzes, düsteres Aussehen, besonders, wenn man es von der Ferne sah. Und so hatte es man in der Umgegend schwarzes Häuschen genannt. An einem wolkigen Herbsttag, zur Zeit, wo ich nicht mehr als 18 Jahre alt war, zwang mein Vater, eine größere Arbeit für eine Nacht unserer Hütte zu verlassen. Doch wollte er mich vorher nach der Moorfarm bringen. Ich lehnte jedoch den Vorschlag ab. Diebe hatten sich bei uns noch nie sehen lassen, unsere Armut war ein hinlänglicher Schutz gegen dieselben, und andere Gefahren gab es nicht. So überließ denn der Vater mir und meiner Katze Polly, für das Haus Sorge zu tragen. Ich hatte den Tisch abgeräumt und mich mit der Katze zu meinen Füßen zur Arbeit niedergesetzt, als ich den Hufschlag von Pferden vernahm. An die Türe eilend sah ich Mr. und Mrs. Kniften mit ihrem Reitknecht, so Pferde auf das Haus zu kommen. Die junge Dame war gütig genug mir, so oft sich eine Gelegenheit darbot, einen freundlichen Besuch abzustatten. Und ihr nachsichtiger Gatte hatte gewöhnlich nichts dagegen, sie zu begleiten. Sie stiegen ab und traten ins Haus, in der besten Laune lachend und plaudernd. Sie sagten mir, dass sie nach derselben Grafschaftsstadt reiten wollten, wohin mein Vater gegangen war, und dass sie die Absicht hätten, einige Tage dort zu verweilen und dann zu Pferde auf demselben Wege nach Hause zurückzukehren. Dass aber Mr. Kniften eine Summe Geldes bei sich trüge, die er unterwegs von einem seiner Pächte empfangen. Nach der Stadt wollte er dieselbe nicht mitnehmen, vom Hause sei er schon zu weit entfernt. Sie baten mich nun, das Geld für einige Tage aufzubewahren, das sie dann auf dem Rückweg wieder abholen wollten. Hierauf gab mir Mr. Kniften ein Taschenbuch, welches ich sofort in einem kleinen Glasschrank dem einzigen wertvollen Möbel, das wir im Hause hatten, verschloss. Ob schon es nichts Neues für mich war, das mir Mrs. Kniften Geld anvertraute, solange sie ledig war, besorgte ich immer die Bezahlung der Rechnungen ihrer Putzmacherin, so war mir nach Entfernung der Herrschaften doch nicht ganz wohl zum Mut darüber, dass sie mir ein Taschenbuch voll Banknoten zur Aufbewahrung zurückgelassen hatten. Sobald ich allein war, begann der Anblick desselben in dem Glasschrank mich zu ängstigen, und statt zu meiner Arbeit zurückzukehren, quälte ich mich mit dem Gedanken ab, einen Platz zu finden, wo ich es aufheben konnte, ohne dass es den Blicken jedes Fremden, der zufällig ins Haus kommen würde, ausgesetzt wäre. Das auszuführen war keine leichte Sache in einer erarmlichen Wohnung wie der unsrigen, wo es nichts Wertvolles unter Schloss und Riegel zu bringen gab. Nachdem ich im Geiste die verschiedenen Verstecke durchgegangen hatte, fiel mir eine Teebüchse, ein Geschenk von Mr. Kniften ein, die ich immer in meinem Schlafzimmer aufbewahrte. Statt aber das Taschenbuch zu der Teebüchse zu bringen, ging ich unglücklicherweise, wie sich später auswies, in mein Zimmer, um die Teebüchse zum Taschenbuch zu bringen. Ich tat dies aus bloßer Gedankenlosigkeit und ich wurde, wie es sich später ausweisen wird, schwer genug dafür bestraft. Ich war gerade im Begriff, die unglückliche Teebüchse aus meinem Schrank zu nehmen, als ich draußen auf dem Gang Schritte vernahm. Ich eilte hinaus und sah zwei Männer in das Wohnzimmer treten, wo ich Mr. und Mrs. Kniften empfangen hatte. Ich fragte scharf genug, was sie wollten, und einer von ihnen antwortete, dass sie zu meinem Vater wollten. Er wendete sich natürlich, während er sprach mir zu, und ich erkannte in ihm einen Steinhauer, der unter seinen Kameraden den Namen Schiffdi Dick, schlauer Dick führte, und in der Gegend in sehr üblem Rufe stand. Er war ein großer, starker Mann mit finsterem, blatternabigem Gesicht und großen, haarigen Händen. Der letzte Besucher in der ganzen Welt, den ich unter irgendeinem Umstande gern gesehen hätte. Sein Begleiter, den er mit dem Namen Jerry anredete, war ein Fremder, ein gewandter, schurkisch aussehender Mann, der mit spöttischer Höflichkeit seine Kappe vor mir abnahm und dabei einen sehr kahlen Kopf mit einigen hässlichen Höckern daraus zeigte. Ich misstraute ihm mehr als Schiffdi Dick und stellte mich zwischen seine lauernden Augen und den Glasschrank, als ich den beiden sagte, dass mein Vater ausgegangen sei und dass ich ihn vor dem folgenden Tag nicht zurückerwarte. Kaum waren diese Worte aus meinem Munde, als ich auch schon bereute, dass ich sie gesprochen hatte. Mein Eifer, mich der unwillkommenen Gäste zu entledigen, hatte mich unvorsichtig genug gemacht, einzugestehen, dass mein Vater die ganze Nacht ausbleiben werde. Schiffdi Dick und sein Begleiter sahen einander an, als ich so unklugerweise die Wahrheit verriet. Sie machten aber keine Bemerkung, sondern fragten bloß, ob ich ihnen nicht einen Tropfen Cedar geben wollte. Ich antwortete scharf, dass ich keinen Cedar im Hause habe. Ich hatte keine Furcht, ihn mir verlangen abzuschlagen, da ich wusste, dass Leute genug in einem Steinbruch beschäftigt waren, der in der Hörweite von unserem Hause lag. Die beiden Männer sahen mich wieder an, als ich ihnen Abrede stellte, dass ich ihnen Cedar geben könne, und Jerry, wie ich ihn nennen muss, da ich keinen Namen für den Burschen kenne, nahm wieder seine Kappe vor mir ab und sagte mit einer gewissen schurkischen Höflichkeit, sie würden das Vergnügen haben, am folgenden Tage, wenn mein Vater zu Hause sei, wieder vorzusprechen. Ich sagte ihnen so mürrisch als möglich guten Abend und zu meiner großen Erleichterung verließen beide gleich darauf das Haus. Sobald sie sich etwas entfernt hatten, beobachtete ich sie von der Tür aus. Sie schlugen den Weg in der Richtung der Moorfarm ein, und da es dunkel zu werden begann, verlor ich sie bald aus dem Gesicht. Eine halbe Stunde später blickte ich wieder hinaus. Der Wind hatte sich mit Sonnenuntergang gelegt, aber es erhob sich ein Nebel, und ein heftiger Regen begann zu fallen. Niemals war mir das einsame Moor so düster und traurig vorgekommen, als an diesem Abend. Niemals hatte ich eine Sache von so untergeordneter Bedeutung so bedauert als die Zurücklassung des Taschenbuchs von Mr. Kniften unter meiner Obhut. Ich kann zwar nicht sagen, dass ich eine wirkliche Besorgnis hegte, denn ich hielt es für gewiss, dass weder Shifty Dick noch Jerry, als sie in der Stube waren, einen so kleinen Gegenstand für das Taschenbuch bemerkt hätten, aber ein gewisses, unbestimmtes Misstrauen beunruhigte mich. Eine Besorgnis vor der Nacht, eine Abneigung allein zu bleiben, die ich früher nie empfunden hatte. Ich verriegelte sofort die Vorder- und Hintertüre und alle Läden im Hause. Als ich dieses Geschäft verrichtet hatte, zündete ich im Kamin ein helles Feuer und mein Licht an und machte es mir, als ich mich zum Tee niedersetzte, so bequem und behaglich als möglich. Ich vermochte jetzt, in dem heller leuchteten Gemach und in dem Gefühle der Sicherheit, dass mir die fest verschlossenen Türen und Läden einflößten, kaum zu glauben, dass ich früher jemals die geringste Besorgnis gehegt hatte. Ich sang, während ich das Tegische reinigte und selbst die Katze schien von meiner guten Laune angesteckt. Das hübsche Geschöpf war noch nie so munter gewesen, als an diesem Abend. Als das Tegische weggeräumt war, nahm ich mein Strickzeug zur Hand und arbeitete so lange, bis ich endlich schläfrig zu werden begann. Das Feuer brannte so hell und warm, dass ich mich nicht entschließen konnte, es zu verlassen und zu Bett zu gehen. Ich blickte müßig in die Flamme, bis der plätschernde Regen draußen und das dumpfe Stöhnen des Windes immer schwächer in meinem Ohre wurde. Die letzten Töne, die ich hörte, ehe ich einschlief, waren das lustige Knistern des Feuers und das gleichmäßige Pustern der Katze, die sich am warmen Feuer gütlich tat. Der Ton, der mich aufweckte, war ein lautes Klopfen an der vorderen Haustüre. Ich sprang mit pochendem Herzen und mit einem furchtbaren Schauder an der Wurzel meiner Haare empor. Ich sprang empor, atemlos und fröstelnd, mit schweigender Spannung. Schweigend etwas, ich wusste kaum was, erwartend. Anfangs zweifelhaft, ob ich nur von dem Klopfen an der Türe geträumt oder ob ich es wirklich gehört habe. Nach kaum einer Minute ließ sich ein zweites Klopfen lauter als das erste vernehmen. Ich heilte in den Gang hinaus. »Wer ist da?« rief ich. »Lass uns ein«, antwortete eine Stimme, die ich sogleich als die von Shifty Dick erkannte. »Warte ein wenig, meine Liebe, und lass dir etwas sagen. ließ sich eine zweite Stimme in dem tiefen, salbungsvollen, spöttischen Ton von Dicks Begleiter, dem kleinen, gewandten Mann, den er Jerry nannte, vernehmen. Du bist allein im Hause, meine liebe Kleine. Du kannst deine süße Stimme heiser schreien, und niemand ist in der Nähe, dich zu hören. Sei vernünftig, mein Schatz, und lass uns ein. Wir wollen diesmal keinen Sieder. Wir wollen nur ein hübsches, kleines Taschenbuch, das du im Besitz hast, und die vier silbernen Teelöffel, die du immer so nett und glänzend auf dem Kamin-Sims aufstellst. Wenn du uns einlässt, so werden wir dir kein Haar krümmen, mein Scherub, und wir versprechen, sogleich wieder fortzugehen, wenn wir erhalten haben, was wir suchen. Es sei denn, dass du den besonderen Wunsch hegen solltest, uns zum Tee zu behalten. Wenn du uns aber nicht einlässt, so werden wir genötigt sein, ins Haus einzubrechen, und dann, und dann, fiel Schiff die Dick ein, werden wir dich zu breit zermalmen. Ja, wir werden dich zermalmen, meine Schöne, sagte Jerry. Aber du wirst uns gewiss nicht zwingen, dies zu tun, nicht wahr? Du lässt uns ein. Diese lange Rede gab mir Zeit, mich von der Erschütterung zu erholen, welche das erste Klopfen auf meine Nerven hervorgebracht hatte. Die Drohung der beiden Schurken würde manchen Frauen vor Schrecken die Besinnung geraubt haben. Auf mich brachte sie aber keine andere Wirkung als eine heftige Entrüstung hervor. Ich besaß, Gott sei Dank, ziemlich viel Mut und Selbstvertrauen. Und die kalte, verächtliche Unverschämtheit des Mannes, der sich Jerry nannte, empörte meinen Stolz. Ihr Feigen, Schurken, rief ich durch die Türe. Ihr denkt, ihr könnt mich erschrecken, weil ich ein armes Mädchen bin, das sich allein im Hause befindet? Ihr elenden Diebe, ich biete euch beiden Trotz. Unsere Riegel sind stark, unsere Läden dick. Ich bin hier, um das Haus meines Vaters zu beschützen. Und beschützen werde ich es gegen eine Armee von euch. Ich hörte jetzt Jerry lachen und Schiff die schreckliche Flüche ausstoßen. Darauf trat eine Minute oder zwei eine lautlose Stille ein und dann griffen die beiden Schurken die Türe an. Ich halte ins Zimmer und ergriff den Schürhaken und dann legte ich Holz auf das Feuer und zündete alle Lichter, die ich finden konnte. Denn es kam mir vor, als ob ich meinen Mut besser aufrechterhalten könnte, wenn ich Licht genug hätte. So sonderbar und unwahrscheinlich es sei, das Nächste, was meine Aufmerksamkeit auf sich zog, war meine arme Katze, die erschrocken in einer Ecke knurrte. Ich liebte das kleine Tier so sehr, dass ich es auf den Arm nahm, in mein Schlafgemach trug und in mein Bett legte. Während dieser ganzen Zeit fielen die Schläge auf die Türe immer heftiger. Sie wurden, wie ich vermutete, mit schweren Steinen ausgeführt. Jerry sang zu seiner schurkischen Beschäftigung und Schiff die dick fluchte. Als ich das Schlafgemach verließ, nachdem ich die Katze unter die Bettdecke gelegt, hörte ich, wie die untere Füllung der Türe zu krachen begann. Ich eilte ins Zimmer und steckte die vier silbernen Löffel in die Tasche. Dann nahm ich das unglückliche Taschenbuch mit den Banknoten und verbarg es im Busen. Ich war entschlossen, das mir anvertraute Eigentum mit meinem Leben zu verteidigen. In diesem Augenblick hörte ich, wie die Türe splitterte und eilte, mein schweres Schürheisen mit beiden Händen schwingend auf den Gang hinaus. Ich kam gerade zur rechten Zeit, um zu sehen, wie Jerry seinen kahlen Kopf mit den hässlichen Höckern durch ein Loch in dem unteren Teil der Türe hereinsteckte. Zurück, du Schurke, oder ich schlage dir auf der Stelle das Hirn ein, schrie ich, ihm mit dem Schürheisen drohend. Mr. Jerry zog seinen Kopf schneller zurück, als er ihn hereingestreckt hatte. Das nächste Ding, was durch die Öffnung hereinkam, war eine lange Heugabel, mit der sie von außen nach mir stießen, um mich von der Tür wegzutreiben. Ich schlug mit aller Kraft darauf und der Schlag musste die Hand von Shifty Dick bis hinauf zur Schulter getroffen haben, denn ich hörte ihn einen Zornes- und Schmerzensausruf ausstoßen. Ehe er die Gabel mit der anderen Hand fassen konnte, hatte ich sie hereingezogen. Jetzt verlor selbst Jerry die Geduld und fluchte noch ärger als Dick. Dann kam ein anderer Augenblick der Ruhe. Ich vermutete, ich vermutete, dass sie fortgegangen seien, um größere Steine zu holen, und ich fürchtete, dass die ganze Türe eingeschlagen werden könnte. Als diese Besorgnis mich ergriff, eilte ich in mein Schlafgemach, schleifte die kleine Kommode auf den Gang hinaus und lehnte sie vor die Öffnung der Türe. Auf diese stellte ich die große Werkzeugkiste meines Vaters drei Stühle und einen Korb voll Kohlen. Und endlich zog ich den Tisch aus der Stube und stemmte ihn, so gut ich konnte, gegen die ganze Barrikade. Sie hörten mich, als sie mit neun Steinen zur Türe kamen. Jerry sagte, warte ein wenig, und dann berieten sie sich flüsternd miteinander. Ich horchte aufmerksam, hörte aber nur diese Worte, lasst uns dort den Versuch machen. Gleich darauf vernahm ich, wie sich ihre Fußtritte von der Türe entfernten. Wollten sie jetzt einen Angriff auf die hintere Türe machen? Ich hatte mir kaum diese Frage gestellt, als ich ihre Stimmen auf der anderen Seite des Hauses vernahm. Die hintere Tür war kleiner als die vordere, aber sie hatte in Bezug auf Festigkeit den Vorteil, dass sie aus dicken, eichenen Buhlen bestand, die innen durch ebensolche Querbretter befestigt waren. Sie hatte keinen Riegel wie die vordere Türe, sondern war durch eine eiserne Stange, die an beiden Enden in die Mauer eingefügt war, befestigt. Sie müssten das ganze Haus einwerfen, ehe sie durch diese Türe einbrechen können, dachte ich bei mir. Sie machten dies auch bald selbst ausfindig. Nachdem sie fünf Minuten lang an die Hintertür geschlagen hatten, gaben sie den ferneren Angriff von dieser Seite auf und warfen ihre Steine mit wütenden Flüchen auf den Boden. Ich ging in die Stube und setzte mich auf den Stuhl am Fenster, um einen Augenblick auszuholen. Besorgnis, die Ungewissheit und Aufregung begannen ihre Wirkung auf mich geltend zu machen. Der Schweiß brach in dicken Tropfen aus meiner Stirne hervor und meine Hände schmerzten mich, da ich sie an mehreren Stellen, während ich die Barrikade an der vorderen Türe aufrichtete, blutig geschunden hatte. Ich hatte noch nichts von meiner Entschlossenheit verloren, aber meine Kräfte begannen nachzulassen. Im Schrank stand eine Flasche Rum. Ich trank keinen Tropfen davon. Niemals, weder vorher noch nachher, habe ich etwas über meine Zunge gebracht, das mir halb so gut tat, als dieser kostbare Mund voll rum. Ich saß noch immer auf dem Fenstersitz, als sich plötzlich ihre Stimmen hart neben mir hörte. Sie tasteten am Fenster herum, es war gleich allen anderen Fenstern im Hause durch eiserne Gitter und innen durch Läden geschützt. Ich horchte in schrecklicher Spannung auf den Ton von Pfeilen, aber nichts derartiges ließ ich vernehmen. Sie hatten offenbar darauf gerechnet, mich so erschrecken zu können, dass ich sie gutwillig einlassen würde und sich deshalb nicht mit Werkzeugen zum Einbrechen versehen. Ein neuer Ausbruch von Flüchen belehrte mich, dass sie sich von dem Hindernis der eisernen Gitte überzeugt hatten. Ich lauschte atemlos auf irgendein Zeichen, was sie zunächst zu tun gedächten, aber ihre Stimmen schienen in der Entfernung zu verheilen. Sie zogen sich von dem Fenster zurück. Entfernten sie sich wohl auch ganz von dem Hause? Hatten sie den Gedanken einzudringen in Verzweiflung aufgegeben? Ein langes Schweigen folgte. Ein Schweigen, das mein Mut weit mehr auf die Probe stellte als der Lärm ihres ersten Angriffs auf das Haus. Ein schrecklicher Verdacht bemächtigte sich meiner, dass sie imstande sein möchten, durch Verrat auszuführen, was sie durch Gewalt nicht durchzusetzen vermochten. So gut ich auch das Haus kannte, stiegen doch Zweifel in mir auf, ob es nicht Mittel und Wege gäbe, gegen die ich nicht vorgesehen wäre, durch List und ganz in der Stille in dasselbe einzudringen. Das Ticken der Uhr und das Knistern der Flammen erschreckten mich. Ich blickte zehnmal in der Minute in die dunklen Ecken des Ganges, meine Augen anstrengend, meinen Atem anhaltend, die unwahrscheinlichsten Dinge, die unmöglichsten Gefahren vermuten. Waren sie wirklich fort oder strichen sie noch immer um das Haus herum? Ach, was hätte ich darum gegeben, wenn ich nur gewusst hätte, was sie während dieser Pause des Schweigens trieben? Ich wurde endlich aus meiner Ungewissheit auf die furchtbarste Weise aufgeschreckt. Ein Ruf von einem derselben durch den Schornstein des Kamins drang mir plötzlich zu Ohren. Er kam so unerwartet, war so schrecklich in der Stille der Nacht, dass ich zum ersten Male seit dem Angriff auf das Haus laut aufschrie. Meine schlimmsten Ahnungen hatten mir niemals den Gedanken eingegeben, dass die beiden Schurken auf das Dach steigen könnten. Lass uns ein, du Teufelsbrut, brüllte eine Stimme durch den Schornstein. Es trat wieder eine Pause ein. Der Rauch von dem Holzfeuer dünn und leicht wie er war in dem gegenwärtigen Zustand der glühenden Asche, hatte offenbar den Mann genötigt, das Gesicht von der Öffnung des Schornsteins zu entfernen. Ich zählte die Sekunden, während er, wie ich vermutete, wieder Atem schöpfte. In weniger als einer halben Minute kam ein neuer Ruf. Lass uns ein, oder wir brennen dir das Nest über dem Kopf ab. Es abbrennen, was abbrennen, es gab nichts leicht brennbares als das Stroh auf dem Dach, und dieses war vollständig von dem seit fünf Stunden ohne Unterlass gefallenen Regen durchweicht. Mir das Haus über dem Kopf niederbrennen? Wie? Während ich noch immer in wilder Aufregung darüber nachdachte, welche Gefahren mir möglicherweise durch Feuer drohen könnten, kam einer der schweren Steine, welche auf dem Strohdach lagen, um zu verhindern, dass es die heftigen Winde weggerissen wurde, donnernd den Schornstein herab. Er streute die glühenden Kohlen auf dem Herd dem ganzen Gemach umher. Ein reich ausgestattetes Zimmer mit Teppichen und anderen brennbaren Stoffen würde sogleich in Brand geraten sein. Selbst unser nackter Fußboden und unsere rohen Möbel verbreiteten einen Brandgeruch bei dem Funkenregen, welchen der erste Stein nach allen Richtungen ausstreute. Ein Augenblick stand ich über diesen neuen Beweis teuflischer Erfindungsgabe der Schurken ganz entsetzt da. Aber die furchtbare Gefahr brachte mich sogleich wieder zur Besinnung zurück. In der Küche befand sich ein großer Eimer voll Wasser und ich beeilte mich, einen Topf voll zu holen. Bevor ich in das Gemach zurückkam, war ein zweiter Stein durch den Kamin herunter geworfen worden und der Fußboden brannte an mehreren Stellen. Ich war klug genug, zuerst mein ganzes Wasser auf das Herdfeuer zu gießen, ehe der dritte Stein herunter kam. Die Kohlen auf dem Boden löschte ich dann leicht aus. Der Mann auf dem Dache musste das Zischen des Feuers, als sich das Wasser ausgoß gehört haben, denn nach dem dritten Stein kam keiner mehr herunter. Dass einer von den Schurken auf demselben Wege wie die Steine herunter steigen sollte, war nicht zu befürchten, da der Kamin, wie ich wohl wusste, zu eng war, um einer anderen Person als einem kleinen Jungen den Durchzug zu gestatten. Bei diesem tröstlichen Gedanken blickte ich empor. Ich blickte empor und sah so deutlich, wie ich jetzt das Papier sehe, auf das ich schreibe, die Spitze eines Messers durch das Dach kommen gerade über meinem Kopf. Unser Häuschen hatte keinen oberen Stock und unsere Gemächer keine Decken. Langsam bewegte sich das Messer durch die trockene Innenseite des Strohdachs zwischen den Sparren hin und her. Es hielt an meiner Weile an und ich hörte, wie an dem Stroh gerissen wurde, das in Menge herunter fiel. Die große haarige Hand von Shifty Dick kam darauf durch eine Öffnung zum Vorschein. Sie war mit dem Messer bewaffnet, mit dem sie an die Balken klopfte, als ob sie die Stärke derselben prüfen wollte. Gott sei Dank, sie waren dick und lagen sehr nahe beisammen. Nur mit einem Beil hätte man einen Teil entfernen entfernen Die mörderische Hand untersuchte noch immer mit dem Messer, als ich einen Ruf von dem Schurken Jerry hörte, einen Ruf, der aus der Nähe des Steinschuppens meines Vaters hinter dem Hause zu kommen schien. Die Hand und das Messer waren im nächsten Augenblick verschwunden. Ich ging nach der hinteren Türe, legte das Ohr an dieselbe und horchte. Beide Männer befanden sich jetzt in dem Schuppen. Ich strengte mein Gedächtnis an, um mich zu erinnern, welche Werkzeuge und andere Dinge, die gegen mich gebraucht werden konnten, dort aufbewahrt wurden. Aber meine Aufregung verwirrte mich. Es fiel mir nichts bei ein als die große Steinsäge meines Vaters, die viel zu schwer und unhandlich war, um auf dem Dach des Hauses verwendet werden zu können. Ich quälte noch immer umsonst mein Gehirn ab, als sich die Männer etwas aus dem Schuppen schleppen hörte. In demselben Augenblick, wo das Geräusch mir zu Ohren drang, erinnerte ich mich plötzlich einiger Balken, hatte kaum Zeit, mich zu gewissern, dass sie einen derselben entfernten, als ich Schiff die dick zu Jerry sagen hörte, welche Türe. Die vordere, war die Antwort, sie hat bereits einen Bruch. Wir werden sie jetzt in der kürzesten Zeit eingestoßen haben. Es gehörte gerade kein großer Schafsinn dazu, aus diesen Worten zu schließen, dass sie im Begriff waren, den Balken wie einen Mauerbrecher gegen die Türe zu gebrauchen. Als ich mir diese Überzeugung aufdrängte, verlor ich endlich den Mut, ich wusste, dass die Türe eingestoßen werden würde. Keine Barrikade, wie ich sie gebaut hatte, konnte länger als einige Minuten den Stößen mit einem schweren Balken widerstehen. Ich kann nichts weiter tun, als das Haus gegen sie halten, sagte ich zu mir, während meine Knie zusammenschlugen und die Tränen meine Wangen zu netzen begannen. Ich muss mich auf die Nacht und die dichte Finsternis verlassen und mein Leben durch Laufen retten, solange es noch Zeit ist. Ich warf rasch ein Tuch über den Kopf und hatte bereits meine Hand auf der Eisenstange der hinteren Türe, als ein klägliches Miauen aus meinem Schlafgemach mich an meine arme Katze erinnerte. Ich halte sie hinein und nahm sie in die Schürze. Wie ich wieder in den Gang hinauskam, fiel der erste Stoß mit dem Ball. Die oberen Bänder der Türe gaben nach, die Stühle und der Kohlenkorb, welche den oberen Teil meiner Barrikade bildeten vielen Rasseln zu Boden. Aber die unteren Bänder, die Werkzeugkiste und die Kommode behaupteten noch immer ihren Platz. Noch einen, hörte ich die Schurken rufen, noch einen Stoß und wir haben gewonnen. Gerade als sie zu diesem den Anlauf nahmen, öffnete ich die hintere Türe und floh in die Nacht hinaus mit den Banknoten in meinem Busen, den silbernen Löffeln in meiner Tasche und der Katze in meinen Armen. Ich verfolgte meinen Weg leicht genug durch die gewohnten Hindernisse des Hofs und befand mich draußen auf dem dunklen Moor, noch ehe ich den zweiten Stoß vernahm und das Krachen sagte, dass die ganze Türe nachgegeben hatte. Schon nach wenigen Minuten mussten sie meine Flucht mit dem Taschenbuch entdeckt haben, denn ich hörte Rufe, als ob sie mich verfolgten. Ich rief aus Leibes Kräften und die Töne verloren sich sehr bald in der Ferne. Es war so finster, dass zwanzig Diebe statt zweies nutzlos gefunden hätten, mir zu folgen. Wie lange es dauerte, bis ich das Farmhaus, den nächsten Ort, wo ich meine Zuflucht suchen konnte, erreichte, vermag ich nicht zu sagen. Ich erinnere mich nur, dass ich auf meinem Weg den Wind immer im Rücken zu halten suchte, da ich am Abend bemerkt hatte, dass er gegen die Moorfarm wehte. Hätte er sich geändert gehabt, so würde ich mich wahrscheinlich verirrt haben und vielleicht vor Erschöpfung und Kälte auf dem Moor umgekommen sein, denn ich war, nach dem, was ich ausgestanden, meiner Sinne nicht mehr mächtig. Glücklicherweise blies er noch immer aus derselben Richtung wie seit Sonnenuntergang, und ich erreichte das Farmhaus ganz durchnäßt und in fieberhaftem Zustand. Als ich an die Türe klopfte, waren alle bereits zu Bett gegangen, mit Ausnahme des ältesten Sohnes des Farmers. Ich besaß gerade noch Kraft genug, ihm mit einigen Worten zu sagen, um was es sich handelte, und fiel dann ohnmächtig zu seinen Füßen nieder. Der Ohnmacht der ersten in meinem Leben folgte eine schwere Krankheit. Als ich nach dieser meine Besinnung wiedererlangte, befand ich mich in einem der Betten des Farmhauses. Mein Vater, Mrs. Kniften und der Arzt waren im Zimmer, die Katze schlief zu meinen Füßen und das gerettete Taschenbuch lag auf seinem Tisch an meiner Seite. Es gab Nachrichten genug für mich, sobald ich im Stande war, sie anzuhören. Schiff die Dick und der andere Schurke befanden sich im Gefängnis und erwarteten ihre Aburteilung bei den nächsten Assisten. Mr. und Mrs. Kniften waren über die Gefahr, der ich ausgesetzt gewesen war und von der sie sich die Schuld beimaßen, weil sie so unüberlegter Weise das Taschenbuch bei mir zurückgelassen hatten, so überstürzt gewesen, dass sie meinen Vater überredeten, sein einsames Häuschen zu verlassen und eine Wohnung auf ihrem Gute zu beziehen, die wir mietfrei erhalten sollten. Die Banknoten, die ich gerettet, erhielt ich zum Geschenke, um für die Möbel, welche die Diebe ruiniert hatten, andere zu kaufen. Diese angenehmen Nachrichten trugen sehr viel dazu bei, meine Wiederherstellung so weit zu befördern, dass ich sehr bald imstande war, meinen Freunden in dem Farmhause die Begebenheiten Dich hier niedergeschrieben ausführlich zu erzählen. Sie waren alle erstaunt und hörten mit lebhaftem Interesse zu. Aber keiner zeigte, wie ich wahrzunehmen glaubte, eine so atemlose Aufmerksamkeit als der älteste Sohn des Farmers, dessen glückliche Gattin Gattin ich sechs Monate darauf wurde. So hat denn das nächtliche Abenteuer im schwarzen Häuschen mein Glück begründet. Die Schildbürger Waren die Schildbürger wirklich so dumm, wie sie taten? Im Mittelalter, damals, als man das Schießpulver noch nicht erfunden hatte, lag mitten in Deutschland eine Stadt, die Schilder hieß. Und ihre Einwohner nannte man deshalb die Schildbürger. Das waren merkwürdige Leute. Alles, was sie anpackten, machten sie verkehrt. Und alles, was man ihnen sagte, nahmen sie wörtlich. Wenn zum Beispiel ein Fremder ärgerlich ausrief, wir habt ja ein Brett vorm Kopf, griffen sie sich auch schon an die Stirn und wollten das Brett wegnehmen. Und meinte ein anderer ungeduldig, bei euch piept es ja. So sperrten sie neugierig die Ohren auf, lauschten drei Minuten und antworteten dann gutmütig, das muss ein Irrtum sein, lieber Mann, wir hören nichts piepen. So viel Dummheit brachte manchen durchreisenden Kaufmann der Verzweiflung nahe. Andere wieder lachten sich darüber halbtot und mit der Zeit lachte zu guter Letzt das ganze Land. Kam jemand von einer längeren Reise zurück, so fragte man ihn auch schon kaum, dass er sich die staubigen Stiefel ausgezogen hatte, was gibt's Neues in Schilder, erzähle! Und wenn er dann beim Braunbier den neuesten Schildbürgerstreich auftischte, hielt sich die vergnügte Runde die Bäuche. Nein, riefen sie, wie kann man nur so dumm sein? An dieser Stelle muss ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Es heißt, so dumm kann man nicht sein. Daraus folgt einwandfrei, dass auch die Schildbürger nicht so dumm waren, sondern dass sie sich nur so dumm stellten. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Wer nicht weiß, dass 2 mal 2 4 ist, der ist dumm und ihm ist schwer zu helfen. Wer es aber weiß und trotzdem antwortet 2 mal 2 sei 5, der verstellt sich. So ähnlich wie er machten es die Schildbürger. Und wer unter euch scharf nachdenken kann, der wird mich etwas ganz Bestimmtes fragen wollen. Nun, was wird er fragen wollen? Warum stellten sich die Schildbürger eigentlich so dumm? Warum und wozu? Was hatten sie davon? Ja, ganz recht. Was hatten sie davon? Wer lässt sich schon gern vom ganzen Lande auslachen? Wer ist schon gerne und noch dazu freiwillig so dumm wie Bohnenstroh? Ja, also außer den Schildbürgern wüsste ich niemanden. Und damit er sie versteht, muss ich erst einmal erzählen, wie ihre Dummheit zustande kam. Die Geschichte ist ein bisschen verzwickt, ich kann's nicht ändern, passt also gut und genau auf. Lange, sehr lange, bevor die Schildbürger durch ihre sprichwörtliche Dummheit berühmt wurden, waren sie im Gegenteil fleißig, tüchtig, beherzt und aufgeweckt. Ja, sie waren sogar tüchtiger und gescheiter als die meisten anderen Leute. Das sprach sich bald herum. Und wenn man sich anderswo kein Rat mehr wusste, schickte man einen berittenen Boten nach Schilder, dass er Ratschläge einhole. Am Ende kamen allwöchentlich mindestens zwei Gesandte aus fernen Reichen und Ländern, brachten prächtige Geschenke von Königin, vom Kaiser und vom Sultan und baten, Schilder möge ihn den ein oder anderen klugen Einwohner als Minister, Bürgermeister oder Oberlandesgerichtsdirektor ausleihen. Ah, so gingen immer mehr Schildbürger ins Ausland, erwarben sich draußen Rangen, Ehren und Orden und sandten regelmäßig Geld nach Hause. Ruhm, Geld und Titel sind ganz gut und ganz schön. Aber in Schilder selber ging es mittlerweile drunter und drüber. Da die Männer nicht daheim waren, mussten statt ihrer die Frauen pflügen, säen und ernten. Die Frauen mussten die Pferde beschlagen und das Vieh schlachten. Die Frauen mussten die Kinder unterrichten, die Steuern einkassieren, die Ernte verkaufen, den Marktplatz pflastern, die Zähne ziehen, das Korn mahlen, die Schuhe besohlen, die Semmeln backen, die Bäume fällen, die Predigten halten, die Scheunen ausbessern, die Diebe einsperren, die Glocken läuten, die Bretter hobeln, den Wein keltern, die Brunnen graben, die Wiesen mähen, die Dächer decken und abends im Wirtshaus zum Roten Ochsen sitzen. Ja, das war zu viel. Das Vieh verkam, die Ernte verfaulte, es regnete durch die Dächer. Auf dem Marktplatz wuchsen Brennnesseln, Die Uhr am Kirchturm ging vier Stunden nach. Die Kinder wurden frech und blieben dumm, und die armen Frauen wurden vor lauter Sorgen, Mühen und Tränen, hässlich und vor der Zeit krumm und alt. Da schrieben sie ihren Männern einen wütenden Brief, worin zu lesen stand, warum und wieso sie nicht länger ein noch auswüsten, und die Männer sollten sich schleunigst heimscheren. Ja, da kriegten die Männer einen Heidenschreck, verabschiedeten sich hastig von ihren tiefbetrübten Königin und Kurfürsten und vom Sultan und fuhren aus allen Himmelsrichtungen mit der Extra-Post nach Hause zurück. Hier schlugen sie erst einmal die Hände überm Kopf zusammen. Sie kannten ihr Schilder gar nicht wieder. Die Fensterscheiben waren zersprungen, im Hausflur wuchs Moos, die Wagenräder quietschten, die Kinder streckten die Zunge heraus und der Wind wehte die Ziegel vom Dach. Tja, das habt ihr von eurer Gescheitheit, sagten die Frauen ärgerlich. Und die Männer gingen, ohne ein Wort zu sagen, ins Bett. Ein paar Tage später trafen sie sich im Roten Ochsen, tranken Bier, klagten einander ihr Leid und kratzten sich hinter den Ohren. Draußen vorm Gasthof standen schon wieder fünf Gesandte aus fremden Ländern und baten um ihr Gehör. Schickt sie weg, sagte der Ochsenwirt. Diesmal können wir unseren guten Rat selber brauchen. Das Hemd ist auch uns näher als der Rock. Dann steckte er den Kopf durchs Fenster und rief, wir haben leider alle den Keuch Husten. Da kletterten die fünf Gesandten auf ihre fünf Pferde und machten sich aus dem Staube. Denn Keuch Husten ist, wie jedes Kind weiß, ansteckend. So hatten die Schildbürger ihre Ruhe, bestellten die nächste Runde Bier, bliesen den Schaum vom Glas und dachten angestrengt nach. Beim sechsten Glase wischte sich der Schweinehirt den Schnurrbart und sagte »Ich hab's!« Er war lange Zeit Stadtbaumeister in Pisa gewesen, hatte dort den bekannten schiefen Turm erbaut und galt auch sonst für sehr tüchtig. »Ich hab's«, sagte er noch einmal. »Die Klugheit war an allem schuld und nur die Dummheit kann uns retten.« Weil sie ihn zweifelnd anschauten, fuhr er fort, »Uns bleibt kein anderer Ausweg, wir müssen uns dumm stellen, sonst lassen uns die Könige, der Kaiser und der Sultan nicht in Ruhe.« »Aber wie stellt man sich dumm?« fragte der Grobschmied. »Es wird nicht ganz leicht sein,« antwortete der Schweinehirt. »Dumm zu scheinen, ohne dumm zu sein, verlangt viel Scharfsinn.« »Nun, wir sind gescheite Leute, und so werden wir's schon schaffen.« »Bravo!« rief der Schneidermeister. »Dumm sein ist mal was anderes!« Und auch den übrigen gefiel der Vorschlag des Schweinehirten ausgezeichnet. Die nächsten zwei Monate übten sie das sich dumm stellen ganz im Geheim. Dann erst traten sie mit ihrem ersten Streich ans Licht der Öffentlichkeit. Mit dem Bau ihres neuen dreieckigen Rathauses. Das machte ihnen einen diebischen Spaß. Nur der Schulmeister hatte Bedenken. »Dumm«, sagte er, »wer sich gescheit stellt, wird davon noch lange nicht nicht richtig gescheit. Wer sich aber lange genug dumm stellt, der wird, fürchte ich, eines Tages wirklich dumm.« Als die anderen ihn auslachten, rief er ärgerlich, »da habt ihr's, es fängt schon an!« »Was fängt schon an?« fragte neugierig der Hofschmied. »Eure Dummheit«, rief der Schulmeister. Und da lachten sie ihn aus. Die Schildbürger bauen ein Rathaus. Der Plan, das neue Rathaus nicht viereckig, sondern dreieckig zu bauen, stammte vom Schweinehirten. Er hatte, wie schon gesagt, den Schiefenturm von Pisa erbaut, der mittlerweile eine Sehenswürdigkeit geworden war. Und erklärte stolz, ein dreieckiges Rathaus ist noch viel sehenswerter als ein schiefer Turm. Deshalb wird Schilder noch viel berühmter werden als Pisa. Die anderen hörten das mit großem Behagen, denn auch die Dummen werden gerne berühmt. Das war im Mittelalter nicht anders als heute. So gingen also die Schildbürger schon am nächsten Tag morgens um sieben an die Arbeit. Und sechs Wochen später hatten sie die drei Mauern aufgebaut. In der dem Marktplatz zugekehrten Breitseite war ein großes Tor ausgespart worden und es fehlte nur noch das Dach. Nun, auch das Dach kam bald zustande und am Sonntag darauf fand die feierliche Einweihung des neuen Rathauses statt. Sämtliche Einwohner erschienen ihren Sonntagskleidern und begaben sich mit dem Schweinehirten an der Spitze in das weißgekalkte dreieckige Gebäude. Doch sie waren noch nicht an der Treppe da purzelten sie auch schon durcheinander stolperten über fremde Füße traten irgendjemandem auf die Hand stießen mit den Köpfen zusammen und schimpften wie die Rohrspatzen. Die drin waren wollten wieder heraus und die draußen standen wollten unbedingt hinein. Es gab ein fürchterliches Gedränge. Endlich landeten sie alle, wenn auch zerschunden und mit Beulen und blauen Flecken wieder im Freien, blickten einander ratlos an und fragten aufgeregt »Was war denn eigentlich los?« Da kratzte sich der Schuster hinter den Ohren und sagte »In unserem Rathaus ist es finster.« »Ja, stimmt«, riefen die anderen. Als aber der Bäcker fragte »Und woran liegt das?« wussten sie lange keine Antwort. Bis der Schneider schüchtern sagte »Ich glaube, ich hab's.« »Nun?« »In unserem neuen Rathaus«, fuhr der Schneider bedächtig fort, »ist kein Licht.« Da sperrten sie Mund und Nase auf und nickten zwanzig Mal. Der Schneider hatte Recht. Im Rathaus war's finster, weil kein Licht drin war. Am Abend trafen sie sich beim Ochsenwirt, tranken ein Bier und beratschlagten, wie man Licht ins Rathaus hineinschaffen könne. Es wurden eine ganze Reihe Vorschläge gemacht. Doch sie gefielen ihnen nicht besonders. Erst nach dem fünften Glas Braunbier fiel dem Hufschmied das Richtige ein. Das Licht ist ein Element wie Wasser, sagte er nachdenklich. Und da man Wasser in Eimern ins Haus trägt, sollten wir es mit dem Licht genauso machen. Hurra, riefen sie alle, das ist die Lösung. Am nächsten Tag hättet ihr auf dem Marktplatz sein müssen. Das heißt, ihr hättet gar keinen Platz gefunden. Überall standen Schildbürger mit Schaufeln, Spaten, Besen und Mistgabeln und schaufelten den Sonnenschein in Eimer und Kessel, Kannen, Töpfe, Fässer und Waschkörbe. Andere hielten große, leere Kartoffelsäcke ins Sonnenlicht, banden dann die Säcke geschwind mit Stricken zu und schleppten sie ins Rathaus. Dort banden sie die Säcke auf, schütteten das Licht ins Dunkel und rannten wieder auf den Markt hinaus, wo sie die leeren Säcke von Neuem aufhielten aufhielten und die Eimer und die Fässer und Körbe wieder voll schaufelten. Ein besonders schlauer hatte eine Mausefalle aufgestellt und fing das Licht in der Falle. So trieben sie es bis zum Sonnenuntergang. Dann wischten sie sich den Schweiß von der Stirn und traten gespannt durch das Rathaustor. Sie hielten den Atem an. Sie sperrten die Augen auf, aber im Rathaus, ja, da war es noch genauso dunkel wie am Tag zuvor. Da ließen sie die Köpfe hängen und stolperten wieder ins Freie. Wie sie so auf dem Markt herum standen, kam ein Landstreicher des Weges und fragte, wo es denn fehle. Sie erzählten ihm ihr Missgeschick und dass sie nicht ein noch auswisten. Er merkte, dass es mit ihrer Gescheitheit nicht weit her sein konnte und sagte, kein Wunder, dass es in eurem Rathaus finster ist, ihr müsst das Dach abdecken. Sie waren sehr verblüfft und der Schweinehirt meinte, wenn dein Rat gut sein sollte, darfst du bei uns in Schilder bleiben, solange du willst. Jawohl, fügte der Ochsenwart hinzu, und essen und trinken darfst bei bei mir da rieb sich der Landstreicher die Hände, ging ins Wirzhaus und bestellte eine Kalbsaxe mit Kartoffelsalat und eine Kanne Bier. Tags darauf deckten die Schildbürger das Rathausdach ab und oh Wunder mit einem Male was im Rathaus sonnenhell. Jetzt konnten sie endlich ihre Ratssitzungen abhalten, Schreibarbeiten erledigen, Gemeindewiesen verpachten, Steuern einkassieren und alles Übrige besorgen, was während der Finsternis im Rathaus liegen geblieben war. Da es damals Sommer war und ein trockener Sommer obendrein, störte es nicht weiter, dass sie kein Dach überm Kopf hatten. Und der Landstreicher lebte auf ihre Kosten im Gasthaus, tafelte mittags und abends, was das Zeug hielt, und kriegte einen Bauch. Das ging lange Zeit gut. Bis im Herbst graue Wolken am Himmel heraufzogen und ein Platzregen einsetzte. Es hagelte sogar. Und die Schildbürger, die gerade in ihrem Rathaus ohne Dach saßen, wurden bis auf die Haut nass. Dem Hofschmied sauste ein Hagelkorn so groß wie ein Taubenei aufs Nasenbein. Der Sturm riss fast allen die Hüte vom Kopf und sie rannten durch Nest nach Hause, legten sich ins Bett, tranken heißen Fliedertee und niesten wie die Schöpse. Als sie am nächsten Morgen mit warmen Tüchern um den Hals und mit roten geschwollenen Nasen zum Ochsenwirt kamen, um den Landstreicher zu fragen, was sie nun tun sollten, ja da war verschwunden. Da sie nun niemanden hatten, der ihnen hätte helfen können, versuchten sie es noch ein paar Wochen mit dem Rathaus ohne Dach. Als es dann aber gar zu schneien begann und sie wie die Schneemänner am Ratstisch hockten, meinte der Schweinehirt, Liebe Mitschildbürger, so geht es nicht weiter. Ich beantrage, dass wir mindestens für die nasse Jahreszeit das Dach wieder in Ordnung bringen. Sein Antrag wurde von allen, die sich erkältet hatten, angenommen. Es waren die meisten. Und so deckten sie den Dachstuhl wie vorher mit Ziegeln. Ja, nun, was im Rathaus freilich wieder stockfinster. Doch diesmal wussten sich die Schildbürger zu helfen. Jeder steckte sich einen brennenden Holzspan auf den Hut. Und wenn es auch nicht sehr hell war, so konnten sie einander doch wenigstens ungefähr kennen. Leider begannen die Späne nach einer Viertelstunde zu flackern. Nach einer halben Stunde roch es nach angebrannten Hüten. Und schon saßen die Männer wie vor Monaten im Dunkeln. Es war ganz still geworden. Sie schwiegen vor lauter Erbitterung. Plötzlich rief der Schuster aufgeregt, ein Lichtstrahl! Tatsächlich! Die Mauer hatte einen Riss bekommen und durch ihn hindurch tanzte ein Streifen Sonnenlicht. Wie gebannt starrten sie auf den goldenen Gruß von draußen. Oh, wir Esel! brüllte da der Schweinehirt. Wir haben ja die Fenster vergessen! Dabei sprang er auf, fiel im Dunkeln über die Beine des Schmieds und schlug sich an der Tischkante drei Zähne aus. Ja, so war's! Sie hatten tatsächlich die Fenster vergessen. Sie stürzten nach Hause, holten Spitzhacken, Winkelmaß und Wasserwaage und noch am Abend waren die ersten Fenster fix und fertig. So wurden die Schildbürger zwar nicht wegen ihres dreieckigen Rathauses, sondern vielmehr durch die vergessenen Fenster berühmt. Es dauerte nicht lange, so kamen auch schon die ersten Reisenden nach Schilder, bestaunten die Einwohner, übernachteten und ließen überhaupt ein gutes Stück Geld in der Stadt. Seht ihr, sagte der Ochsenwirt zu seinen Freunden, als wir gescheit waren, mussten wir das Geld in der Fremde verdienen. Jetzt, da wir dumm geworden sind, bringt man's uns ins Haus. Der versalzene Gemeindeacker Eines schönen Tages wurde in Schilder das Salz knapp und die Händler, die durchs Land zogen, hatten keines zu verkaufen. In Salzburg sei Krieg, erzählten sie, und in Salzbrunn und in Salzwedel auch, und man müsse warten, bis der Krieg vorüber sei. Ah, das missfiel den Schildbürgern, denn Butterbrot ohne Salz, Kartoffeln ohne Salz und Suppen ohne Salz schmeckten ihnen und ihren Kindern ganz und gar nicht. Deshalb beratschlagten sie, was geschehen solle. Und weil ihr Rathaus nun helle Fenster hatte, fiel ihnen auch gleich etwas Pfiffiges ein. Da der Zucker auf Feldern wachse, meinte einer, sei es wohl mit dem Salz nicht anders. Man brauche deshalb auf dem Gemeindeacker, der noch brach liege, nur Salz auszusäen. Das andere werde sich dann schon finden. So geschah's. Sie streuten die Hälfte ihres Salzvorrats auf den Acker, stellten Wachtposten mit langen Blasrohren an den Rändern des Feldes auf für den Fall, dass die Vögel das Salz würden stehlen wollen, und warteten ab. Schon nach ein paar Wochen grünte der Acker, dass es eine Lust war zuzusehen. Das Salzkraut schoss nur so in die Höhe. Die Feldhüter saßen mit ihren Blasrohren auf der Lauer, aber die Vögel blieben zum Glück aus. Und die Schildbürger rechneten schon nach, wie viel Salz sie wohl ernten würden. Hundert Zentner, meinten sie, könnten sie vermutlich sogar exportieren. Doch da kamen die Kühe und Ziegen aus dem Nachbardorf. Die Kühe und Ziegen kamen also und trampelten in dem herrlich wachsenden Salzkraut herum. Die Feldhüter schossen mit ihren Blasrohren, was das Zeug hielt. Doch das Vieh machte sich nichts daraus. Die Schildbürger wussten sich wieder einmal keinen Rat. Bis der Hofschmied eine Haselnussgärte von einem Strauch losriss und aufs Feld stürzen wollte, um die Tiere zu verjagen. Bist du toll, schrie der Bäcker, willst du auch noch unser Kraut niedertrampeln? Und sie stürzten sich auf den Schmied und hielten ihn fest. Da rief er, wie soll ich denn das Vieh sonst reiben, wenn ich nicht ins Feld laufen darf? Och, ich weiß einen Ausweg, sagte der Schulmeister. Du setzt dich auf ein Brett. Vier von uns heben dich mit dem Brett hoch und dann tragen sie dich ins Feld. Auf diese Weise wirst du kein einziges Helmchen zertreten. Alle waren von dem Vorschlag begeistert. Man trug zu viert den Schmied mit seiner Gärte über den Acker und er verjagte das fremde Vieh, ohne dem Salzkraut auch nur ein Haar zu krümmen. Eine Woche später gerieten ein paar Kinder, obwohl es ihnen streng verboten worden war, beim Spielen ins Salzkraut hinein. Sie waren barfuß und sprangen, kaum dass sie drin waren, schreiend wieder heraus und rannten wie der Wind nach Hause. Es beißt schon, riefen sie aufgeregt und zeigten ihren Eltern die Füße und Waden. Überall hatten sie rote Flecken und es brannte fürchterlich. Das Salz ist reif, rief der Schweinehirt, auf zur Ernte. Die Schildbürger ließen ihre Arbeit stehen und liegen, spannten die Pferde und Ochsen vor die Erntewagen und fuhren mit Sicheln, Sensen und Dreschflegeln zum Gemeindeacker. Das Salzkraut bissen in die Beine, dass sie wie die Lämmer herumhüpften. Es zerkratzte ihnen die bloßen Arme. Sie bekamen rot geschwollene Hände, Tränen traten ihnen in die Augen und rollten über ihre Backen. Und es dauerte gar nicht lange, so warfen sie die Sensen und Sicheln weg, sprangen weinend aus dem Acker, fuchtelten mit den brennenden Armen, Händen und Beinen im Wind und fuhren in die Stadt zurück. Nun, fragten ihre Frauen, habt ihr das Salz schon abgeerntet? Die Männer steckten die Hände und Füße ins kalte Wasser und sagten, nein, es hat keinen Zweck, das Salz ist uns zu salzig. Ach ja, ihr wisst natürlich längst, was da auf dem Felde gewachsen war und was da so beißen konnte. Es waren Brennnesseln, ihr wisst es und ich weiß es, aber wir sind ja auch viel gescheiter als die Schildbürger waren. Wer am besten reimt, wird Bürgermeister. Da Schilder zum Kaiserreich Utopia gehörte, ist es weiter kein Wunder, dass dem Kaiser von Utopia die Dummheit der Schildbürger bald zu Ohren kam. Da sich aber in früheren Jahren oft bei ihnen Rat geholt hatte, hielt er das, was man neuerdings über ihre Streiche zu erzählen wusste, für Gerüchte und Gerede. Deshalb beschloss er, selber einmal nach Schilder zu reisen. Er schickte also einen Boten, kündigte seinen hohen Besuch an und ließ ausrichten, sie sollten ritten und halb gegangen entgegenkommen. Und wenn sich ihre Antwort auf seine Begrüßungsworte reime, so werde er Schilder zur Freien Reichsstadt ernennen und den Einwohnern die Umsatzsteuer erlassen. Die Aufregung in Schilder war natürlich groß und im Rathaus ging es hoch her. Denn wer von ihnen sollte denn dem Kaiser, wenn er käme, antworten, noch dazu in gereimter Form? Das ist doch so und klar, rief der Schuster. Unser Bürgermeister musste es tun. Du hast gut reden, erwiderte der Bäcker, wir haben doch gar keinen Bürgermeister. Ja, verdutzt sahen sie einander an. Tatsächlich, sie hatten vergessen, einen Bürgermeister zu wählen. Nun, sie beschlossen einstimmig, gleich am nächsten Tag das Versäumte nachzuholen. Und wen wollen wir wählen? fragte der Schweinehirt neugierig. Da meinte der Ochsenwirt, den, der bis morgen das beste Gedicht macht. Der Vorschlag gefiel ihnen über alle Maßen und sie gingen schleunigst heim, um etwas Hübsches zu dichten, denn jeder von ihnen wäre selbstverständlich gerne Bürgermeister geworden. In der folgenden Nacht schliefen sie alle miserabel. Jeder lag in seinem Bett und versuchte, irgendetwas zu dichten. Reimen sollte sich's auch noch. Der Schweinehörd dichtete so angestrengt, dass seine Frau davon aufwachte. Sie zündete eine Kerze an und fragte, was mit ihm los sei. Da verriet er ihr seinen Kummer. Ich finde kein Reim, klagte er, und möchte doch Bürgermeister werden. Würde ich dann Bürgermeisterin? erkundigte sie sich. Und als er nickte, begann sie auf der Stelle eifrig nachzudenken. Schon eine Viertelstunde später hatte sie ein Gedicht fix und fertig. »Katrine heißt die Gattin mein, möchte gerne Bürgermeisterin sein, ist schöner als mein schönstes Schwein und trinkt am liebsten Moselwein. Sie sprach ihm das Gedicht 99 mal vor und er musste es 99 mal nachsprechen. Da klingelte der Wecker und der Schweinehirt musste ins Rathaus. Die meisten Gedichte, die man zu hören kriegte, waren nicht viel wert. Der Schuster deklamierte zum Beispiel, »Ich bin ein Bürger und kein Bauer und mache mir das Leben bitter.« »Das kann ich besser«, rief der Rufschmied und dichtete, »Ich bin ein Bürger und kein Ritter und mache mir das Leben sauer.« Ja, doch auch seine Verse fanden keinen rechten Anklang. So ging das eine ganze Weile hin, bis dann der Schweinehirt aufgerufen wurde. Er holte tief Luft und sagte mit lauter Stimme, »Meine Frau, die heißt Kathrine, wäre gern Bürgermeisterin, ist schwerer als das schwerste Schwein und trinkt am liebsten bayerisch Bier.« Ja, dass er damit den Vogel abschoss, wird niemanden von euch wundern. Der Schweinehirt wurde also unter Beifallsrufen zum Bürgermeister von Schilder gewählt. Und er und seine Frau waren aufeinander furchtbar stolz. Der Kaiser besucht die Schildbürger. Als ihn der Kaiser durch seinen Boten hatte ausrichten lassen, die Schildbürger sollten ihm halb geritten und halb gegangen entgegen kommen, hatte er gemeint, wer kein Pferd habe, könne getrost zu Fuß gehen. Aber die Schildbürger hat zerbrachen sich die Köpfe. Erst dachten sie, sie sollten einen Fuß im Steigbügel und den anderen am Boden haben. Dann hatte der neue Bürgermeister einen noch besseren Einfall. Wenn wir hölzerne stecken Pferde ritten, sagte er, wären wir halb zu Pferd und halb zu Fuß. Das war ein Gedanke recht nach ihrem Herzen. Sie ließen sich beim Schreiner Steckenpferde schnitzen, weiße, braune, schwarze und fuchsrote und als der Kaiser in seiner Galakutsche angemeldet worden war, springte ihm ganz Schilder auf Holzpferdchen entgegen. Der Anblick freute den Kaiser außerordentlich. Deswegen war er später dem Bürgermeister auch nicht sonderlich böse, als dieser auf die kaiserlichen Grußworte keinen Reim wusste. Und die Umsatzsteuer erließ er ihn trotzdem. Das freute nun wieder die Schildbürger. Und so wurde das Kaisers Aufenthalt zu einem rechten Fest. Er lachte in einem fort und weil sein Leibatz sagte, Lachen sei gesund, blieb er sogar einen Tag länger. Zum Abschied schenkten sie meinen großen Topf mit hausgemachtem Senf. Es war nur schade, dass der Bürgermeister den Topf beim Überreichen fallen ließ. Er bückte sich, griff eine Handvoll Senf und wollte den Kaiser wenigstens kosten lassen. Aber der hohe Besuch dankte bestens und meinte, er habe gerade keinen Appetit. Stattdessen überreichte er dem Bürgermeister einen mit Wappen und Siegel geschmückten Freibrief, worin den Schildbürgern fällige Narren Narren zu gesichert wurde. So dumm sie sich auch benehmen, hieß es in dem Schreiben, sei es doch bei Strafe verboten, sie zu höhen, auszulachen und auszupfeifen. Wer es trotzdem tue, müsse eine Narrenmütze mit drei Schellen tragen und den Schildbürger, den er gekränkt habe, im Gasthaus zu einem Essen mit drei Gängen einladen. Die Schildbürger schrien Hurra und sprengten neben dem Gala-Wagen her, bis ihre Holzpferde müde wurden. Der Kaiser reichte dem Bürgermeister zum Schluss gnädig die Hand aus dem Wagenfenster. Der Bürgermeister schüttelte sie herzlich. Leider nahm er dazu die Hand, die er in den Senf getunkt hatte. Er merkte es aber gar nicht. Nur der Kaiser, der merkte es schon. Die Kuh auf der alten Mauer Kaum dass der Kaiser abgereist war, wendeten sich die Schildbürger wieder mit neuem Mut und Eifer ihren Berufen zu. Der Schmied beschlug die Pferde. Der Schulmeister brachte den Kindern das Einmaleins mit der Sieben bei, der Schuster besohlte die Schuhe, der Bäcker bug das Brot. Und der Herr Bürgermeister spazierte durch Schilder, um nachzusehen, ob in der Stadt auch alles in bester Ordnung sei. Dabei musste er feststellen, dass auf der Mauer eines Hauses, das vor Jahren altersmüde eingestürzt war, schönes grünes Gras und würzige Kräuter wuchsen. Diesen Übelstand brachte er während der nächsten Sitzung im Rathaus zur Sprache und erklärte, es sei eine Sünde und Schande, dass Gras und Kräuter auf der Mauer nutzlos wüchsen, blüten und verkämen. Der Ochsenwirt schlug vor, die Mauer abzumähen und wer die Mahd einbringe, der dürfe sie verfüttern. Es meldete sich aber niemand. Denn alle miteinander fanden den Vorschlag zu gefährlich. Die Mauer war hoch und brüchig und keiner wollte mit der Sense oder der Sichel hinaufklettern und sich dabei womöglich den Hals brechen. Schließlich und nach langen Debatten fand der Schreiner einen Ausweg. Er sagte, wenn schon das Vieh die Mauer kahl fressen soll, dann finde ich, soll es auch selber hinauf klettern. Außerdem wurde man sich einig, dass der Kuh des Bürgermeisters die Ehre gebühre, denn der Bürgermeister habe ja das Gras und die Kräuter droben auf der Mauer entdeckt. Am nächsten Morgen also wurde die bürgermeisterliche Kuh feierlich zur Mauer geleitet. Der Bürgermeister band das halfterlos und sagte, so Minna, nun klettere hinauf und friss. Ja, aber die Kuh Minna dachte nicht dem Traum daran hinauf zu klettern. Man schob sie sechs Mann hoch dicht an die Mauer. Der Bürgermeister schlug ihr eins hinten drauf, nicht der Mauer, sondern der Kuh, aber es half alles nichts. Minna wollte nichts. Da holten sie einen langen Strick, banden ihn der störrischen Kuh um den Hals, warfen das Ende des Stricks über die Mauer und zogen und zerten und hingen am Seil wie die Küste an der Kirchenglocke. Dem armen Tier quoll, murmelte die Zunge aus dem Maul. Seht ihr, rief der Schneider, sie kriegt schon Appetit. Und die anderen brüllten munter, Hau, Ruck, Hau, Ruck, Hau, Ruck. Minnas Atemnot wurde immer ärger, ihre Zunge wurde immer länger. Gleich wird sie fressen, meinte der Schmid. Aber sie fraß nicht. Sie verdrehte die großen dunklen Augen, zappelte noch einmal mit den Haxen und aus war's. Man lockerte den Strick, ließ Minna wieder zur Erde herunter und konnte nur noch feststellen, dass sie tot war. Es war ein rechter Jammer, doch die Schildbürger, dumm, wie sie seit einiger Zeit waren, hielten nicht viel vom Jammern. Sie schlachteten Minna die Kuh und veranstalteten beim Ochsenwirt ein Festgelage mit Kuhfleisch. Auf der Speisekarte stand Kalbsschnitzel. Minna die Kuh als Kalbsschnitzel beim Ochsenwirt. Ja, man kann verstehen, dass es dem Bürgermeister nicht schmeckte. Liebe Freunde, sagte er zerknirscht, ein Minnas vorzeitigem Ableben sind einzig und allein unser Schafsinn und Verstand schuld. Hätte ich das Gras auf der Mauer nicht bemerkt und daraus gefolgert, dass es nutzbringend verwendet werden müsse, wäre das brave Tier noch munter und guter Dinge. Ich fürchte, wir sind noch immer nicht dumm genug. Ja, die anderen nickten nachdenklich und das Gras und die Kräuter auf der alten Mauer wiegten sich nach wie vor im Sommerwind. Die versunkene Glocke Mittlerweile war der Krieg an Salzburg und Salzwedel vorbei durchs Land gezogen und schien sich in bedenklicher Weise dem Städtchen Schilder zu nähern. Das erfüllte die Schildbürger und ihre Ratsherren mit großer Sorge, denn ob nun die jeweiligen Sieger oder die Arg Besiegten in eine Stadt kamen, es war immer dasselbe. Die Soldaten gingen in die Häuser und nahmen sich zur Erinnerung an die große Zeit mit, was sie fanden, ob das nun silberne Patenlöffel, Konfirmationsuhren, Tischdecken, Porzellanteller, Samtwesten oder Trauringe waren. Ihnen war alles recht. So versteckten die Schildbürger geschwind, was ihnen teuer und wert war. Nur mit der Kirchenglocke wussten sie nichts anzufangen. Sie war aus bester Bronze und ziemlich groß und man kannte damals schon die Vorliebe der Kriegsleute für Kirchenglocken. Entweder holte die eigene Partei das Tönen der Erz aus den Glockenstühlen, um helle Baden und Spieße daraus zu fertigen oder die Feinde nahmen die Glocken als Andenken mit. So oder so, es war kaum zu vermeiden. Nun lag aber in der Nähe von Schilder ein stiller, tiefer See und der Bürgermeister sagte, ich hab's, wir versenken die Glocke im See und wenn der Krieg vorbei ist, holen wir sie wieder heraus. Gesagt, getan. Sie holten die Glocke aus dem Kirchturm, oben sie auf einen Wagen, spannten sechs Pferde davor, fuhren zum See hinaus, trugen sie schwitzend in ein Boot und ruderten ein Stückchen. Dann rollten sie die Glocke bis zum Bootsrand und warfen sie ins Wasser. Schon war sie verschwunden, denn sie bog zwanzig Zentner. Man sah nur noch ein paar Luftblasen aufsteigen. Das war alles. Anschließend zog der Schmied sein Taschenmesser aus der Joppe und schnitt in den Bootsrand eine tiefe Kerbe. Warum tust du das? fragte ihn der Bäcker. Damit wir nach dem Krieg wissen, wo wir die Glocke ins Wasser geworfen haben, antwortete der Schmied. Sonst fänden wir sie am Ende nicht wieder. Sie bewunderten seine Vorsorge, lobten ihn, bis er rot wurde und ruderten ans Land zurück. Nun, der Krieg machte zum Glück einen großen Bogen um Schilder. Man sah nur am Horizont den Staub, den Heer und Tross aufwirbelten. Niemand drang in die Häuser. Die Löffel, Uhren, Teller und Ringe wurden wieder aus den Verstecken hervorgeholt und man fuhr mit dem Boot auf den See hinaus, um jetzt auch die Glocke zu heben. Hier muss sie liegen, rief der Schmied und zeigte auf seine Kerbe am Bootsrand. Nein, hier, rief der Bäcker, während sie Nein, hier, rief der Bürgermeister. Nein, hier, rief der Schuster und wohin sie auch ruderten, überall hätte die Glocke liegen müssen. Denn die Kerbe am Boot war ja überall dort, wo gerade das Boot war. Mit der Zeit merkten sie, dass der Einfall des Schmieds gar nicht so gut gewesen war, wie sie seinerzeit geglaubt hatten. Sie fanden also ihre Glocke nicht wieder, so sehr sie auch suchten und mussten sich notgedrungen für teures Geld eine neue gießen lassen. Der Bäcker aber schlich sich eines Nachts heimlich zu dem Boot und schnitt wütend die Kerbe heraus. Dadurch wurde sie freilich nur noch größer als vorher, denn mit Kerben ist das so. Ein Krebs kommt vor Gericht Eines Tages geriet ein Krebs nach Schilder. Niemand hätte sagen können, woher er kam und keiner wusste, was er bei den Schildbürgern wollte. Und da sie noch nie in ihrem Leben einen Krebs gesehen hatten, bemächtigte sich ihre eine beträchtliche Aufregung. Sie läuteten mit der neuen Kirchglocke Sturm, stürzten zu der Stelle, wo der Krebs umherkroch und wussten nicht, was tun. Sie rieten und rätselten hin und her und hätten gar zu gerne gewusst, wen sie vor sich hatten. Vielleicht ist es ein Schneider, sagte der Bürgermeister, denn wozu hätte er sonst zwei Scheren? Schon holte einer ein Stück Tuch, setzte den Krebs darauf und rief, wenn du ein Schneider bist, dann schneide mir eine Jacke zu, mit weiten Ärmeln und einem Halskoller. Weil das Tier zwar auf dem Tuch vorwärts und rückwärts einher spazierte, aber den Stoff nicht zuschnitt, nahm der Schneidermeister von Schilder seine eigene große Schere und schnitt das Tuch genau so Nach zehn Minuten schon war der Stoff völlig zerschnitten. Von einer Jacke mit weiten Ärmeln und einem Halskoller konnte keine Rede sein. Mein schönes teures Tuch rief der Schildbürger Der Kerl hat uns angeführt Er ist gar kein Schneider Ich verklage ihn wegen Sachbeschädigung Dann griff er nach dem Krebs und wollte ihn beiseite tun Doch der Krebs zwickte und kniff ihn mit seinen Scheren so kräftig dass der Mann vor Schmerz aufbrüllte Mörder schrie er Mörder Hilfe und nun wurde es dem Bürgermeister zu bunt Erst ruiniert er das teure Tuch sagte er und nun trachtet er einem unserer Mitbürger nach dem Leben das kann ich als Stadtoberhaupt nicht dulden morgen machen wir ihm den Prozess und so geschah es auch Der Krebs wurde in einer förmlichen Sitzung vom Richter der mutwilligen Sachbeschädigung und des versuchten Mordes angeklagt Augenzeugen berichteten unter Eid was sich am Vortage zugetragen hatte Der amtlich bestellte Verteidiger konnte kein entlastendes Material beibringen So zog sich der hohe Gerichtshof zur Urteilsfindung kurz zurück und verkündete anschließend folgenden harten aber gerechten Spruch Der Delinquent gilt in beiden Punkten der Anklage als überführt Mildernde Umstände kommen umso weniger in Betracht als der Angeklagte nicht ortsansässig ist und ihm die gewährte Gastfreundschaft übel vergolden hat Er wird zum Tod verurteilt Der Gerichtsdiener wird ihn ersäufen Das Urteil gilt unwiderruflich Die Kosten des Verfahrens trägt die städtische Sparkasse Noch am Nachmittag trug der Gerichtsdiener den Krebs in einem Korb zum See hinaus und warf ihn ins Wasser Ganz Schilder nahm an der Exekution teil Den Frauen standen die Tränen in den Augen Es hilft nichts sagte der Bürgermeister Strafe muss sein Der Pastor war übrigens nicht mitgekommen weil er nicht wusste ob der Krebs katholisch oder evangelisch war Das Herz auf dem rechten Fleck Der Krieg hatte zwar im Schilder einen Bogen gemacht aber der Kaiser brauchte trotzdem Soldaten So sandte er überall hin Boten man solle ihm waffenkundige und tapfere Leute schicken Die Schildbürger taten ihre Pflicht und schickten ihm ein Dutzend wackere Männer Sie kämpften unerschrocken in vielen Schlachten und Gefechten In der Chronik von Schilder kann man darüber nachlesen Dort erfährt man auch dass von dem Dutzend das in den Krieg zog viele umkam und insgesamt nur zwölf nach Hause zurückkehrten Einer der zwölf Kilian mit Namen besaß vom Großvater ein hart geschmiedetes Eisenstück Das ließ er sich bevor er zu Felde zog vom Schneider an die Stelle nähen worunter sein Herz säße Und hätte er das nicht tun lassen wäre es ihm später schlimmer gang Denn als er einmal ein feindliches Huhn verfolgte liefen Bauern mit Spießen Stangen und Dreschflegeln hinter Kilian drein Er rannte nicht etwa wie man ihm nachgesagt hat vor den Bauern davon Dafür war viel zu sehr mit der Hühnerjagd beschäftigt Weil er fand es sei nobler ein feindliches Huhn als den Feind selber umzubringen und Hunger hatte er außerdem jedenfalls als er über einen Zaun sprang blieb er zappelnd an einer Latte hängen Die Bauern holten ihn ein und schlugen so lange auf seinen Hosen Boden los bis Kilian dadurch von der Zaunslatte freikam und hinkend und jammernd und ohne Huhn bei seiner Kompanie eintraf Mein Herz rief er mein Herz und hielt sich die Hose Der Sanitätsfeldwebel der den Verletzten untersuchte fand dabei den Eisenfleck den der Schneider nicht ins Wams sondern eben in den Hosenboden genäht hatte Das Eisen hat dich vor Schlimmerem bewahrt meinte der Feldwebel aber warum hattest dir euer Schneider an die falsche Stelle gepflegt Da antwortete Kilian stolz weil der Schneider von Schilder weiß wo bei uns Schildbürgern das Herz sitzt Erziehung in einem Tag oder gar nicht Ein Schildbürger fuhr mit seinem Sohn in die Kreisstadt zum Schulmeister und sagte Man rühmt ein Unterricht Deshalb möchte ich meinen Jungen ein wenig bei dir lassen Was weiß er denn schon fragte der Lehrer und hörte dabei nicht auf einen Schüler zu verprügeln Er weiß nichts antwortete der Schildbürger Und wie alt ist er fragte der Lehrer weiter Er ist 30 Jahre meinte der Schildbürger entschuldigend was was kann was kann er da schon gelernt haben ich selber bin 65 Jahre alt und weiß nicht das geringste Also meinetwegen erklärte der Schulmeister lass ihn hier doch wenn er nicht pariert und lernt kriegt er trotz seiner 30 Jahre von mir genauso viel Prügel als ob er 12 wäre Das war dem Schildbürger recht Er versprach auch die Erziehung gut zu bezahlen Dann gab er seinem Jungen zum Abschied eine Ohrfeige und wollte gehen Einen Moment rief der Lehrer Wie lange soll er denn in meiner Schule bleiben und wann holst du ihn wieder ab Bald sagte der Schildbürger denn er braucht nicht viel zu lernen Es genügt wenn er so viel weiß wie du Ja das verdross den Lehrer ein wenig und er wollte ganz genau wissen wann der Junge abgeholt würde Ganz genau kann ich dir es nicht sagen meinte der Schildbürger Es hängt davon ab wie lange euer Schmied braucht meinem Pferd ein Hufeisen festzuschlagen Es Es hat Es hat auf der Heerfahrt sehr geklappert Sobald es Eisen fest ist hole ich ihn wieder ab Du bist wohl nicht bei Trost rief der Schulmeister Und wenn ich deinen Bengel prügelte bis mir der Arm weht hätte auch dann müsste ich ihn mindestens ein Jahr hier behalten damit er etwas lernt Da nahm der Schildbürger seinen dreißigjährigen Sohn wieder bei der Hand und suchte das Weite In der Tür sagte er nur noch Das Lernen wehtut und Geld kostet mag hingehen Doch ein Jahr Zeit ist mir dafür zu schade Dann soll er lieber so dumm bleiben wie sein Vater Die Folgen der Dummheit für Schilder und die übrige Welt Dass man in Schilder keine Krebse kannte wisst ihr schon Dass man auch noch nie eine Katze gesehen hatte ist wohl noch viel erstaunlicher Umso besser wusste man mit Mäusen Bescheid Sie waren in allen Kellern Speichern und Küchen in den Räucherkammern beim Bäcker und nicht zuletzt beim Ochsenwirt Bei diesem kehrte eines Tages ein Wanderer ein der eine Katze bei sich hatte Da die Schilder Mäuse nicht wussten was eine Katze ist waren sie sehr zutraulich und und in einer halben Stunde hatte die fremde Katze zwei Dutzend Mäuse erlegt Die anderen Gäste und der Wirt wollten nun wissen wie das Tier heiße und wie viel es koste Maushund heißt es sagte der Wandersmann und weil Maushunde sehr selten sind kostet mein Pracht Exemplar 100 Gulden Sie liefen zum Bürgermeister erzählten ihm von dem Maushund und baten er möge ihn für die Stadt anschaffen So geschah es Als der Wanderer die 100 Gulden bekommen hatte machte er sich aus dem Staube falls die Schildbürger der Kau freuen sollte Kaum war es dem Stadttor hinaus kam ihm auch schon jemand nachgelaufen und wollte wissen womit man den Maushund füttern müsse Der Wanderer rannte was das Zeug hielt und rief hastig Nur Speck frisst er nie Da schlug der Schildbürger die Hände überm Kopfe zusammen und lief verzweifelt in die Stadt zurück Er hatte nämlich in der Eilestadt nur Speck frisst er nie verstanden nur Menschen und Vieh Das Entsetzen war groß Wenn wir keine Mäuse mehr haben werden wird er unser Vieh und uns selber fressen riefen sie außer sich Wo hat er sich versteckt Im Rathaus auf dem Speicher So Doch nur ihre Enkel und Urenkel und deren Enkel und Urenkel leben über die ganze Erde verstreut. Von Leuten also, die sich, um glücklich zu werden, dumm stellten und dadurch ins Unglück gerieten, dass sie dumm wurden. Und sie können das auch gar nicht wissen. Denn heutzutage gelangen die Dummen zu Ruhm und Rang, zu Geld und Glück, genauso wie die Gescheiten. Tja, woran sollten also die Dummen auf unserer Erde merken, dass sie dumm sind? Ein einziges Merkmal gibt es, woran man die Dummen erkennt. Mit dem, was sie erreicht haben, sind sie selten, aber mit sich selber sind sie stets zufrieden. Gebt also gut Obacht, bei den anderen. Und bei wem noch? Ja, ganz recht. Bei euch. Aladin oder die Wunderlampe In China lebte ein armer Schneider, der verdiente so wenig, dass er mit seiner Frau und seinem Sohne aus der bittersten Not gar nicht herauskam. Deshalb hatten die Eltern auch keine Zeit gehabt, sich um die Erziehung ihres Sohnes Aladin zu kümmern, und nun war der Bengel halsstarrig, boshaft und ungehorsam geworden und trieb sich den lieben, langen Tag auf der Straße herum. Als er in das Lehrjungenalter kam, nahm ihn der Vater Schneider in seine Bude und unterwies ihn, wie er die Nadel führen sollte. Aber der Junge hatte kein Sitzfleisch, und so oft der Alte den Rücken wandte, schlüpfte Aladin auf die Straße und kam den ganzen Tag nicht wieder. Alle Strafen halfen nichts. Zuletzt musste der Vater seinen Sohn dem liederlichen Leben überlassen und litt darüber so viel Kummer und Herzeleid, dass er starb. Die Mutter schloss den Laden, machte das Handwerksgeräte zu Geld und ernährte sich und ihren Sohn vom Wollespinnen. Aladin, der nun nicht einmal mehr Furcht vor seinem Vater zu haben brauchte, war ein immer größerer Taugenichts. Einst spielte er mit Gassenjungen auf einem Platze der Stadt, als ein fremder Mann des Weges kam. Der betrachtete Aladin eine Weile, erkundigte sich dann heimlich bei den Nachbarn nach dem Jungen und plötzlich trat er auf ihn zu. »Mein Sohn«, sagte er, »ist dein Vater nicht der Schneider Mustafa?« »Gewesen«, sagte Aladin keck, »denn er ist schon längst tot.« Da fiel ihm der Fremde um den Hals, zerdrückte eine Träne im Auge und seufzte, »dein Vater war mein geliebter Bruder. »Ich bin viele Jahre auf Reisen gewesen, und nun, wo ich heimkehre, meldest du mir, er ist tot?« »Indes, ich freue mich, seine Züge in deinem Gesicht wiederzufinden.« »Und nun nimm dies Geld geschenk, grüße deine Mutter und sag ihr, morgen werde ich sie besuchen, damit ich den Ort sehe, an dem mein guter Bruder so lange gewirkt hat.« Aladin lief sehr vergnügt heim. Er ahnte nicht, dass der Fremde ein Zauberer war, der fast alles erlogen, was er mit ihm geredet hatte. Und sein Erstaunen wuchs noch mehr, als die Mutter zu ihm sagte, »sein Vater hätte nie einen Bruder gehabt.« Des anderen Tages traf der Zauberer Aladin wieder, drückte ihm zwei Goldstücke in die Hand und sagte, »Lieber Neffe, sag deiner Mutter, ich käme heute Abend zu ihr, und für dies Geld soll sie mir ein gutes Nachtmahl richten.« Aladin gehorchte und die Mutter ging aus, um Speisen und Wein für den Fremden zu besorgen. Kaum war die Sonne gesunken, trat dieser ins Haus, erzählte mancherlei von seinem verstorbenen Bruder, und es schien, als könne er sich nur schwer über den Tod des Schneiders trösten. Zuletzt wandte er sich auch an Aladin und fragte, »Womit beschäftigst du dich denn? Du bist nun schon bald erwachsen, und ich hoffe, du hast das Gewerbe deines Vaters erlernt.« Bei dieser Frage schlug Aladin die Augen nieder, denn er geriet in große Verlegenheit. Seine Mutter aber sagte gerade heraus, »Aladin ist ein Faulenzer, er lungert die Tage über auf der Straße herum, und da ich nicht zugleich mich und ihn durch Spinnen erhalten kann, so werde ich ihm in nächster Zeit mein Haus verschließen, und er mag zusehen, wie er sein Brot findet.« »Hm, hm«, machte der Fremde und dachte eine Weile nach. »Wie wäre es denn, wenn ich dir aus meinem Vorrate köstlicher Stoffe eine Menge zur Verfügung stellte, mein lieber Neffe? Vielleicht hast du nur eine Abneigung gegen das Gewerbe deines Vaters. Wenn du aber einen Laden mit Feingeweben und Lindenzeug aufmachst und kaufst und verkaufst, so kannst du leicht ein anständiges Auskommen finden.« Weil Aladin und seine Mutter über dies Anerbieten sehr erfreut waren, besann sich der Zauberer nicht lange und fuhr fort, »Also gut, morgen werde ich dich für meine Kosten anständig kleiden lassen, und übermorgen wollen wir einen Laden suchen, wie ich ihn im Sinne habe.« Am nächsten Tage trafen sie wieder zusammen, und Aladin durfte sich bei einem Händler die schönsten Kleider auswählen. Dann ging sie miteinander zu einem Male, und erst später am Abend kehrte der Zauberer mit dem reich gekleideten jungen Manne in das Haus der Witwe zurück. Die alte Frau war von der Großmut des Fremden zu Tränen gerührt und sagte, »Ich zweifle nun keinen Augenblick mehr, dass ihr der Bruder Mustafa seid, und dennoch wundere ich mich, dass mein Mann mir niemals über euch gesprochen hat. Ich danke euch von ganzem Herzen und wünsche euch ein recht langes Leben, damit ihr euch auch von der Dankbarkeit meines Sohnes überzeugen könnt.« Der Fremde sagte, »Nun, er werde Aladin morgen früh erst einmal durch die schönen Gärten vor der Stadt führen, die schöner seien als alle Gärten der Erde, und danach wollten sie sich nach einem Laden umsehen, den sie mieten könnten.« Am anderen Morgen führte er den schön gekleideten jungen Mann vor die Tore der Stadt, wie er versprochen hatte. Und weil Aladin ihm seine große Freude über die Herrlichkeit dieser Anlagen zu erkennen gab, spazierten sie immer weiter und kamen endlich in die Nähe prächtiger blauer Berge. Aladin hatte in seinem Leben noch nie so einen weiten Marsch gemacht, und weil er die Stadt nur noch in feinem Dunste weit hinter sich sah, sagte er, »Wenn wir noch weitergehen, so weiß ich nicht, ob ich noch genug Kräfte habe, um wieder zurückwandern zu können.« »Ach«, meinte der Zauberer, »ein junger Mann darf nicht mutlos werden. Es würde dir sehr leid sein, wenn du jetzt schon umkehrest. Denn das Herrlichste haben wir noch zu betrachten.« Dabei führte er ihn immer weiter, und über den Geschichten, die er erzählte, vergaß Aladin die Mühsale des Weges. Endlich kamen sie in ein Tal zwischen mäßig hohen Bergen, und der Zauberer begann, »Wir sind jetzt an Ort und Stelle. Ich werde dir nun Dinge zeigen, die ganz außerordentlich und allen Sterblichen unbekannt sind.« »Während ich mit diesem Stahlefeuerschlage, häufe du hier so viel Trockenes Reisig an, als du auftreiben kannst.« Als das Reisig aufloderte, warf der Zauberer Räucherwerk in die Flamme. Ein dicker Rauchquoll empor, den er bald nach dieser, bald nach jener Seite fächelte, und dabei murmelte er geheimnisvolle Sprüche, von denen Aladin kein Wort verstand. Alsbald aber öffnete sich die Erde, und ein Stein tauchte daraus hervor. Der war viereckig und trug in der Mitte einen bronzenen Ring und ein Siegel. Aladin erschrak über dies alles heftig und wollte die Flucht ergreifen. Der Zauberer aber sprach, »Lieber Neffe, du brauchst dich gar nicht zu ängstigen, denn ich verlange von dir nichts weiter, als dass du mir pünktlich gehorchst. Dafür werde ich dir große Vorteile verschaffen. Unter diesem Steine befindet sich nämlich ein Schatz, der für dich bestimmt ist und der dich reicher machen wird als die reichsten Könige der Erde. »Und nun komm her, fasse den Ring und hebe den Stein in die Höhe.« Aladin tat, wie ihm der Zauberer geheißen, hob den Stein mit leichter Mühe empor und legte ihn beiseite. Da sah man eine Höhle von drei bis vier Fuß Tiefe, die war mit einer kleinen Tür verschlossen, und zu der Tür konnte man auf einigen Stufen hinabsteigen. »Diese Stufen, schreite hinab, dann wird sich die Tür öffnen, und du gelangst alsbald durch drei Säle. Wenn du den dritten Saal verlassen hast, kommst du in einen sehr schönen Garten. Dort steige die fünfzig Stufen aus weißem Marmor empor, und du wirst eine Nische sehen mit deiner kleinen, brennenden Lampe. Diese Lampe nimm und lösche sie aus, und wenn du den dort fortgeworfen und die brennbare Flüssigkeit ausgegossen hast, so stecke die Lampe vorn an deine Brust und bringe sie mir. Wenn die Früchte im Garten deine Esslust reizen, so darfst du davon nehmen, so viel du willst. Dieser Ring aber, den ich dir jetzt an den Finger stecke, ist ein Mittel gegen alles Übel, das dir auf deinem Weg begegnen könnte. Und nun steige ohne Furcht hinab und sei freudig in dem Gefühle, dass wir durch deinen Gang beide steinreiche Leute werden. Aladin machte sich auch sofort auf den Weg, fand alles, wie es der Zauberer geschildert hatte, steckte die Lampe zu sich, und während er durch die schönen unterirdischen Gärten zurückschritt, hielt er Umschau über all die Herrlichkeiten, die da blühten und standen. Es gab da Blumen und Früchte von allen Farben und von leuchtendem Glanze. Die weißen waren Perlen, die leuchteten wie Diamanten, die dunkelroten Rubinen, die blauen Türkise. Und alle waren von einer Größe und Vollkommenheit, dass man sich nicht satt sehen konnte. Aladin nahm von jeder Art ein Paar und füllte damit alle Taschen seines Gewandes. Dann ging er wieder zu der kleinen Tür, durch die er hereingekommen war, und sah den Zauberer mit Ungeduld warten. Sobald sie ihn erblickte, rief er aus der Vertiefung herauf, Lieber Ohrheim, ich bitte, reicht mir die Hand und helft mir heraus. Mein Sohn, rief der Zauberer, gib mir zuvor die Lampe, denn sie könnte dir hinderlich sein. Nein, nein, sie ist mir gar nicht hinderlich, ich werde sie euch geben, wenn ich oben bin. Aladin hatte die Lampe nämlich bei all den Früchten verpackt, von denen er auch etliche vor der Brust geborgen hatte, und er hätte das Gefäß in seiner Lage gar nicht frei bekommen. Der Zauberer aber, weil er glaubte, Aladin wolle ihn um die Wunderlampe betrügen, geriet in eine fürchterliche Wut, warf wieder von seinem Hexenpulver ins Feuer, und kaum hatte er zwei Zauberworte gesprochen, so sprang der Stein an seinen vorigen Platz, und die Erde schloss sich, ehe der Sohn Mustafas aus der Höhle herausgestiegen war. Wie der Hexenmeister um seine schönsten Hoffnungen sich betrogen sah, kehrte er schleunigst in seine afrikanische Heimat zurück. Mit Aladin aber musste es allem Anscheine nach für immer vorbei sein. Allein gerade der, welch ihn vernichten wollte, hatte ja Sorge getragen, dass dem Jungen kein Leid geschehe. Er hatte ihm jenen Ring an den Finger gesteckt, der ihn vor allem übel bewahrte. Zuerst geriet er zwei in die größte Bestürzung und rief tausendmal um Hilfe aus den Tiefen der Erde herauf. Vergeblich, und endlich stieg er wieder die Treppe der Höhle hinab. Da merkte er zu seinem Schrecken, dass die Mauer, die ihm vor dem Offen gestanden, sich schon wieder geschlossen hatte. In undurchdringlicher Finsternis saß Aladin nun zwei Tage. Im Dritten aber range die Hände und flehte Gott an, er möge ihn aus seiner Qual durch einen sanften Tod erlösen. Dabei drehte sich der Ring an seinem Finger, und alsbald stand ein Geist von ungeheurer Größe und schreckhaftem Ansehen vor ihm und sprach, »Was verlangst du?« »Wer bist du, fürchterlicher?« fragte Aladin mit zitternder Stimme. »Ich bin dein Sklave, denn du trägst den Zauberring an deinem Finger.« »Wenn das so ist, so bringe mich aus dieser Finsternis.« Kaum war dieser Wunsch ausgesprochen, da öffnete sich die Erde, und Aladin befand sich genau an der Stelle, an die er von dem Zauberer geführt worden war. Denn das Reisigfeuer verglomm zwischen den Steinen. Mit schnellen Schritten eilte er nach Hause, aber sein dreitägiges Fasten und die Freude des Wiedersehens verursachten, dass er seiner Mutter wie leblos in die Arme sank. Als er sich endlich erholt hatte, berichtete er ihr von seinen Erlebnissen und zeigte ihr alles, was er aus dem Wundergarten mitgebracht. Aber sie erkannten den Wert dieser Dinge nicht. Dann sank er in einen langen und sehr tiefen Schlaf, aus dem er erst am dritten Tage erwachte. Da bemerkte er, dass seine Mutter gerade ausgehen wollte, um einen Teil ihrer Baumwolle zu verkaufen. Für den Erlös wollte sie gute Speisen erstehen, damit der Sohn rascher wieder zu Kräften käme. Aber Aladin bat sie, Liebe Mutter, behalte nur deine Baumwolle, ich werde gehen und die Lampe verkaufen. Die Mutter holte die Lampe hervor und weil sie sehr schmutzig war, nahm sie Wasser und Sand und wollte sie putzen. Kaum rieb sie das Metall, da stieg auf einmal ein riesenhafter, grässlicher Geist aus der Erde empor und rief, Was willst du von mir? Ich bin dein Sklave, denn ich muss dem gehorchen, der diese Lampe besitzt. Der Frau versagte die Stimme. Da sprang Aladin herzu, der schon in der Höhle einen so unheimlichen Gesellen gesehen hatte und rief, Wir haben Hunger, bring uns etwas zu essen. Der Geist verschwand, kam aber schon im nächsten Augenblicke wieder und trug ein großes silbernes Becken. Darin waren zwölf silberne Stüsseln, gefüllt mit vortrefflichen Speisen, sechs große Brote, weiß wie Schnee, zwei Flaschen köstlichen Weines und zwei silberne Trinkschalen. Er setzte alles zusammen auf den Tisch am Sofa und verschwand. Mit größtem Erstaunen setzten sich Mutter und Sohn zu Tische und es schmeckte ihnen ausgezeichnet, denn sie hatten noch nie eine so reiche Tafel gesehen. Nun erwies es sich, dass der Vorrat an Speisen für mehrere Mahlzeiten ausreichte und als endlich doch alles aufgezehrt war, nahm Aladin eine der silbernen Schüsseln unter seinen Manteln und ging zum Althändler, um sie zu verkaufen. Der Händler war ein schlauer und unehrlicher Mann, der sehr bald bemerkte, dass Aladin gar keine Kenntnis von dem Wert der Schüssel hatte. Er gab ihm ein Goldstück und hätte ihm doch hundert Stücke geben müssen, wenn er die Torheit des Knaben nicht ausgenützt hätte. Und im Laufe der Tage trug Aladin die übrigen Schüsseln zu dem Händler, zuletzt aber das Becken, für das er zehn Goldstücke erhielt. Als auch von diesen zehn Goldstücken nichts mehr übrig war, nahm Aladin seine Zuflucht wieder zu der Lampe. Der Geist erschien abermals und der Knabe verlangte etwas zu essen. Wieder kehrte er mit einem ähnlichen Tafelgerät zurück wie das erste Mal, setzte es auf den Tisch und verschwand. Und wieder ging Aladin nach einigen Tagen, um die erste der silbernen Schüsseln zu verkaufen. Da kam er im Laden eines Goldschmieds vorüber, der war ein guter und ehrlicher Mann. Er trat zu ihm hinein und der Goldschmied fragte, wie viel ihm der Althändler bei früheren Verkäufen bezahlt habe. Da nannte Aladin die Summe. »Oh, der Spitzbube«, rief der ehrliche Alte, »er hat dich hundertfach betrogen.« Dann wog er die Schüssel und zählte dem Knaben hundert schwere Goldstücke auf die Tafel. Aladin dankte dem guten Mann und obwohl er nun mit seiner Mutter eine unversiegbare Goldquelle an der Wunderlampe hatte, lebten sie doch mäßig wie zuvor. Nur, dass Aladin immer etwas zur Seite legte, um sich gut zu kleiden und die Wirtschaft besser einzurichten. So lebten sie mehrere Jahre lang von der Lampe, die Aladin von Zeit zu Zeit rieb. Unterdessen hatte er nicht versäumt, sich in dem Geschäft eines Gold- und Juwelenhändlers sorgsam auszubilden, und er hatte erkannt, dass er in den vermeintlichen Glasfrüchten aus dem unterirdischen Garten unschätzbare Kleinodien besaß. Er war indes so klug, sich vor den Leuten seines Besitzes nicht zu rühmen, und diesem weisen Schweigen verdankte er das hohe Glück seines Lebens. Als Aladin eines Tages in der Stadt spazierte, hörte er den Befehl des Sultans ausrufen. Jeder solle seinen Laden und seine Haustür schließen und sich so lange in das Innere seines Hauses zurückziehen, bis die Prinzessin Badrubur, die Tochter des Sultans, nach dem Bade gegangen und wieder zurückgekehrt sein würde. Aladin, der das große Verlangen hatte, die schönste aller Prinzessinnen einmal zu sehen, versteckte sich in ein Gebüsch in der Nähe des Bades. Badrubur kam in Begleitung von vielen dienenden Frauen, und als sie in die Nähe des Bades gelangt war, nahm sie ihren Schleier vom Antlitz. Ihre Züge waren von unvergleichlicher Schönheit. Sie war schöner als der Frühlingshimmel mit der Sonne, und Aladin konnte das reizende Bild nicht mehr vergessen. Eines schönen Tages, nachdem er schon lange ein verändertes Wesen gezeigt hatte, zog er seine Mutter ins Vertrauen und sagte ihr, er hätte den Entschluss gefasst, um die Prinzessin Badrubur zu werben. Darüber geriet die alte Frau in höchste Sorge, denn sie dachte, ihr Sohn hätte den Verstand verloren. »Ei«, rief sie ein über das andere Mal, »Wer bist du denn, dass du dich an die Tochter des Sultans wagst? Hast du vergessen, dass dein Vater der ärmste Schneider der Stadt war? Und weißt du nicht, dass die Töchter eines Sultans nur Königen oder Prinzen ihre Hand reichen?« Aber Aladin blieb hartnäckig bei seinem Entschluss und sagte, keine Macht der Erde würde ihn davon abbringen. Einige Tage nachher suchte er all die Dinge hervor, die er damals aus dem Zaubergarten mitgebracht hatte. Er ordnete die köstlichen Blüten und Früchte, die noch an ihren Stängeln saßen in einer Porzellanvase, und sie machten nun einen so über alle Beschreibung herrlichen Eindruck und gaben einen so kostbaren Glanz, dass sie eines Sultans und seiner schönen Prinzessin wohlwürdig waren. Aladin beschloss also, damit in den Palast zu gehen, die Vase dem Sultan zum Geschenke zu bieten und um Badrobur zu werben. Weil es aber in jenem Lande Brauch war, dass die Mutter die Werbung um eine Gattin für den Sohn übernahm, so fand sich endlich auch die alte Frau bereit, den schweren Gang zu tun. Sie ging einige Male in den Palast, bis sie endlich der Sultan wahrnahm und rufen ließ. »Gute Frau«, sagte er, »ich sehe dich schon seit einiger Zeit bei den Sitzungen immer am Eingange des Saales stehen. Welche Angelegenheit führt dich hierher? Rede ganz ohne Scheu!« Die alte Frau erzählte nun alles, was sich zugetragen hatte und warum sie gekommen sei. Und der Sultan hörte sie mit vieler Milde und Güte an und machte sich nicht einmal lustig über sie. Doch ehe er ihr noch eine Antwort erteilte, fragte er sie, was sie in dem leinernen Tuche trage. Sogleich enthüllte sie die Vase von Porzellan, warf sich vor dem Throne nieder und überreichte sie dem Herrscher. Es ist unmöglich, die Überraschung und das Erstaunen des Sultans zu beschreiben, als er so viele über die Maßen kostbare, schöne und leuchtende Edelsteine beisammen sah und dazu alle von einer Größe, dergleichen er noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Eine Weile stand erregungslos und geblendet als von einem Glanze des Himmels. Und er und der ganze Hofstaat waren sich darüber einig, dass es auf der Welt nichts Kostbareres und Vollkommeneres geben könne. Nun, begann der Sultan endlich zu seinem Großvisier zu reden, was sagst du zu einem solchen Geschenke? Ist es nicht meiner Tochter würdig und kann ich sie nicht um solchen Preis dem geben, der um sie anhalten ließ? Diese Worte versetzten den höchsten Beamten des Reiches in große Unruhe. Denn er hatte gehofft, der Sultan würde Badrubur seinem Sohne geben und nun sagte er, Herr, ich muss euch gestehen, dass dies Geschenk von ganz ungewöhnlicher Kostbarkeit ist. Doch ich bitte euch, die Entscheidung drei Monate hinaus zu schieben. Vielleicht gelingt es meinem Sohne inzwischen, ein noch herrlicheres Kleinod ausfindig zu machen. Der Sultan glaubte zwar nicht daran, aber er entließ die Mutter Aladins als bald mit freundlichen Worten und forderte sie auf, in drei Monaten wieder nachzufragen. Aladin war mit diesem Bescheide nicht sehr zufrieden, aber er war nicht ohne Hoffnung und zählte ungeduldig die Tage, die ihn von seinem Glück getrennten. Da war eines Abends kein Öl im Hause und die Mutter begab sich zum Kaufmann. Dabei merkte sie, dass die ganze Stadt festlich beleuchtet und in freudiger Aufregung war. »Wisst ihr denn nicht, dass sich der Sohn des Großvisiers mit der Prinzessin Badrubur vermählt?« fragte der Händler. »Sie wird jetzt bald aus dem Bade kommen und die Hofbeamten versammeln sich soeben, um sie in den Palast zu geleiten. Denn die Vermählungsfeierlichkeiten sollen beginnen.« Weiter wollte die gute Frau nichts hören, lief heim und rief ihren Sohn an, »Es ist alles verloren. Du rechnest auf das schöne Versprechen des Sultans, aber es wird nichts daraus. Es ist alles, alles verloren.« Nun erzählte sie ihm, was sie gehört hatte. Aladin war wie vom Blitze getroffen. Doch augenblicklich erinnerte er sich seiner Lampe, lief in sein Zimmer, rieb die Lampe und alsbald erschien der Geist. »Was verlangst du? Ich bin bereit, dir zu dienen.« »So gehe in den Palast des Sultans, entführe die Neuvermählten und bringe sie beide hierher.« »Mein Gebieter, ich leiste auf der Stelle Folge,« sprach der Geist und entschwand. Es waren keine drei Minuten verflossen, so stieg der Geist aus den Dielen wieder empor, hielt die Prinzessin unter dem Linken, den Bräutigam unter dem rechten Arme und stellte sie beide vor Aladin hin. Der aber sprach zu dem Geiste, »Nimm diesen jungen Ehemann, sperre ihn in ein enges Gemach und komm morgen früh bald nach Tagesanbruch wieder.« Der Befehl war zugleich ausgeführt und als Aladin mit der Prinzessin allein war, sprach er zu ihr, »Was ich getan habe, geschah nicht, um dich zu beleidigen. Ich wollte nur verhüten, dass jener dich gegen das gegebene Versprechen des Sultans in Besitz nimmt.« Die Verwunderung der Prinzessin über das merkwürdige Ereignis war so groß, dass sie keines Wortes mächtig war. Am Morgen erschien der Geist und Aladin befahl ihnen, »Role den Sohn des Großviziers und trage ihn und Bad Rubur wieder an den Platz, von dem du sie weggenommen hast.« Als die Eltern des jungen Paares kamen, um den Morgengruß zu bieten, erfuhren sie zu ihrem Erstaunen von den Ereignissen dieser Nacht. Sie dachten nicht anders als, ihre Kinder wären von einer närrischen Einbildung befallen und sie ließen sie allein, damit sie wieder zu sich kämen. Am Abend aber sandte Aladin den Geist, forderte von ihm die Neuvermelden wie am Tage vorher und ließ sie am anderen Morgen wieder in den Palast tragen. »Nun, meine Tochter«, fragte die Sultanin, »willst du mir wohl berichten, wie du geruht hast?« Da hüllte sich Bad Rubur ein tiefes Schweigen und zeigte verstörte Augen, und weil die Eltern merkten, dass sie sehr unglücklich sei, wurden augenblicklich alle Festlichkeiten eingestellt. Der Sohn des Großvisiers musste den Palast verlassen und die junge Ehe war, so rasch sie geschlossen, wieder aufgelöst worden. Aladin ließ nun drei Monate vollends verstreichen, die ihm der Sultan als Frist gesteckt hatte. Dann schickte er seine Mutter in den Palast, um den Herrschern sein Versprechen zu erinnern. Ja, das verdross den Sultan nicht wenig, denn er hatte eine heftige Abneigung gegen die Vermählung seiner Tochter mit einem Mann aus dem Volke. Und als er seine Räte zuzog, sagten ihm diese, es gibt kaum ein anderes Mittel, dieser unpassenden Vermählung aus dem Wege zu gehen, als einen so hohen Preis auf die Prinzessin zu setzen, dass jenes mannes Reichtümer, wie viel er deren immer besitzen möge, doch nicht ausreichen. Dies wird ein gutes Mittel sein, ihn von der verwegenen Bewerbung abzubringen. Das leuchtete dem Sultan ein, und er sagte zur Mutter Aladins, gute Frau, ein Sultan muss sein Versprechen halten. Und so will ich auch deinem Sohne die Prinzessin geben, wenn er mir vierzig große Becken von gediegenem Golde mit Kostbarkeiten angefüllt, wie ich solche früher bei dir gesehen habe, überreicht. Und zwar müssen mir die Becken von vierzig schwarzen Sklaven gebracht werden, die alle aufs Herrlichste gekleidet sind. Die Mutter erzählte ihrem Sohne, was der Sultan von ihm gefordert habe, und sah mit Erstaunen, dass Aladin diese Nachricht sehr vergnügt aufnahm. Sobald die Alte ausgegangen war, ergriff er die Lampe, rief den Geist und sagte ihm seine Wünsche. Kurz darauf ließ sich der Geist wieder sehen. Er kam diesmal in Begleitung von vierzig schön gekleideten schwarzen Sklaven, deren jeder ein Becken von gediegenem Golde auf dem Kopf vertrug, angefüllt mit Perlen, Smaragden, Rubinen und Diamanten. Und jedes Becken war von goldgeblümtem Silberstoff überdeckt. Zum Überflusse ließ sich Aladin noch vierzig weiße Sklaven in noch viel kostbareren Gewändern von dem Geiste bringen, ordnete alle zu einem Zuge, in dem die Weißen vorausschritten, und hieß sie zum Palaste des Sultans ziehen. Das Volk strömte von allen Seiten herzu, die Herrlichkeit zu sehen. Denn man erkannte alsbald, dass die Kleidung eines jeden Sklaven so reich mit Gold und Edelstein besetzt war, dass sie auf eine Million geschätzt werden musste. Der bloße Anblick dieser unermesslichen Reichtümer ließ den Sultan keine Minute zweifeln, dass der Eigentümer der richtige und würdige Gatte für seine Tochter sei, und er sprach zur Mutter Aladins, gute Frau, geh und sage deinem Sohne, dass ich ihn mit offenen Armen erwarte. Ich will ihm die Prinzessin Badröbur freudigen Herzens zuführen. Aladin war von dieser Nachricht, so sicher sie auch erwartet hatte, aufs angenehmste überrascht. Er lief auf sein Zimmer, rieb die Lampe, und als der Geist erschien, sprach er zu ihm, bereite mir sofort ein Bad hat und halte danach für mich die reichste und kostbarste Kleidung in Bereitschaft, die je ein Fürst getragen hat. Er hatte dies kaum ausgesprochen, als ihn der Geist in ein Bad trug, das aus einem sehr weichen und sehr wohlriechenden Wasser bestand. Und als er in sein Zimmer zurückkehrte, fanden sich da selbst Kleider von ungeahnter Pracht. Führe mir ein Pferd herbei, gebot er dem Geiste, das an Schönheit des Wuchses und an Trefflichkeit das edelste Ross im Stalle des Sultans übertrifft und dessen Decke, Zaum und Sattel und Zeug über eine Million wert sein müssen. Auch verlange ich, dass du mir noch zwanzig Sklaven herbeischaffst, die mir zur Seite gehen, und zwanzig andere, ebenso kostbar gekleidete, die in zwei Reihen meinem Rosse vorausschreiten. Meiner Mutter bringe sechs Sklaven in reicher geschmückt als die der Prinzessin Badrobur. Und ferner bedarf ich noch einer Summe von zehntausend Goldstücken in zehn Beuteln. Geh und beeile dich. Alles geschah und der Sultan schickte alsbald einen Boten mit der Nachricht, Aladin werde voller Ungeduld im Palaste erwartet. Der stieg sogleich zu Pferde und der Zug setzte sich in schönster Ordnung in Bewegung. Als der Sultan den reichen Herrn Aladin erblickte, stieg er sogleich vom Thron und ging ihm entgegen, breitete seine Arme aus und rief, mein teurer Sohn, das Vergnügen, dich hier zu haben und sich zu sehen, ziehe ich allen meinen und deinen Schätzen vor. Es war ein sehr herrliches Mahl im Schlosse gerichtet und als danach der Ehevertrag vom Richter aufgesetzt wurde, fragte der Sultan Aladin, ob er in dem Palaste bleiben und noch am gleichen Tage Bad Rebo als sein Weib nehmen wolle. Herr, antwortete Aladin, wie groß auch meine Sehnsucht ist, die schönste der Prinzessinnen zu besitzen, so gewährt mir doch noch so lange Zeit, bis ich einen Palast erbaut habe. Ich erbitte mir dazu von euch einen Platz in der Nähe und werde Sorgen tragen, damit mein Heim möglichst rasch fertig wird. Der Sultan schenkte ihm einen der besten Plätze der Stadt und sagte, viel Glück zu allem, aber vergiss nicht, dass ich meine Tochter je eher, je lieber mit ihr verbunden sehen möchte, um das volle Maß der Freude zu genießen. Danach ritt Aladin höchst befriedigt nach Hause, rief den Geist und sagte, mein kluger und mächtiger Geist, ich habe alle Veranlassungen mit dir zufrieden zu sein. Ich brauche aber noch ein Palast ob du ihn aus Marmor Jaspis oder Achat bauen willst das überlasse ich ganz dir ebenso die Inneneinrichtung ich erwarte nur dass du mir oben darauf einen großen Saal mit einer Kuppel und vier ganz gleichen Schauseiten baust dessen Wände aus Gold und Silber ausgeführt sein müssen mit sechs Fenstern auf jeder Seite deren Säulen mit Gold und Diamanten kunstreich geschmückt sein müssen und zwar so dass man dergleichen noch nie auf der Welt gesehen hat Die Sonne ging eben unter als alle denen dem Geiste diesen Auftrag gab und bei Anbruch des Tages erschien der Geist und sprach der Palast ist fertig komm und sieh ob du damit zufrieden bist Aladin fand alles über Erwarten herrlich und königlich Nur eines fehlt noch sagte er Es muss nämlich von dem Palast des Sultans bis an den Eingang der Zimmer die in meinem Schlosse für die Prinzessin bestimmt sind ein Teppich von schönstem Sammet gelegt werden damit sie wenn sie aus dem Palast des Sultans geht darüber hinweg schreiten kann Ich komme in einem Augenblicke wieder sprach der Geist und Aladin sah seinen Wunsch bereits vollzogen ehe er noch glaubte dass ihn sein mächtiger Diener verlassen habe dann dann trug er Aladin zurück in seine Wohnung das war um die Zeit da die Sonne über den Horizont gestiegen war und am Palast des Sultans die Tore aufgingen Die Seht Seht ihr rief der Sultan in großer Freude Seht ihr dass es kein Blendwerk ist und weil er gerade die Ratsversammlung eröffnen musste war das Gespräch abgebrochen Danach war die Hochzeit gefeiert und alle waren sich darüber einig dass es keinen reicheren Mann gäbe als Aladin und keinen schöneren Palast unter der Sonne als den in dem Bad Rubur hinfort wohnen sollte Der Sultan aber reichte ihm die Hand und sagte Mein Sohn was für ein Mann bist du dass du so erstaunliche Dinge in so kurzer Zeit auszurichten vermagst du hast auf der Welt nicht deines gleichen und je mehr ich dich kennen lerne desto bewundernswürdiger finde ich dich Aladin der sehr glücklich mit seiner jungen Gemahlin lebte verschloss sich keines Weges in seinem Palast jedes Mal wenn er ausritt ließ er zwei Sklaven neben seinem Pferde herschreiten die mussten auf allen Straßen und Plätzen Goldstücke unter das Volk verteilen und jeder Arme der an der Pforte des neuen Palastes erschien kehrte voll Zufriedenheit über die Gabenheim die ihm auf Aladins Befehl geschenkt wurden Aladin Aladin ein verschlossenes Schächtel Schächtelein Indes, ich will ihn wohl daran zu hindern wissen, oder ich will des Todes sein. Gleich am nächsten Morgen bestieg er seinen Berberhengst, machte sich auf den Weg und kam nach etlichen Monaten auch richtig in die Stadt Aladins. Er fragte seinen Zauberkasten wieder, wo die Wunderlampe sei, und erfuhr, dass Aladin sie in seinem Palaste sehr wohl verwahre. Es kam für ihn alles darauf an, diese köstliche Lampe zu erlangen. Das Unglück wollte, dass Aladin um diese Zeit gerade für acht Tage auf die Jagd geritten war. Er hatte den Palast aber erst seit drei Tagen verlassen. »Das ist ein günstiger Augenblick zum Handeln«, sagte der Zauberer, »und ich darf ihn mir nicht entgehen lassen.« Darauf ging er in den Laden eines Mannes und sprach zu dem Händler, »Ich brauche ein Dutzend kupferne Lampen. Könntet ihr sie mir wohl ablassen?« Er machte das Geschäft, ging alsbald zum Palast der Aladins und rief, »Wer will alte Lampen gegen neue eintauschen?« Die Leute lachten darüber und sagten, »der muss wohl seinen Verstand verloren haben, weil er neue Lampen zum Tausch gegen alte anbietet.« Immer von Neuem erscholl sein Ruf. »Wer will alte Lampen gegen neue vertauschen?« Um diese Zeit trat eine Sklavin zu Bad Rubur und sagte, »Da von alten Lampen die Rede ist, so weiß ich nicht, ob die Prinzessin schon bemerkt hat, dass da einer auf dem Gesims steht. Der, dem sie gehört, wird es nicht übel nehmen, wenn er statt der alten eine neue findet. Wollen wir sie nicht vertauschen?« Er aber die Lampe, von der die Sklavin redete, war keine andere als Aladins Wunderlampe. Die Prinzessin, welche den Wert dieser Lampe nicht kannte, befahl sie zu nehmen und gegen eine neue einzutauschen. Der Zauberer nahm sie schnell aus den Händen der Sklavin, verbarg sie und gab dem Mädchen eine andere dafür. Darauf ließ er alles im Stich, was er besaß, und floh in eine Höhle. Als die Mitternacht herangekommen war, zog er die Lampe aus seinem Busen und rieb sie. Sofort erschien der Geist, »Was willst du? Ja, ich bin hier, dir zu dienen.« »Ich befehle dir, dass du augenblicklich den Palast Aladins mit allen seinen Bewohnern aufhebst und wie mich selbst nach Afrika führst.« Ohne etwas zu antworten, schaffte der Geist den Palast nach Afrika, und am Morgen staunte der Sultan nicht wenig, als er den Platz leer sah. Weil man wusste, dass Aladin sich an einem bestimmten Ort auf der Jagd befand, wurden sofort sechs Reiter abgesandt, die ihn vor den Sultan forderten und den Auftrag hatten, ihn zu verhaften. Sie fanden ihn, warfen ihm eine Kette um den Hals und Hände und brachten ihn in diesem Zustand in die Stadt. Der Sultan, weil er nun in seinem Schwiegersohn einen Betrüger sah, der ihn um seine Tochter bestohlen hatte, wollte ihm sofort den Kopf abschneiden lassen. Allein das Volk rottete sich vor dem Palaste zusammen und drohte ihn zu erstürmen, wenn Aladin ein Leid zugefügt würde. Und weil die Rotten schon durch die Tore drangen, begnadigte der Herrscher den Gefangenen, führte ihn in einen Turm und rief, »Sage mir, wo dein Palast und meine Tochter hingekommen sind, oder?« Herr Aladin erkannte augenblicklich, dass hier der Zauberer seine Hand im Spiele haben müsse, und er sagte, »Herr, bewilligt mir eine Frist von vierzig Tagen, damit ich die nötigen Maßregeln treffe, alles in Erfahrung zu bringen. Gelingt es mir nicht, alles wieder herzustellen, wie es war, so will ich euch meinen Kopf zu Füßen legen, damit ihr nach Belieben darüber verfügt.« »Gut«, sprach der Sultan zornig, »die Frist sei dir gewährt. Doch bilde dir nicht ein, du könntest mir entweichen.« »In welchen Winkel der Erde du dich verkriechen magst, ich werde dich zu finden wissen.« Aladin war seines Verstandes kaum mehr mächtig, als er in dieser tiefen Demütigung über den Hof des Palastes schritt. Die Hofbeamten sahen ihn über die Achsel an, und die, die ihn zuvor beneidet hatten, höhnten ihn nun. Er ging aus der Stadt, fragte die Menschen, die er traf, ob sie seinen Palast nicht gesehen hätten, und weil er obendrein in einer hehrenen Kutte steckte, so dachten die Leute, ein armer Irrer sei ihm begegnet. So schritt er immer weiter und kam bei Einbruch der Nacht an das Ufer eines Stromes. Nach der Sitte seines Landes trat er hinzu und wollte sich Gesicht und Hände waschen. Weil aber das Ufer sehr steil und schlüpfrig war, glitt er aus, und wäre in die Fluten gestürzt, hätte er sich nicht zu rechter Zeit an einem Felsstück festhalten können. Dabei rieb er den Ring, den er noch von dem tückischen Zauberer hatte, und augenblicklich erschien der Geist, der ihm damals in dem unterirdischen Gewölbe begegnet war, und fragte, »Was willst du? Ich bin gekommen, dir zu dienen.« »Geist, rette mir zum zweiten Male das Leben, in dem du mir anzeigst, wo mein Palast hingekommen ist, oder trage ihn zurück zu seinem Platze.« »Das kann ich nicht, denn ich bin nur der Sklave des Ringes. Da musst du dich an den Sklaven der Lampe wenden.« »So befehle ich dir, dass du mich an den Ort bringst, wo mein Palast sich befindet.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so saß er in Afrika in einer wundervollen Oase vor seinem Schlosse und sah über sich das Fenster seiner Gattin Badrubur. Weil es Nacht war, lehnte er sich mit dem Rücken gegen einen Baum und schlief alsbald ein. Als die Morgenröte heraufstieg, wuchs seine Freude noch mehr, denn Badrubur sah zum Fenster heraus und erkannte ihren tief betrauerten Gatten. Er eilte in das Haus. »Liebste Badrubur«, rief er ihr entgegen, »sage mir, was aus der Lampe geworden ist, oder wir sind verloren.« Die Prinzessin zweifelte nun nicht mehr daran, dass die Lampe an dem Unglück schuld sei und fing an, bitterlich zu weinen. Dabei erzählte sie, was geschehen sei. »Der Alte war kein anderer als mein Feind, der Zauberer, aber ich bitte dich, hast du denn nie bemerkt, wo er die Lampe aufbewahrt?« Er trägt sie wohl eingehüllt unter seinem Gewande auf der Brust und hat sich mir gegenüber oft damit gerühmt, denn er erscheint als der Herr des Palastes täglich in diesen Sälen. Da bösann sich Aladin auf eine List und sagte, »Ich muss, um meinen Plan auszuführen, in die nächste Stadt gehen. Wenn ich aber an der verborgenen Pforte klopfe, die zu deinen Gemächern führt, so musst du Sorge tragen, dass mir so rasch als möglich geöffnet wird.« Die Prinzessin versprach's in freudiger Hoffnung und im Vertrauen auf die Klugheit ihres Gatten. Und der ging. Nicht lange so traf er einen armen Bauern. Den bat er ihm, sein abgetragenes Kleid zu verkaufen, und das tat er sich selbst an und ging danach zu einem Apotheker, bei dem er eine kleine Menge eines bestimmten Salzes erstand. Dann kam er durch die verborgene Tür in das Gelass Badroburs zurück. Er sagte ihr, »Von dem Pulver müsse sie dem Zauberer in den Wein streuen, dann werde schon alles zu ihrem Glücke sich wenden.« Nicht lange so erschien der Alte und wünschte der schönen Badrobur einen guten Morgen. Aber Badrobur grüßte ihn noch betrübter als sonst. »Kann ich dir einen Gefallen erweisen, schönste Frau, so rede«, sagte er. »Ach, lieber Freund, ich habe daheim zum Frühstück stets ein Glas köstlichen Weines getrunken. Sie nannte ihm auch den Namen dieses Weins. Wenn ich nur einen einzigen Schluck davon hätte, würde ich fröhlich werden wie zuvor und all mein Leid vergessen.« »Ach«, lachte der Zauberer, »das trifft sich gut. Ich habe zwei Flaschen davon in meinem Keller und werde sofort selbst hinabsteigen, um dir eine zu bringen.« Inzwischen nahm Badrobur zwei goldene Becher, schüttete in den einen von dem Pulver, das ihr Aladin gegeben hatte, und als der Zauberer zurückkehrte, füllte sie die Becher und reichte ihm mit dankbarem Lächeln den einen. Der Zauberer trank ihn so gleich leer. Aber kaum war der letzte Tropfen über seine Lippen gekommen, so sank er in tiefstem Schlafe auf einen Sessel. Und schon sprang auch Aladin aus dem Nebensaale herein, riss dem Schläfer das Kleid auf und nahm die Wunderlampe an sich. Er enthüllte sie, und nach einer Minute stand der Geist vor ihm. »Bring diesen Palast unverzüglich an seinen alten Platz«, gebot Aladin, und als die Sonne noch nicht im Mittag stand, war alles geschehen. Der Sultan, der das Wunder mit sprachlosem Staunen sah, ließ sofort ein Rosssatteln und sprengte in den Hof und eilte die Stiegen empor, um seine geliebte Tochter in die Arme zu schließen. Nachdem ihm alles berichtet worden war, was inzwischen geschehen, traten sie in das Zimmer, in welchem der Zauberer schlief. Als sie ihn aber anrührten, merkten sie, dass er gestorben war. Er des Schlafpulver war für sein Alter zu stark gewesen, und all seinen bösen Anschlägen hatte nun der Tod ein Ziel gesetzt. Nach diesen Ereignissen war schon wieder mehr denn ein Jahr verflossen. Der alte Zauberer schlief in seinem Grabe, und sein Bruder, der auch ein großer Hexenmeister war, wunderte sich, dass er so lange nichts von jenem gehört habe. Da erforschte er durch seine Kunst, dass der Alte gestorben war, und ließ sich auch Zeit und Umstände seines Todes aufs Genaueste sagen. Er fasste auf der Stelle den Entschluss, den Tod seines Bruders zu rächen, zog über Ströme und Gebirge, durch Wälder und Wüsten, und kam endlich in die Stadt Aladdins. Dort hörte er von einer frommen Einsiedlerin namens Fatih mir erzählen, ging um die Mitternacht zu ihr und sagte, »Habe keine Furcht vor mir. Ich will nur, dass du mir ein Kleid verkaufst und dafür außer reichlichem Golde das meine nimmst. Dein Gold behalte nur, denn ich kann keines gebrauchen. Weil ich mich aber vor dir fürchte, so nimm mein Kleid und ziehe deines Weges.« »So schnell geht das nicht«, sagte der Hexenmeister. »Erst schneide mir den Bart ab und färbe mir mein Gesicht gleich dem deinigen, und zwar so, dass ich dir ganz ähnlich sehe und dass die Farbe nicht ausgeht.« Fatih mir zündete noch eine Lampe an, nahm einen Pinsel und einen Saft, rieb ihm das Gesicht an und versicherte, dass die Farbe nicht ausginge, weder vom Regen noch von der Sonne. So dann setzte sie ihm ihre eigene Kopfbedeckung aufs Haupt, gab ihm einen Schleier und zeigte ihm, wie er sich damit auf dem Gange durch die Stadt das Gesicht verhüllen müsse. Nachdem dies alles geschehen war, kam den Alten doch eine Furcht an, die Einsiedlerin möchte ihn verraten. Er brach sein Versprechen ihr nichts zu Leide zu tun, erfasste sie und stürzte sie in einen Brunnen. Nach dieser schlimmen Tat blieb er noch bis zum Morgen in der Einsiedelei und ging darauf in die Stadt, um den Weg zum Palaste zu nehmen. Sobald die Kunde durch die Straßen lief, die fromme und heilkundige Fatih mir sei in der Hauptstadt, sammelte sich viel Volk um die vermeintliche Frau und begehrte ihre Hilfe in allerlei Krankheit und Not des Leibes. Durch das Geschrei und den Volksauflauf war auch die Prinzessin Badrubur aufmerksam geworden, und weil sie schon viel Gutes von Fatih mir gehört hatte, sandte sie einige Sklaven, die wundertätige Alte zu holen. »Fromme Frau«, sagten die Sklaven, »die Prinzessin wünscht euch zu sehen, also kommt und folgt uns.« »Die Prinzessin erweist mir eine hohe Ehre«, antwortete die falsche Fatih mir. »Ich bin bereit, ihr zu gehorchen.« Badrubur, die sich sehr freute, die Lebensgeschichte der wundertätigen Alten vernehmen zu können, wies ihr zunächst ein Zimmer zur Ruhe an, denn sie schien nach der langen Wanderung sehr erschöpft. Inzwischen hatte Aladin den Geist gerufen, um von ihm zu erfahren, welche Bewandtnisse es mit der frummen Frau Fatih mir auf sich habe. Da sprach der Geist, »Fatih mir ist in der Nacht ermordet worden.« »Und ist sie nicht hier?«, fragte Aladin erstaunt. »Nein, Herr, so sehr ihr auch staunen möget. Die vermeintliche Frau Fatih mir ist der Bruder des afrikanischen Zauberers, der die Einsiedlerin getötet hat. »In ihren Kleidern hat er sich in euren Palast geschlichen, um seinen Bruder an euch zu rächen. Sobald er eine Gelegenheit findet, wird er euch seinen zweischneidigen Dolchensherz stoßen.« Aladin verlor keinen Augenblick, rief Knechte in Waffen und ließ den Verruchten Zauberer in Ketten legen und in den Turm werfen. Der Sultan aber, nachdem er von seiner Mordtat erfahren hatte, rief das Gericht zusammen, das ihn zum Tode am Galgen verurteilte. Auf diese Weise wurde Aladin von seinen Verfolgern befreit. Wenige Jahre darauf starb der Sultan in hohem Alter und, da er keine männlichen Nachkommen hinterließ, folgte ihm die Prinzessin Badrubu auf dem Throne und teilte ihre Herrschaft mit Aladin. Sie regierten viele Jahre hindurch und ihre Untertanen nannten diese glücklichen Jahre das Goldene Zeitalter. Das waren einige der schönsten Hörbücher aus einem Jahr Lilies d'Vor. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder.